Hallo Leute, ich bin gleich anwesend. So, jetzt erweil. Hallöchen. Sie müssen mir gleich mal sagen, wie das mit der Musik ist, ob das alles passt. Sie müssen mir gleich mal sägen. Hallo, 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 hallo. Schreibt mir mal bitte kurz, ob das mit der Musik alles passt. Warum habe ich eigentlich... Achja. Ist mal ein anderes Outfit. Alter, warum ist hier nichts? Achso, weil ich jetzt mal alles weggemacht habe. Ah. Die Musik ist so laut, zu laut. Ketschig. Ah. Seht ihr zwar mein Home-Wildschirm? So, ist so besser? Ist so besser? Ah, hier sieht man, wo die Musik gar nicht läuft. Ah doch, ihr seht ihn ja. Schön, ne? Ist so besser? So besser? Nein. Oh, Leute. Ah ja, ich hab noch ein paar Bilder. Warte ich mal, hier mal kurz das schön machen. Äh. Äh. Ja, okay, nee. Ich mach's ganz aus. So. Ich hab's ganz aus gemacht. Ich wollte richtig geil Musik machen. Super. Hat mal wieder super geklappt. Na, Spaß, alles gut. Dann machen wir halt ganz aus. Why not? Dann haben wir hier nix an Musik. Äh. Bin ich richtig gekleidet? Bin ich richtig gekleidet? Bin richtig gekleidet? Bin richtig gekleidet? So, Leute. Ich hoffe, euch geht's ein gut. Heute wird's lang. Sehr lang. Hallo, hallo, hallo. Oh, Alter. Mein Schrank ist Horror. Wow. Heute wird's ein bisschen länger als sonst. Also, ich hab extra geguckt, dass wir sowas machen, wenn am Wochenende oder sonst was ist. Und ja. Hallo, hallo. Beste YouTuber am Start. Danke. Hey, du cool. Rinder muss essen. Ach. Was? Ein Mod. Ich glaub's nicht. Alter. Na, egal. Die Level jetzt erstmal auf jeden Fall, weil ich dieses Pferd auf jeden Fall ausleveln möchte. Und dann mal gucken. Was wir tun. Und ja. Moin. Wer ist denn hier alles? Mariechen ist da. Duschka. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Drinnen ist Essen. Ich glaub, die ist AFK. Misa Grimm und Marie, dass sie bei einem kack Geschmack haben. Ach, findet Marie den auch hat, oder was? Oh, ne. Ja, gar nicht nice. So, Leute. Hallo, Linda. Hallo, Ari. Hallo, Nelly. Ach so, ne. Gestern war der Stream mega lang. Ja. Heute wird der aber noch länger. Morgen wird der noch länger, meine Freunde. Junge, welcher Pisser von euch ist grad seit einer Sekunde wirklich in meinem Stream und gibt mir einen Daumen runter, Alter. Was seid ihr denn für eine Community? Ich such denjenigen, Alter. Hallo, Qtray. Hallo. Ach, Metin. Ach, Gottes Willen. Hallo, Annette. Hallo, Tyra. Hallo, Cora. Hallo, Fabiana. Ich steh nicht mal auf Jungs. Echt? Echt? Ich grad so laut. Echt? Ist doch... Ist doch nicht schlimm. Habe ich null was dagegen. Wer was dagegen hat, der lebt nicht auf dieser Erde. Mädchen. Wer war noch mal letztens im Stream? Love? Und wer noch? Wie hießen der Junge noch mal? Ich weiß gar keinen Plan mehr. Wer soll hot sein? Mit dieser Typ von Moneskin, Alter. Dieses Main... Ich dachte immer, die heißen Mainskin. Ich finde, das hört sich drei Milliarden mal geil an. Aber dieser von dieser... Ratatata... Am Begin. Das ist auch, ne? Ihr wisst Bescheid. Love & Noah. Stimmt, Noah. Hm. Stimmt. Hm. War grad einkaufen für den Streamer Pringles gekauft. Oh, geil. Wird mir meinen rüber. Aber Noah ist nicht da. So eine Scheiß. Noah ist not in the house. Server 5 ist mein Hauptserver. Ja, meiner jetzt auch. Hm. Hast du den Insta-Post von SO gesehen? Über den mit dem American Paint. Ja, finde ich sehr geil. Ich feiere das Pferd sehr. Ich dachte, die kommen am 8. Also an diesem 8. In diesem Monat raus. Aber... Ähm. Glückwunsch zu den 3K. Dankeschön. Also ist ja jetzt schon ein bisschen her so. Aber... Ich hab keinen besseren Tag gefunden. Das ist jetzt der einzige Tag mal, wo ich meinen Frieden hab. Also meine Ruhe. Ihr wisst Bescheid. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Du brauchst nicht fragen. Du kannst einfach die Frage stellen. Ähm. Und diesen Einer-Tusse finde ich auch... Findet sie auch hot. Das Mädel... Wie heißt sie? Victoria? Victoria? Keine Ahnung. Die finde ich von denen ehrlich gesagt... Von allen am ansprechen. Ist ja jetzt nicht... Also attraktiv jetzt nicht. Aber... Hilfe... Ähm. Hat finde ich am meisten. So Style oder interessiert mich jetzt bin ich am meisten. Joa. In welchem Bundesland wohnst du? Niedersachsen. Ähm. In Niedersachsen. Meine Freunde. Ah. Ich weiß hier mal nicht wie ich hier rüber soll. Ha. Oha. Iiii. Oh. Das ist immer so knapp. Server 5. Real Name Emmy. Good Vibes Only. Pin das bitte an. Mein Real Name ist aber nicht Emmy. Deswegen werd ich das leider nicht anpinnen. Wir waren keine Fake News in meinem Stream. Nein Spaß. Wer disliket immer deine Videos in Streams? Hat sie ihr Handy falsch rum? Hm. Gibt da so Personen, wo ich's vermuten könnte, aber... Boah. Ich glaub jetzt nicht, dass sie das sind. Keine Ahnung. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Nett. So. Ich hoffe, ich krieg heute nicht irgendwie... Weiß ich nicht. Nettzie. Oder ich werd rausgeschmissen... Ah. Einfach rausgeschmissen. Das fände ich ziemlich scheiße. Ich hab so einen Verdacht. Ha. Same. Aber ich glaub nicht. Ähm. Real Name Julia. Genau. Real Name ist Julia. Leute, ich hab mir meine Haare vorhin gefärgt. Ich bin wieder dunkelbraun statt blond. Meine Haare, Junge. Also ich glätt meine Haare halt jeden Tag, weil ich so... So Wellen hab, die ich jetzt nicht nice finde. So strohig. Und ich glätt die halt jeden Tag. Wenn man sich die Haare blondiert, dann trocknen dadurch die Haare aus. Und sie werden kaputt und du kannst sie nicht mehr richtig durchkämmen. Sie fallen aus. Also sie brechen ab. Und darauf hatte ich keinen Bock mehr. Weil meine Haare sowieso schon genug leiden dadurch, dass ich die jeden Tag glätte. Und jetzt hab ich mir so gedacht, jo. Haust du dir mal braune Farbe auf den Kopf? Und... Jo. Boah. Guckst, ob das bereust. Ich werd's safe bereuen, alter. Hilfe. Welches Pferd soll ich nehmen? Zum leveln jetzt oder kaufen oder was? Ähm. Oh, du blödes Tier. Okay, ich hab's. Ähm. Hallo Dina. Hallo Lady. Rosanna. Hallo Sonja. Ehm. 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 Striegel Danny sein Pferd. Jenny. Jenny striegelt ihr Pferd. Ich habe mit durch einen Reitunfall mein Schlüsselbein zertrümmert. Zertrümmert meine Reitweste zerstört. Ah, nice. Der Smiley dahinter ist auf jeden Fall auch mega positive. Bö ultimately alles Gute. Moin. Hallo Jamila. Jamila. Queste vielleicht? Ja, ich wollt auf jeden Fall. Ehm. 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 ruf blocker ich heute gleich die der stream wirklich sechs stunden ja 23 oder nicht alter ich weiß gar nicht was ich was man also doch ich weiß dass man so lange es machen kann ich habe zu nur noch mal ein zweiter aber gestern haben uns ja auch gute vier stunden beschäftigt indem man scheiße gebaut habt habt hat man schreibt julie und man sagt julie wird wird in das anklass ok jetzt gerade wieder mal gar nicht wie das man auf wird mit sandy blueberry song ja musst du mal kurz guck mich an möchte ich sehe ich habe vielleicht eine gehnerschütterung online hell muss so nicht im krankenhaus liegen so wenn ja dann wünscht ich auf jeden fall alles gut und hoffe dass ihr bald gut geht leute fängt sich an so zu regnen alter schwede so ich habe voll bock ein neues pferd zu leveln aber ich will jetzt das hier fertig gelevelt kriegen sonst ich guck gleich übrigens dingens wie in wessen outfit sollte ich angucken jetzt hat vergessen also doch nein ich habe es noch aber sandy blueberry song so ja wie viele star coins hast du 12.225 star coins und ich ohne witz ich habe kein einziges pferd wo ich sagen das finde ich geil dass ich mir kaufen und das ist eigentlich gut das ist sehr gut lol die mcway ja lol weil die mcway das ist gerade ein großer zufall marie lila die mcway die marie weiß das nur gab es heute auch hochwasser gott sei dank nicht und ich bin auch sehr froh darüber weil ich dann echt nicht gewusst hätte junger was ich mit meinem leben hätte anfangen sollen hallo shoppen ja mal gucken ich habe auch im moment nichts was ich shoppen kann also mein rucksack ist gerade so unfassbar leer also ich glaube mein pferd ich glaube ich stehe mir morgen wieder und übermorgen auch weil ich einfach jetzt so wenig gespielt habe und warum nicht so aber die morgen und übermorgen welches technisch online lassen ach geil wir können nachher mal die hauptquests machen haben wir noch eigentlich die ruf blocker nerven mich gerade ein bisschen wartet mal ruf blocker ok 1 ja wir haben eine quest ich heule ich heule warum tun die mir das an ich bin noch nicht mal level 19 alter wenn die bleibt der stream dann an ja der stream ist bleiben und hätte auch gerne star coins darf mir aber kein holen ich finde es gar nicht so also ich finde es gar nicht so schwer sich star coins so zu holen wenn man keine darf ihr sagt so keine ahnung du möchtest geld für kann willst mit einer freundin in die stadt und du willst sie die pay save card davon das habe ich immer so gemacht ich bin ein kleiner böser fuchs das levelst du so schnell eine gute frage ich habe eigentlich gerade gar keinen bock zu leveln deswegen level ich schnell damit schneller hinter mir aber ich muss level ja ich eine spinne und ich kann die nicht einsammeln das geht mir richtig auf meine ex hallo minze crossing hallo apropos crossing ich will mal irgendwann wieder einmal crossing spielen meine twitch die switch alter ich kann diesen namen nicht aussprechen switch steht die hinter meinem fernseher und verstaubt euch muss man gleich kurz meine rolle hoch machen weil es regnet und ich liebe es wenn es regnet julia der gangster so leute alter habt ihr ist es euch aufgefallen dass in meinen zwei videos jetzt in meiner vergangenheit also die ich jetzt das letzte mal hochgeladen habe also die letzte male ich weiß jetzt nicht mehr genau welche das sind dass es backt dass es richtig hängt habt ihr das gesehen also ich habe es ja auch angemerkt und runter geschrieben so damit ihr euch nicht wundert ich kann euch nicht sagen woher das kommt aber ich habe ein richtig geiles video wieder aufgenommen und es hängt schon wieder ich kann euch nicht erzählen wieso das eine hat gehangen und das andere hängt nicht ich muss es trotzdem hochladen und es nervt und ich muss es immer so zuschneiden also es hängt nur wenn ich reite nicht wenn ich stehe oder sonst was und jetzt muss ich wieder so zuschneiden dass ich möglichst viele szenen nehme wo ich stehe und das geht mir richtig hart auf meine koronas und ich check nicht wieso ich muss mal kurz meine rolle hoch machen alter geht ja mal richtig die welt und jetzt wenn wir fragen oh mein gott alter hier geht gerade die welt und der himmel schwarzen ist einfach schwarze ich muss davon mal gerade kurz ein bild machen jetzt sieht aus wie der tod der gerade kommt der tod kommt und holt mich alter junge das sieht so jesus naja no one compares you stand alone so wir machen weiter bei uns nie sollte es ja bei mir geht gleich die welt unter findest du ein auto bin es ja die blue braves ach ja wollte ich mir angucken da finde ich sehr schön passt voll gut zusammen die hose und die satteldecke passt alles zusammen bin bei jedem stream da war ich weiß ich sehe das ja jetzt macht mir kein ohrwurm doch ich habe heute ungelogen fast den ganzen tag tik tok geguckt because i have no hobbies and it's gestern war ich ungelogen ich habe man heute ins stream ausgemacht um kurz vor zwölf nachts ja und war noch bis so drei uhr online online meine ich wahrscheinlich wach und die ganze tik tok suche ich habe drei stunden also tik tok das ist so eine sucht alter das ist nicht mehr witzig gewittert ist bei dir ja anders hat also gestern bei uns nicht bei mir im dorf aber nur stadt eine sehr bekannte stadt neben mir also ich wohne direkt daneben war hochwasser also jetzt nicht so wie in diese region bericht krass hochwasser aber aber schon so ist nicht zehn zentimeter 10 20 zentimeter es war schon scheiße ich will keine freundschaftsanfragen annehmen naja what should i do ich kann nichts dagegen tun kann morgen den urlaub wohin geht es denn ach mal machen wir nicht soll von der außenwelt was bei dir so abgeht mache ich tatsächlich voll oft ich muss gleich erst mal eine story machen dass wir live sind ich habe mich voll verschrieben in meiner install ich habe geschrieben 18 19 und ich meinte aber 17 18 uhr eine besser naja egal passiert so ich mache kurz eine story wer mit drauf will auf sich ihren ins bild stellen wo es ist so ungewohnt mich mit so braunen haaren zu sehen okay 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 i make a story for instagram ist das ein schöner filter oh ja so moment soll ich mich so umdrehen kann man machen ich war bei sechs uhr wach bis es hell wurde und habe zwei stunden geschlafen alter krass ja weil ich auch mal irgendwann bestimmt okay so ich habe das video gemacht hallöchen hallöchen herzlichen glückfunden zu den 3000 abos hält zu 6 h m ja also gestern habe ich glaube mein längst so ich freilich gestreamt aber fünf stunden wo die zeit verfliegt auch so schnell kam wieso ganz merkwürdig aber ja ich denke schon also ich wäre sowieso wach so also ja also was glaube ich einfach wieder für den müll ihr wisst was ich meine wow so was mache ich für ein musikchen dahinter moment mal was machen wir für die musik dahinter back hi wenn du was zu essen warte ich bin grad nicht gerade wirklich anwesend das nehmen wir das wäre sehr gut das nehmen wir da machen wir die story mit so haben wir mir noch dieses bunte ding dran was ich immer oben mache dieses streifen so jetzt mache ich noch ein gif hinter youtube so da haben wir unseren youtube gif gepostet so leute wir machen weiter bis 23 30 müsste der dann genau halb zwölf alter man ich wollte mit leveln hallo ich bin nicht auf dem bild jahre verkackt verkackt im moment generell weiter mit einem typen da allein einfach nein wer nicht da war ist zu spät was soll ich tun naja armes dinge aber richtig ihr donnerst so doll ich muss noch mal gleich übrigens was heißt gleich aber einer stunde oder so meine wäsche kurz aufhängen alter jesus christus ich liebe so gewitter soll ich mal sagen was richtig krass ist ich habe vor mittwoch oder so habe ich gesagt ich bin ja jetzt am wochenende alleine also nur noch bis morgen so meine eltern weggefahren sind zusammen ich habe so zu meinem freund am mittwoch gesagt ich hätte richtig bock so ein wochenende mit richtig krass viel regen und stream und genau das passiert hallo lena mir geht es sehr gut ich hoffe ihr geht es auch gut machst du champion no i don't i don't wait a second ich muss ganz kurz wenn es dazu machen das ist so laut machte ich hasse die rennen silberglade ich hasse es ich will es nicht ich hasse es diese drei hier es wäre so geil wenn ihr mal rennenhaus raushauen genau raushauen würden zum beispiel wie hier drei rennen hintereinander und alle geben so 300 xp also ja wir haben das bei bei der starshine range so aber so wenig ich werde nicht fertig so i want what i want im körper versprochen ups hermann englisch ist nicht so das beste hast du angst vor spino kann man so sagen definitiv hier donnert so laut alter okay jetzt geht die welt unter mein hund die wenn ich soll er herkommen mein hund liegt gerade allein im flur ich habe euch schon gesagt wie man unter ist naja habe ich schon mal ja sogar erst glaube ich in letzter woche alter okay die welt geht unter tja tja ja mir geht es auch gut habe einmal ganz sachen beim stream gewartet weil ich lw habe auch gottchen jetzt ist er ja da ich hoffe mein internet geht es jetzt nicht hören wir auch wenn sie so dolles stürmt alter was meinen dann war ich verkackt der nachher verschwissen bolognese ja also bolognese ist aber er heißt wuschel my dogs name ist wuschel würdet ihr ihn sehen ich habe ihn euch schon mal gezeigt ganz oft sogar meiner story der sieht aus wie so ein wuschel oder kann keine abstreiten endlich wochenende ja bei mir so hört die sonne gar nicht mehr auf zu scheinen ja hier geht gerade also wirklich die welt unter anders kann ich nicht beschreiben anders kann ich es nicht beschreiben ich habe eine frage ihr braucht nicht fragen ob ihr eine frage ab oder ob das sie eine frage habt oder dass sie fragen dürft schreibt einfach ich hasse das warum bleibt es stehen ein und aus wie geil alter ich liebe dieses wetter ich könnte mich jetzt auch gerade wirklich ins bett legen unten kakao trägt noch mal eine serie gucken also das ist für mich so ein wetter war es jetzt wenn ihr schon da seid ja ich war also alter alter ich hoffe man hört es nicht ich habe eigentlich gar keinen bock gerade zu leben deswegen beeile ich mich ich komme nicht hinterher subi das ist nicht ganz gut aber das gefühl also so finde ich das was die leute ist mittlerweile gar nicht mehr so feiern so stream so gelevelt wird ich weiß nicht wie ihr das seht weil zeit immer das gleiche ist so halt und joh deswegen bin ich mir irgendwie so der fan von level weil keine ahnung was ist schöner an dagen drei oder araber generation 3 meinst du andalusia ich finde araber und andalusia beide geil ich heiße ab heute emilia mcway emilia mcway emily ich werde nicht mit e geschrieben ich werde mit e geschrieben emma emel alter das wetter und mein auto steht draußen ich heule gleich leite immer richtig mit anwes wieder sauber geil so praktisch alter wenn ihr ein auto habt was logischerweise richtig voll geschissen ist wie meins weil mein auto weiß ist und komischerweise jeder vogel mir da doppelt und dreifach drauf scheißt und es regnet wird er auch wieder richtig sauer sei wie emily habe ein auto und stellt sie den regen nice ich bin level stream entspannt warte da kann man nebenbei so schön quatschen ja stimmt das ist tatsächlich okay das ist ein einzigen wo ich sagen würde ja aber keine ahnung mir ist das mal egal wer denn da so geiles outfit lindries rain hat ein schönes outfit such waren jetzt auch ein schönes wenn die war nicht weil sie uns ausspricht hat auch ein schönes outfit das ist noch mal 18 18 years old meine eltern auch immer scheiße das ist voll das interessante outfit was elli hier an hat mir ist das neue gebiet noch mal redwood die diese diese krieger oben sind dieses mainheim dings hier sind die das mache ich denn gerade mega wo kann man pay save karten kaufen überall eigentlich ich habe mich letztens einer tankstelle gekauft dann rossmann rewe bestimmt also ja safe edeka auf jeden fall halt so und so supermärkten oder tankstellen kann sie doch online natürlich kaufen so und ja alter dieses wetter ich heule mein auto white woods ja 18 schon ein auto dann hast du schon ziemlich früh ein führerschein gemacht ich habe auch auf mein auto gespart und mein führer alle blitzes mein führerschein habe ich mit 17 1 halb angefangen ja und habe ihn jetzt also ich habe dafür knapp ein dreiviertel jahr gebraucht knapp ein jahr ja nie wartet mal ich kann das nicht rechnen ich habe mitte juli angefangen und habe ihn ende märz doch ende märz bekommen ja und lange ja aber das hat halt so lange gedauert wegen corona und weil mein lehrer war oft krank war tatsächlich weiß auch nicht wie du da hat halt mal so ein monat gefehlt und ich war ja okay dann kriegt man früherscheinheit erst wenn ich alt und runzlig bin nein aber der hat verlockt gefehlt wozu braucht man diese card keine ahnung ist also für jüngere leute so die jetzt keine karte oder so haben womit man bezahlen kann diese kreditkarte oder was heißt ich bankkarte pay save card kannst du halt sachen von kaufen so das ist eine karte also bezahlt zeit kannst du von star coins kaufen so und ja deswegen ist eigentlich ganz praktisch hat mir für auch mal gekauft manu ich wollte voll frische musiker machen würden sagt ihr das ist zu laut ja da bleibe ich stehen sie sagt sind genau ich bin eigentlich bin ich 15 aber ich tue so als bin ich 18 ein spaß sowie zahle jetzt kaufe später was davon genau so kann man es eigentlich sehr gut erklären so kann man sehr moment und zwar ist hier noch ein rennen bitte nicht nein perfekte wir sind wirklich schon voll weit alter gut weibs only schwöre ich wäre mal dieses gut weibs only noch mal rein schreibt ich krieg mal also also bitte nicht please not please not wo alter wir sind fast 100 leute sicher jetzt erst da gar nicht hingeguckt hi welcome to my stream der dauert ja nicht nur oder nur nicht sechs stunden wurdest du nicht erwischt nee wie denn durch daher beschweren aber aber dankeschön leute haben einfach fast die 500 also 3500 noch 30 leute krass kriegen wir seit bis ende der woche hin als blitz hilfe ok blitze kann ich nicht ab junge wo die manchmal langsam kommt nicht hinterher wenig langsam machen ich will nicht level eigentlich gerade gar keinen bock zu lernen ich bin auch aufhören zu löffeln schule jetzt sind wir oh mein gott das muss ich morgen auch mal wieder spielen ich habe so bock auf sims waren dieses neue pack was rausgekommen habe ich mir direkt gekauft ja gehe ich mal go und hildstein macht das welche red bull sorte magst du ich trinke kaum also ich trinke nur so auf feiern red bull ja nicht wirklich viel jawohl hallo an 100 leute ich höre würde jetzt jeder von diesen 100 leuten den daumen hoch geben ich will mal wissen wie diese daumen hoch hochgehen würden wir haben 66 das würde mich jetzt mal richtig interessieren eine person gibt sie die mich nicht mag oh mein gott ja ich habe auch ewig nicht mehr sind es gespielt sind es ist sogar jetzt habe ich gerade eine nachricht direkt 72 läuft bei euch 78 geil ja aber sind es ist so geil sind es ist wirklich meine kindheit mit starstelle diesen beiden spieler da wird auch nichts rankommen egal was kommt 81 alle leute seid ja krank aber ja idee ist wie sie ist ich habe schon einen daumen hoch gegeben dankeschön bella hochhala hochhala junge wenn dann am sonntag auch so ein drecks wetter ist dann heulich wie sowas ist sonntag und ist sonntag ich bin so froh ich muss bin auch mit meinem hund um vier schnell rausgegangen sonst hätte ich jetzt noch so ein bisschen später abends aber ich hätte ja sowieso nicht gekonnt weil ich ja streamer und joa poof ssb pov ich sage immer poof es tut mir so leid das ist jetzt irgendwie poop aber ich sage das immer ich weiß auch nicht pov pov ich weiß nicht wie man das ausspricht sorry ich bin da ein bisschen aufgehoben aufgeschmissen meine ich und ja you're right ich habe ein sims replay boah ich habe ein sims auf dem woher ich das war ja nintendo spieler logischerweise nicht ja pc pc sowieso auf meinem macbook habe ich das noch nicht geil tra la 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 ja 3 des likes klein besser aber auch schon einen daumen hoch gegeben dankeschön vielen dank für die blumen ich habe ja nichts im spielen weil ich nur auf der ps4 spiele muss auch mein bruder immer dann oder zurück kann man stars der auf der ps4 spieler glaubt jetzt nicht hey wie geht's dir hallo mir geht es sehr gut ich hoffe dir auch ja da fahre ich meine als nächste nachricht ja aber man nicht der herr in meinem geburtstag nach geil dann habe ich auf jeden fall dass du dann am wochenende gutes wetter hast die drei daumen oder hatte das handy von herunter herum gehalten alter ich lese heute vor ja es ist aber immer eine person so ein bis drei personen die immer daumen runter ich weiß man die version ist keine ahnung juckt mich auch nicht naja ich habe gerade ein päckchen von meiner mama bekommen wie police inside was ist der drehen hallo linda ihr habt mir auch so soll ich dazu kommen ist es so macht das gerne ich zock jetzt minecraft und schau da ins stream geil macht das und minecraft habe ich schon auch mal aufgespielt mit meinem bruder ich und mein bruder hatten gestern was ist gestern mich dumm hatten wo wir kleiner waren halt unser arbeitszimmer hat arbeitszimmer kann sich jeder denkt was es ist und da hatten wir nur ein pc mit einem bildschirm so mittlerweile habe ich zwei bildschirme glaube ich drei bildschirme alter so aber das war früher so ein krampf wir wollten beide immer zocken und dann war der eine dran und dann gab es so biefen haben meine eltern haben gesagt nee es reicht das reicht die kriegen bei den einzelnen eigenen pc meine jetzt 20 jährige schwester damals dieses pet also diesen moment und in diesen details das habe ich auch immer gespielt immer 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 weiß nicht immer also wirklich immer dieses hunde spiel das ist so geil wirklich mega bei mir ist auch so ich glaube das ist normal ja kann sein aber ist ja auch nicht schlimm so diese drei menschen nach du ja was kann ich machen wenn ich so gar keinen plan von sims hat dann holst du dir direkt sims das ist im moment also das ist im moment aber früher hat das hat 75 euro gekostet wo es rausgekommen ist ich habe es mir auch halt für 75 euro kopf mittlerweile gibt es manchmal angebote so für zehn euro fünf euro und wenn du auf origin siehst du machst den origin account keine ahnung wenn du da siehst du sims ist im angebot dann drückst du auf kaufen oder holst dir so eine origin karte sowas gibt es übrigens auch oder eine paysafe karte je nachdem oder fragst deine eltern ob du das haben darfst dann musst du denen mal bitte sagen dass das spiel eigentlich 75 euro kostet und du holst es dir dann einfach für zehn euro dann kommen deine eltern direkt und sagen ja ja nicht dir man spielst du das stellt sie da ein männchen baust dir eine butz also ein haus und dann geht die lucia ab sims ist so geil jetzt mal ohne witz du kannst sie sogar im internet ich weiß nicht ob das also doch die sims leute von dem echtspiel wissen dass aber man kann sich ja custom content runterladen das habe ich auch meine zeit noch nicht fett gemacht aber so auf einmal mal bei mir weg und das demotiviert mich wir haben das auf der switch ja voll geil für die switch gibt es generell nicht voll viele geile spiele aber irgendwie habe ich nur ein email crossing und mario kart warum auch immer habe ich zu weihnachten letzten jahres bekommen die switch ja warum scheiße ich in diesem renner nicht immer so über krass hart reinheit hallo blanca 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 ihr habt mir auch solchen es oder zukommen ja kommen gerne dazu wir sind schon voll viele krass macht das gerne warte doch mal bitte kannst du wegen den stream sims 4 spiel nee bin ja es ist o account da wäre es ja ein bisschen beknackt würde ich sims spielen jetzt ist auf einmal hier wieder richtig hell aber es donnert und blitzt trotzdem weiter aber die wolken sind weg jesus also hallo a s a bonnie mich direkt an credit liars sowas von bin mal weg ich schaue nachher noch mal rein viel spaß noch dankeschön schön dass du da warst wünsche noch einen schönen abend kannst du den stream auch mal andere spiele also spielen so ist im gatik von so weiter weiß ich halt nicht weil die meisten sind halt auf meinem account denke ich mal um star selber zu sehen deswegen weil sie nicht auf instant gaming kann man sich für sechs euro einfach kaufen alles legal muss man sich keine sorgen machen ja das ist voll krass ich habe das auch schon auf instant gaming das ist unnormal wirklich wenn ihr euch generell spiele kaufen wollt online geht immer sofort vorher auf instant gaming weil da kriegt ihr immer prozent für die spiele die haben wollt aber warum weißt du nicht also da kriegt ihr wirklich immer prozent auf spiele das ist mega wie lange spielst du noch deshalb zwölf tatsächlich sechs stunden stream steht fett im titel wer es nicht liest ja der hat keine ahnung sonst was kannst du einen anderen youtube account für andere spiele machen also ich bin ja sowieso schon überfordert so ich bin auch schon gespannt wie das wird wenn man ausbilden anfängt wenn ich vier mal die woche oder einmal die woche immer hin und her pendeln muss zwischen zwei städten meine schule dann 16 uhr nachmittags geht und ich dann auch wahrscheinlich lernen muss oder sonst irgendwas weil ich dann halt alleine wohne ich also ich will ich will echt mal sehen wie das wird weil das wird glaube ich richtig funny dann muss ich mal gucken wie ich das alles mache alter das wird richtig abfahrt ich habe letztes mein zimmer aufgeräumt habe einmal einen nintendo ds gefunden funktioniert zum glück noch ich habe einfach vor ein paar wochen wir nintendo dogs gespielt online wie süß ich habe so was ist das nintendo er ist dieses sowie meinen mein outfit genau die farbe ich weiß nicht ob ihr wisst welche welche nicht meine so nintendo ds genau die farbe so glänzend wenn ihr wisst welche nicht meine alle so andere place schreiben die anderen spiele sehen wollt damit es emily weiß nee nee bitte nicht so please not brau ich nicht hier wird nur starstable kommen doch wäre mega wenn noch andere spiele streams ja aber ihr müsst euch auch mal überlegen wie viel zeit sowas in anspruch nimmt so videos zu schneiden zu machen zu streamen das ist nicht ohne wenn ihr das nicht selber macht dann müsst ihr da mal keine ahnung also das ist schon ich hätte das auch nicht so gedacht bevor ich das gemacht habe dass das so viel zeit in anspruch nimmt ihr müsst euch mal überlegen ich habe bis vor einem monat oder so dreimal die video dreimal ob ich dumm dreimal die wochen video hochgeladen ich habe es jetzt auf zweimal die woche beschränkt weil junge ich es einfach nicht mehr schaffe dann aufnehmen okay halbe stunde das juckt nicht das aufnehmen das ist das wenigste was juckt schneiden so zwei bis drei stunden je nachdem fand mir ist auch easy peasy es hört sich jetzt wenig an aber ihr müsst euch erstmal überlegen was ihr macht wie es macht wie es schneidet das ist schon nicht ohne so und manche videos zum beispiel gehen eine stunde und da sitzt du wirklich manchmal also bei mir vier stunden dran und deswegen joa hallo kathrin hallo hallo hey kathrin 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 hieß meine kindergartenchefin wo ich mal praktikum gemacht habe in einem kindergarten das ding ist ich habe schon sehr lange sims aber sobald ich meinen menschen weg sterben habe ich keinen bock mehr ich baue eigentlich immer häuser und dann lasse ich da eine mutter einziehen die lasse ich da also eine frauheit die lasse ich dann rumrennen und lass die babys machen von irgendwelchen random typen und lass halt ganz viele babys machen wenn es mir dann zu viele sind höre ich auch kein bock mehr weil ich dann überfordert bin das ist ja wirklich wie wenn du auf kleine kinder aufpasst alter weil ich feier es nicht wenn mann und frauen im haus leben ich keine ahnung aber das stört mich der mann hat bei mir nichts beizutragen was soll der da das triggert mich einfach kein plan oha wir sind ja schon fast level 13 meinte ich krieg den morgen ausgelevelt den mini die mini playboys wenn das kann haben sie nicht aussprechen kann es wie wird das denn ausgesprochen das gar duska was weiß ich irgendwie spricht man das aus meinte wir kriegen den heute level 14 nee oder bei sims echt nicht so ab nee sims ist liebe ich spiel es aber in letzter zeit auch nicht so oft i don't know wieso hello hallo dina hello hey das bist du schon im moorland ich beeile mich wie gesagt ich habe keinen bock zu leveln warum beeile ich mich alter ich machen sechs stunden stream da kann ich mir auch eigentlich mal ein bisschen ran halten voll komisch also nicht ran halt nicht scheiße jetzt habe ich wieder bock pferde zu kaufen lola was mir scheiße nein ich muss hier weg ich will aber keine pferde kaufen meine armstar coins nein 106 daumen hoch dankeschön alter ihr seid so krass für wir stream seit noch nicht mal eine stunde vielen dank oh mein gott die dollar zu teuer da kann man das hören ich meine man spricht das gar irgendwie dusk aus das herrne es gibt so viele namen es so die ich nicht aussprechen kann also wirklich es gibt so ein evangelie kann man sich nennen ich dachte immer das heißt evangelie aber das heißt einfach evangelie nicht wusste das nicht alter ich dachte man so es heißt evangelie wie heißt sie alle schon ich war ja okay das kann aussprechen linda ja easy kaira maria easy lane easy vani 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 hat sich süß an die badewanne wanne oh mein gott hätte ich irgendeine wanne jetzt hier bei mir im freundeskreis so wie rinne oder sonst was wirklich einfach wandeln eine badewanne alter geil hintergrund dankeschön junge du hast genug star coins ja aber junger ich will die aber nicht trotzdem alle ausgehen bin ich so geizig für katalina easy wen haben wir hier noch elaine als solche vorliegen anna easy sandy easy carolina violetta easy alles wie sie aber manchmal laufen wir wirklich so pipel rum habe ich echt kein plan badewanne ja safe würde ich die badewanne nennen kann sie die musik vielleicht ein bisschen leiser machen echt habe ich musik an hier ist doch gar nichts an was ist denn hier an ist so gar nichts an freut sich auf das pferd was am 10 september kommt ja mega ich weiß gar nicht wie gerade aussehen jetzt in der zweiten generation oder erste generation keine ahnung zweite generation oder weiß gott gar nicht wo die pintos sind wo stehen die sind dass diese die oben bei der koppelinsel stehen ich warte schon mit 15 minuten lädt immer noch help echt warum lädt das bei euch ein solange ich brauche immer zehn sekunden an mich drin im game danke mein spitzname im club ist wanne einfach wanne nein das sind apalosa ja aber welche sind das die pintos welche sind das die hier nee das sind nicht die pintos doch jedoch das sind die pintos habe ich jetzt dumm welche sind denn doch welche sind denn jetzt die pferde die am achten rauskomme ich blüht gerade so wie viel streams bis zum halb zwölf habe ich dumm welche fährt am 10 september der beachten kommen die heißen muss ich denn hin achten ich muss noch einen rein ups wie heißen sie paint horse american paint horse ja paint horse wo stehen die dann kann mir wer sagen wir stehen ich habe schon als so viel ich habe schon das bild gesehen aber ich frage gerade wo die im game stehen wo sind die hier im game wo stehen die wo kann man sich die zweite generation ansehen woher ist jetzt gerade auf dem markt pferdemarkt echt das geht gar nicht wie die aussehe ich glaube ich gucke mir gleich mal an mir reitner jetzt gleich hin pferdemarkt ja gucken wir gleich mal an upsala tun wir hi emily hallo lina hallo wo gibt es das bild welches bild sie markt okay wir kriegen gleich zum rom sie markt höchstmarkt zum pferdemarkt nie ich will keine pferde kaufen online ich will nicht zum pferdemarkt was da bin ich nie was ist wenn er zu fertig was ich gerne mag warum tut ihr das mit mir hallo quini quini sechs stunden stream nice ja magger magger ich will nicht zum pferdemarkt ich muss erst mal darauf klarkommen dass einfach wieder dunkelbraun bin dies kauft ihr entfernt nein ich will kein pferd kaufen ich kaufe mir schon genug pferd die letzte zeit ich habe mir fünf pferde meinem fast vorletzten video gekauft ja okay paint horse keine paint horse hafflinger nie brauchen wir alles nicht zahlen wir damit welche seite sind die ne das sind die morgans sind die auch nicht das sind die nicht oder nein das sind die nicht ich weiß gar nicht wie die aussehen ist der stream nur bei mir bisserl verpixelt kann sein dass bei mir auch verpixelt ist aber eigentlich sollte die hier ne das sind die vollblüter ich leute ich kenne mich da nicht mit aus keine ahnung eigentlich sollte der stream glatt laufen weil zum beispiel wenn ich streams oben lasse der stream auch mega geil von der qualität also eigentlich sollte doch nicht zahlen bitte als 3k pferde kaufen hey wo sind die dann auf welcher seite seit fünf ich bin auch schon auf seite sieben ja okay ich glaube ich habe richtig reingeschissen seite fünf ja 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 ich habe kackt ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich bin dran vorbei ich weiß es wie die pferde trotzdem einmal angucken ich weiß absolut nicht was hier für pferde stehen fünf ja hey paint horse seid ihr alle dumm das ist jetzt gerade seite elf oder so dass sie sind doch die paint horse oder pp sie kommt mit fünf was für fünf sie so fünf was ist das für fünf sind die dann weg sind die dann alle weg mehr oder bleiben noch dann trotzdem hier na die bleiben doch dann trotzdem hier oder mein hund ja solche mal her holen um mein baby jolt wartet mal mein hund die mäuschen sagt mal was er ist jetzt richtig nahe mikrofon wo sie sagt mal was mein schatz soll ich mal was richtig krasses zeigen wenn ich so jaule er ja ich dann einfach auch ihr müsst mal so gucken dass ihr das so auseinanderhalten könnt wartet mal hier oh mein baby ach du scheiße okay ich lass ihn der ist so krank sagt den leuten was sagt ihr was hört ihr seine schritte hier und hat doch eine störung ja wo sie die möglich alle als legt er sich hierhin auf den bauch sie hatte mich kann das mikrofon mal direkt neben ihnen stellen ich weiß nicht ob man das hört so glücklich so zufrieden sagt mal junge er fängt immer ich an zu husten wenn er so macht das tut mir voll leid deswegen sollst du das eine nie machen mein schatz lieb ich lasse ich in ruhe darunter zu einer störung wie süß ja das muss ich mir gleich mal in der wiederholung angucken wie sich das angehört hat wow der süße jetzt ist er wieder abgehauen naja der hund gleich chili ja okay leute meine frage war ob die hier bleiben bleiben die hier safe oder sonst ich weiß noch wo die so beliebt waren diese pferde für championate alter ich weiß was noch voll krass ist noch eine seite ach du scheiße es gibt ja noch eine seite auch gut bei mir finde ich die nicht schön ich weiß auch nicht wieso not my type junge g seite fünf warum das ist auf seite fünf was ist denn auf seite fünf eins zwei drei vier fünf so was ist es auf seite fünf sind dass die alten oder was aber nicht nähe es ist wirklich seite fünf ja aber was ist denn hier englisch ist voll blut die haben will ich mit denen die sehen absolut aus wie so vierecke was soll ich damit also nicht muss hier weg dass ich meine welt das ist ja alles merkwürdig nie das ist alles zu viereckig von mir mein naja wie heißt sein hund mein hund als wuschel klein weiß und wuschel ich wer läuft denn hier zu fuß ein bäck sehr schön ein update war die nötig ja aber die wären schön die sommer schöne pferde machen wieso habe kein einziges pferd in es so doch na okay die fit fährt und die gold lenz hier wo ich sage oh mein gott kein einziges ich hab mal bock auf so ein richtig geiles geflecktes pferd geschecktes geflecktes keine ahnung welche rasse ist dein hund bolognese wie bolognese nur mit er hinten bolognese ich komme nicht in sso man warum bereite ich gerade lang wo also wenn du nicht reinkommst dann dürft es vielleicht an deinem internet liegen oder in deiner qualität von deinem laptop computer keine ahnung weil es liegt nicht weil ich sehr schnell reinkomme immer hallo nina wie alt mein hund ich kacke halt immer rein mein hund ist der wird jetzt dieses jahr 11 september november wird der 11 der schon recht alt ich bin seit der dritten klasse wenn das hinkommt ihr hund bolognese ja mein hund ist ein havaneser havaneser sind auch süß aber die haben ein glaub ich so ein bisschen mehr glatte haare wenn ich mir jetzt gerade nicht richtig richtig irre wenn ich mich gerade nicht über die gab beim spielen zu sehr schön die isländer jetzt ein laufer die ja ist so ich glaube die isländern kommen auch vielleicht bald wenn wirklich so habe ich mich nicht in isländer gekauft mal habe ich mir in isländer gekauft weiß dass irgendwer ich weiß nämlich gerade nicht habe ich in isländer war gekauft so ist der werde ich bock bevor die neu gemacht werden so weiß ich aktuell sehen muss und hier stehen dann warst du mal schauen in den news ja alles gut dann hast du nicht habe ich nicht gleich kauf mir dann irgendwann isländer jetzt weil kann ich schauen hafflinger hafflinger sehen aus wie so lange würstchen diesen schwänzen da hinten so richtig nie mag ich nicht du kannst du mein video mit dem hund machen wo er dir ein pferd aussucht mit zetteln hat das nicht mal irgendwer gemacht hat das nicht ab oder so mal gemacht kein plan könnte ich machen eigentlich aber wenn er beim friseur war ich glaube du hast die gleiche rasse victoria 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 wer ist das klappt man auf dem ersten ja glaube ich auch ja ich mag das nicht so videos von anderen nacht also was heißt nachmachen aber so videos hochland die andere schon haben ja klar ist doppelt sich immer videos kannst du gar nicht anders machen ich habe auch videos oben die andere schon haben so aber jetzt zum beispiel auch jeder macht im moment wie gleich mal die disse er macht im moment um styling da habe ich gerade überhaupt kein bock darauf das aufzumachen wirklich überall gibt es das ja von moni skin alter ja okay man mir schon gedacht stimmt ich glaube du hast die gleiche rasse victoria nee klar oder weil meine hunde rass ist richtig selten richtig ich habe es jetzt in meinem leben diese elf jahre wie ich den hund habe ich glaube drei leute in meinem leben getroffen die den auch haben ja b was der marie warum schreibst du b also ja ich weiß wieso b aber was mit b so da bin ich wieder erst mal meckes gegönnt ob egal ich habe mir auch vor ein paar tagen meckes erst gegönnt ja ja die auflänge hätten auch ein update verdient ja stimmt also nicht geiles update deine stimme ist voll cool dankeschön vielen dank für nur um stylings voll langweilig ja irgendwie ich weiß auch nicht mehr was mittlerweile davon halten soll kam wieso um sein level tag update champion shopping pferde kauf und so weiter ja das dinge ist irgendwie macht jeder mittlerweile das gleiche und ich will überlegen was kann ich machen dass man nicht gleich wird ich bin wirklich am überlegen wer die wüsstet ja was für eine rasse hast du soll bin jetzt erst dazu kommt alles gut ein bolognese ja das sind italiener natürlich ist das ein bolognese kann sein das ist ein hammer nie weiß wenn er so ein bisschen glatte hat oder es gibt so viele hunde die so aussehen wie mein hund und nicht gleich ihre rasse sind ich finde es wenn du mein rp machst ja ich weiß nicht mehr wie geht das so real roleplay weiß ich wie als dass das ist jetzt wie geht es um die disse nah nanana am crew will tanzen öffnungszeit ne disco freitag und samstagabend soll jetzt geht die lucia meine vorne wenn ihr wisst jetzt haben wir kennst du spotlight mach videos mit deinen mods ne, kein bock auf euch neiner sieht 1 zu 1 aus wie deiner, kann sein wie heißen die nochmal? ne, victoria ich guck gleich mal, warte mal wie heißt die? victoria hm, hat doch da victoria axel, nee, wie heißt die? deangelis, was ist das für ein namen? victoria deangelis, junge die postet einfach ein Bild von ihren ja, was soll ich sagen von ihrer Oberweite mhm alter sehr freizügig ich glaub das ist ja nicht meine Welt wo ist denn ihr hund, hä? hier ist nur was wo ihr hund hund, hund, hund victoria, sarina, nein alter, von dieser victoria oder sarina ich weiß nicht wer wer ist oh, da ist ihr hund ähm, hund, ne, der sieht gar nicht aus wie meiner, wirklich nicht der, oder? der hat aber voll die beigen Flecken also meine hund hat auch beige Flecken aber jetzt nicht so krass beige Flecken ähm, von dieser victoria oder sonst was die hat ja irgendwie ein Pferdeding sich gekauft so ein pferde wie heißt es rosenhof oder so wo die die redet ich habe sowas noch nie in meinem leben gehört das wollen wir einfach tik tok folge ich will mir das mal ganz kurz reinziehen warte mal ich glaube ich habe davon video safe geliked hier redet die ist über 20 wird jetzt mal so schätzen also nichts gegen ihre stimme sie kann da nichts aber ich habe sowas noch nie in meinem leben gehört so ist jetzt meine ganz komisch wo ist denn das victoria sarina da herr so was wirklich noch nie mein leben gehört ist der krass redeten die hier die redet das ist das also ich habe sie kann nicht ihre stimme so aber ich habe sowas noch nie mein leben wird dass eine erwachsene person so redet annie mini mini krass nie habe ich noch nie von gehört voll krass nie gehört also so eine stimme wo sie denn alle ausbacken glaube ich ein bisschen so was hast du mir geschickt der wurf der sieht tatsächlich gar nicht aus wie meiner meine schwester findet die toll also kleine kräfte an die 6 jährige das ist voll krass na die rede total ander also so richtig merkwürdig mein leben gesehen ich will mir mal eure namen durchlesen ich will mal probieren namen auszusprechen lorelei cute book sagen wir hier noch marie mondio ganz schwer auszusprechen ich sehe eure namen nicht ich will laufen weil es nicht hinterher nein nein nicht hinterherlaufen sonst kann ich dann haben wir hier noch alles banni wenn die habe ich schon marie lorelei koko hanna maggie shani qua haben wir noch lin 19 heißt annett ja beim spiel doch nicht oder zara isabella jasmin guck mal wie geil das hier aussieht oh ja oh ja das fühlt die emily mcgwey doch ganz hart das finde ich doch hier richtig will ja lass mal ach man kann ja sogar laufen ja hör mal auf zu tanzen dass man so richtig wildes bild machen dass man irgendwie so alle in so eine reihe stellen hier vertanz vielleicht ist aber so ein richtig schöner reiz geht das wieder los mit diesem bilder ihr seid so frech zu meiner obsession ja weil die obsession merkwürdig ist aber schön nicht so wie so ein klumpen wir stehen drei ineinander war die start leute kommt alle auf das bild drauf wenn ihr euch schön hinstellt bin ich dann stehen wir bis morgen früh wir haben sechs stunden zeit kein problem hängt voll warum hängt es sind gar nicht so haben wir hier noch warum haben was wer läuft denn hier noch um die ganze zeit essen dass sie hier marie junge kann so rein scheißen stück gleich mir kackega wer drauf ist es drauf er nicht drauf ist es ist nicht drauf es hängt noch es hängt warum hängt es denn sind gar nicht so wartet wer läuft denn also ne leute warum stellt man sich elaine warum stellt man sich davor ja super mich sieht man gar nicht nicht so ich muss ein bisschen weiter nach vorne warum ich will ich will ich kriege schon wieder aggression ich kann das nicht ich kann das nicht so die psf kam an einem bestimmten alter eigentlich ab 18 aber ganz viele machen da aus als sie in der regel sind 16 musst du gucken ich krieg schon wieder aggression warum tut man das ich würde es genau dem tag an dem ich nicht kann jetzt tut mir leid kann man sich nicht ja ich muss euch leider ignorieren das geht mir mal richtig auf meine eier sorry wer wieso macht man das ich soll ich werde es alle ignorieren dies einfach gerade nicht hinkriegen und es nervt so haben wir es jetzt mal könnt ihr aufhören zu tanzen könnte ihr aufhören zu dann zuließen pli ist könnte bitte aufhören zu dennzen pli ist will bitte aufhören zu jazz pli ist ihr bitte aufhören zu dance a place da haben wir doch mal vernünftiges bild wunderschönes bild dankeschön wie soll man denn fragen beantworten wenn du für uns übernimmt ja sorry dass für mein chat da bin bruder steigt darauf so wir reiten nach ranch jungen kugel zu viele leute zu was habe ich gemacht was habe ich getan tauren sie wieder alle ab weil ich jetzt weiter level ist mir egal geht es mir geht es sehr gut wie groß bist du ich bin knapp 175 bin sehr groß eigentlich das hängt überhaupt nicht ja mal schade machst du nachher noch ein bild wo sind meine freunde leute 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 ne das macht mir jetzt schon wieder aggro so die beiden die ich auf ich nur mache ich wieder weg habe ich verpasst nicht so viel disco level hast du verpasst wie heißt in real julia heißt ich in real julia die lila jetzt sagen würde julia ist das über französisch keine ahnung bestimmt hört sich so an ach verkackt oh no oh no oh no oh no 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 oh no ach ja so mein lieblings rennen nicht außer dieses renn alter es gibt nichts schlimmeres für mich als jetzt hier das barry racing wie immer das heißt ach deswegen julia julia mit baguette ich will das baguette haben in sso was man in seine tasche machen kann voll geil oh guckt sie euch an wie sie durch die barrel dinger durchsleidet alter wow studierst du nicht mache ab oktober eine ausbildung lang spielt sein schon sso seit sechs jahren ungefähr genau ich habe weihnachten angefangen das weiß ich noch da hatten wir weihnachtsbesuchen habe ich das erstmals so gespielt das weiß ich noch ja ziehen wir uns später wieder alle in einer farbe an vielleicht heute weiß mal gucken was später noch abgeht gucke ich ja mal spontan spontan stehen ja mal die meisten sachen wie wir gesehen haben da ich dabei wirklich die ganze nacht wach wo je nach nicht möglich mit mir weiter respekt an dich ja okay ich war jetzt auch bis drei uhr wach wie wirst du darauf gekommen nicht emily zu nennen ich heiße in echt emily einfach geguckt was frei war emily ich wollte einen deutschen namen kam emily bei raus hat jetzt keine bestimmte bedeutung oder sonst was dieser hintergrund bild auf dem handy foto mit meinem freund also so eine collage mittlerweile ist nur noch ein freund ne ob ich dumm ein bild von meinem freund wo er so ein spiegelbild macht ja und wenn man in den home bildschirm geht so eine collage wo mega viele bilder sind was deine katze doch ein mensch ja mir tut es mal leid wenn die rente ich lass sie rennen mit 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 ich habe meinen aus versehen gemacht junge ich habe meine außer sehen nach kunden was soll ich sagen korin geht aber noch finde ich also schlimmere namen wie lida und marie machst du einen so außer den stream so der stream geht bis um halb zwölf ich glaube danach kann ich nicht mehr viel machen i don't fix genau na 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 la 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 lede.co,ure so aha haja jazeitig hopps genommen ne marie 13 million das krinken auf 14 oder selbst nicht ist ist bei euch ach ja ja jetzt geht es auf einmal wollte gerade sagen es ist bei euch aus dass man das letzte rennen immer nie antippen kann warum josh alter wie findest du den namen ilara von 1 bis 10 eigentlich schöner ich finde das jetzt irgendwie die laura ich weiß doch mir hat mal gesagt dass sie die laura heißen habe ich gesagt laura ich habe es so verstanden dass die laura heißt also sie hat gesagt ich bin die laura und da dachte ich so klar also ich bin die laura so wie ich sage ich bin die julia so dachte ich das halt ne meinst du hey laura so bla bla ich weiß nicht weiß nicht wann das war meinte sie so nein die laura ich so du hast die laura ich sie so ja nicht so ich dachte wie gesagt jetzt einfach nur laura so wie ich jetzt sagen würde ich heiß bin die julia so was ich dumm ans meer könig also nichts gegen leute die die laura heißen die laura ist ja mittlerweile auf tik tok schon die laura ist so large ylaria kann sich an wie solaria von rings und rings ist geil deswegen feiere ich den namen emily high alle und lisa ist ein toller name lisa wollte mich meine mom erst nennen lisa oder emma ha fest ist heute noch ja nach dem rennen tatsächlich nach dem rennen wird gequestet hauptquests ja nur noch eine hauptquests und ich muss die rufblocker wegkriegen ich da gar keinen bock drauf alter was soll das ich habe keine bock mehr ich liebe deine lache so dankeschön meine lache etwas merkwürdig ich gehe jetzt ok komm nie wieder bleib weg immer ist ein toller name ja ich wollte mich eigentlich auch ursprünglich in so gerne emma aber wenn man gab es irgendwie nicht renner und lila wollte ich eigentlich ursprünglich heute noch heiraten oder wie war das so moment ich muss mal kurz mein bruder was schreiben die lager emma mcquill nä emily mcquill hat sich irgendwie schon geiler hand emma mcquill es geht noch so aber es ist nicht der name wo ich sage ja 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 kannst du es mal bitte papa schreiben okay geil mein bruder ist eben zurückgekommen und er soll bescheid sagen wenn er da ist weil meine eltern nicht da sind nicht darauf achten muss und mein bruder ist so der verlässt sich immer darauf dass alles von alleine klappt und er nichts dafür tun muss nur so und ja sorry dass ich gerade so geschrien habe mein lord tschüss tschüss rinne sandsee rinne sandsee sowieso warum habe ich dafür zu zwei hundert xp bekommen jetzt wenn wir ihn verarschen noch mal nee das geht mir jetzt richtig auf den sack sind sie den namen finja von 1 bis 10 sehr schön ich finde ja richtig schön der name so heißt jemand in meiner family so heißt die tochter von meiner patentante renaissance bester name als wirklich das ist so lustig wenn man sich manchmal hier die wie heißt es die gesprächsthemen von euch durchliest alter nicht so ich untereinander unterhaltet und mit ad euch so markiert ich bekomme es ja sonst nicht mit also weil ich mir sowas halt nicht durchlese wenn ihr so miteinander schreibt so weiter habe ich ja nichts mit tun kann man sich das manchmal durchlese schon sehr interessant dieses barrel racing an alter besser geht es ja wohl gar nicht mehr ich bin zu löne die mac force also ich habe nichts gegen sie aber sie hat mir auch mal auf insta entfolgt kann was getan habe so ehre wir haben alles kommen jetzt reiten wir nach fg für den namen melina von 1 bis 10 ist eine gute 8 würde ich sagen ja rinne regen genau findest du eigentlich eigentlich emily stoneport mega geil also ihre stimme ist richtig geil ihre videos sind richtig geil ihr fand mir sind richtig geil sie ist sehr sympathisch habe ich nichts gegen bin doch hier videos sehr cool tatsächlich also wen ich wirklich auf youtube gucke spylet flowergarten emily stoneport sap und mira und tatsächlich so leute die ich wirklich gucke bei anderen slide ich manchmal so rein jetzt aber auch nicht wirklich viel ja neben regenrinne ja wenn überhaupt regenrinne korin regenrinne rinne megger da guckte ich diese verkackt ich würde sagen guckte ich diese kurve an kennst du kaddi ja kaddi und sap also sap früher noch wo sie mit fabi zusammen da videos gemacht hat bevor sie sich getrennt haben habe ich immer geguckt wirklich immer selber wirklich so ja naja alter mein bruder nicht schwörs euch ich hab verkackt super weil man freut mich abgelenkt hat geil mein bruder alter ich habe mich so erschrocken gerade mein bruder steht einfach in der tür und flüstert irgendwas ich habe mir gerade passen die hose geschissen zwar ich verkackte davon von vorne anfangen die tür zu gemacht wie alt ist mein bruder wird im september 17 also auch schneider sack sweet home alabama ja voll verkackt alter mein bruder kommt mein bruder mutter im keller und ich wohne ganz ganz oben mit meinen eltern und mein bruder kommt höchstens einmal monat hoch so und deswegen war ich das gerade nicht gewohnt dass ich sage mein bruder steht in meinem zimmer alabama ja muss essen bb meine freunde sei liebts amelie und schild freunde machen wir kommen ja nachher wieder sonst gibt es lack machst du fehlgruppe champi nee kein bock ja kein bock bin ich so champi man girl whatever oh mein vater ah er mal die ganze zeit gerade so schau nach ob dein bruder da ist schau nach dem bruder dass er ist da meine stand gerade in meinem zimmer so kann ich bitte grüßen ich grüße keine leute i'm sorry for that wie alt bis spinn 18 den foto muss um zu pausen stimmt ich vergesse das immer muss gehen hab ct komme aber nachher wieder bei bei macht das tot marie alter hey darf ich es oder zu kommen sehr gerne kennst du horse riding tales wenn ja spät so ist also gehört ja spielt noch niemand nehmen ich hätte mal gerne bock auf neue spiele aber ich weiß nicht welche horrorspiele hätte ich auch bockt aber ich bin mir vielleicht mal jetzt irgendwann was spielen zusammen ich hatte jetzt absolut null zeit jetzt bis auf jetzt die tage ich war jetzt sonst die ganze woche immer underwegs nee 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 lalalala wir sind aber wirklich sehr schnell dran ne wirklich sehr schnell zur not gehen wir ja wenn wir hier nichts mehr zu tun haben oder wir nicht wissen was wir machen sollen was ich jetzt nicht glaube gehen wir auf meinen zweiten account und da haben wir die ganze karte wirklich von quest also daran soll es nicht liegen junge was für mir einmal was für immer alter mit mir hatte ich jetzt erst einmal richtig kontakt wo wir zusammen die videos gemacht haben was für immer und auf whatsapp halt manchmal aber jetzt nicht dass ich jetzt jede sekunde was mit ihr machen so öhh Stephanie meine Lieblings Pferderasse ist es Gold land und das Wind Pferd alles gut Marie ist nichts schlimm Marie schwarz schwarz kein problemchen problem kommst du später irgendwann oder irgendwann sonst server 5 18 jahre alt sehr schön hat es wäre fast er sagte zu meinem video muss ich mir angucken und weg ist es hat er die nachricht zurückgezogen das macht ein hundi so der liegt gerade vor der treppe und schläft server 6 ist offen ja das ist doch mega nice man macht es so eigentlich manchmal server zwei aufnahmen wieder zu hat das irgendwie sinn oder muss ich das nicht verstehen oder man die nur auf wenn genug leute wieder weg sind oder recht hintergrund hat das und warum server 2 können wir erklären ich findest du leonie eigentlich voll sympathisch wie gesagt aber ich ja gerade schon gesagt sieht man irgendwie auf instagram folgt also wieso und jura kann es mal wieder auf server 2 ich bin ich auf server 2 alt und wohnt der ist so voll und dann kommt man wieder nicht rein raus hin und her zurück sind immer server eins und server zwei aber warum das ist der namen so geil deine stimme ist voll angenehm dankeschön gerade richtig auch sehr entspannt und ruhig ich kann auch anders reden so haben wir viel gut fertig kein bock auf viel gut findest mein outfit emily süß hast du noch andere pferde das ist dein einziges pferd sound horst an die host doch du horst auch curly morgen warm blut start poni why not in die gefährde sind auch geil okay wir reiten jetzt zum see weil dort vier youtuber sind die ganze community geht dort in ja ein grund nicht dahin zu wechseln ich hasse dass ich auch nicht gerade ohne grund server 10 gewechselt so mal gewisse person rumlaufen mit den ich nicht auf dem gleichen server sein will einem sorry for this aussage but it is how it is oder was champion bereiten nach kommen wir weitens wenn wir eh schon hier sind kommen wir sprengen den championnats platz look what is happening wir reiten im kreis so ich stelle mich stelle ich mich stelle mich hier hin halleluja so ähm bist mein lieblings youtuberin dankeschön moin pari ist am schlüssel oh jetzt geht's los die pari ist da hallo 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 finde ich süß emily dankeschön grüttchen hallo franz hallo franz moment 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 so jetzt geht die party ab ja klärchen wie viele pferde muss noch ausleveln 25 oder so ich level nie ein pferd aus doch jetzt will ich gerade eins auslernen aber nicht lass ich küsse sein herz habe ich das gerade gesagt was ha ha du lasst sein herz ha hä jetzt habe ich ihn gerade mit herz gesagt ich sage manchmal ich war gerade am handy und da labere ich scheiße wenn ich nicht anwesend bin ich habe gar nicht was ich gesagt habe 20 ja safe weil ich habe über 30 pferde und davon sind ganz viele nicht ausgelabelt live nein ich habe das gesagt ach so hilfe ach so ich dachte ich habe irgendwas gesagt ich dachte gerade ich habe irgendetwas gesagt was ich wieder nicht richtig gemerkt habe ich will mal kurz meine haare angucken alter ist es so ungewohnt krasser scheiß hört auf euch in sie reinzustellen das nervt sie sich ja auch auch alles gut no problem so jetzt will ich mich woanders hinstellen ich bin's amelie queenhof also was sagst du zu dem video ich habe noch nichts geguckt ich bin ja gerade live ich kann mir das angucken wenn ich heute abend im bett liege niemand wirklich niemand emily weiß nicht ob sie was gesagt hat das ist ja wirklich so ouch 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 no one compares your stand oh mein handy hat glaube ich nur noch ein prozent oh es hat nur noch ein prozent warum habe ich mein dingens an so werden die erst mal zum laden geschickt wie lange streamst du schon seit halb sechs halb sechs seit halb sechs minium streamen die abonniert ich danke emily kann ich in einen club der club ist unaktiv welche haarfarbe also ich hatte bis jetzt heute blonde haare und ich habe mir die vorhin dunkelbrauen wieder zurückgefärbt ich habe von naturs dunkelbrauen haare weil wie soll ich das sagen ich habe mir die halt blond gefärbt und wenn meine dunkle haare sehr doll auffällt gehen geht halt die haarstruktur voll kaputt und die werden trocken und du kannst die richtig schlecht auskämen die fallen aus also brechen dich hart ab wenn du die durchkernst oder generell und was noch ja ich schläft meine haare halt jeden tag und das macht die nochmal doppelt und dreifach kaputt und jetzt fühlen sich endlich an ein bisschen wieder wie normale haare die waren wirklich echt dolle kaputt und sträuch und alles einfach ja jetzt sieht es wieder schön aus meine laune war vorher voll am ass aber jetzt geht es wieder ein bisschen sehr schön das freut mich hallo jenna 140 likes danke und einen daumen runter der ehrenmann oder die ehrenfrau vielen dank an dich hast du lange haare ja schon bist du über die brust schon ich bin grad im auto sind 12 24 losgefahren und kommen in eine halbe stunden an rip an mich und mein po oh ey schlur das tut so weh das tut richtig weh wenn man so lange im auto sitzt ey richtig schlimm look at this people wow so fucking fucking ich würd grad sagen so fucking much aber ich will das nicht sagen so freaking much oh wer ist denn hier so ganz in pink quinn ist ganz in pink quinn sieht sehr geil aus komm wir inspizieren jetzt mal quinn bohrt quinn viele alter die sind alle ausgelevelt alter alle level 1 manche davon alter guck dich das mal bitte an wie geil quinn wenn du gerade anwesend bist schreib mal in den stars der wird dein herz ist ja geil irony ist auch ein geiler Name indigo auch ein geiler Name ich wollte grad fucking sagen ja ich wollte grad wirklich fucking sagen ist ja geil wie kann man so viele geile Pferde ausgelevelt haben er sieht noch so richtig aus als hätte der so richtig viele Pferde ausgelevelt rinne komm wir inspizieren rinne jetzt rinne warum ist dein Pferd auf level 1 erst hä ach rinne da geht aber noch was ne aber du hast schon mal mehr Pferde ausgelevelt als ich wow ja bin da geil I have you inspiziert gerade bist du dumm du sagst doch 24 7 ich sag nie fucking in meinem Stream oder wenn ja dann sag ich's unbewusst I'm sorry ich liebe es mich dass der Charaktere anzuziehen anzuziehen wahrscheinlich weil mein zweiter kommt bin ich noch so ich weiß nicht was ich da mir für eine Frisur machen sollen Gesicht und alles ich hätte Bock da mal irgendwas umzuändern deswegen gucke ich mir mal gerne andere people an und joa ey guck mal insel ich hab dir eine story event pinnen können sie ihn dann zu mir auf meinem pc ne spinne ich kann grad nicht mein Handy lädt gerade an meinem Bett und das ist ein bisschen weiter weg ich will kurz hier sitzen bleiben oh wir sind Wettbewerbsgruppe 2 ist Rinne da nein Männer oh guckt's euch alle an Lina in Lina sag ich schon alter Rinne echt wups ist mir nicht aufgefallen Grey Park ist auch ein geiler Nachname mit alle so viele Pferde alter das ist so krass Elvira alter I want to Emily Oak Moon bin Gruppe 1 geil bin 2 ja die müssen aber nochmal ausgelabelt werden hier du mega okay Leute es geht los ich kann mich jetzt kurz nicht auf den Chat konzentrieren jala ich bin mit diesem Pferd noch nicht mal schnell oder okay geht mal sehen wie es wird es läuft sehr gut aber das Champion hat kann ich eigentlich nicht deswegen ja da kommen sie auch schon ich will mich nicht umdrehen weil das macht mir Angst immer schön klein die Korven meine Freund und Freundes wir konnten da angeritten ja die hat ein Araber was juckt mich das auch klar dass sie dann vor mir ist etwa so klar naja wie kann die die Kurve so klein nehmen und ich muss da so riesen mal drüber springen was glaube ich für eine scheiße wieder alter Hilfe ich hasse Championate das ist genau der Grund wieso ich mir das nie antue weil mein Herz da auch hat wie eine weiß ich nicht er hat mich dann ignoriert oder wer ist denn hier wer ist branden bin space light was ist branden bin space light wie werden wir das ausgesprochen braunen branden branchen brandenburger tor i don't know hier kommen diese klöpfe runter diese holz klöpfe bismillah hilfe wer ist nah hinter mir ey geh weg nein das darf nicht wahr sein ich muss heulen oh nein 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 einfach nein das haben sich gerade 130 leute angesehen wie ich mir ja nein warum bad scheiße ey deswegen reite ich keine Championate ist mir auch passiert ja weg hier ich will hier nicht mehr sein deswegen reite ich keine Championate Championate mich aufregen und ich keine Lust habe auf Championate wir gehen zum Bayley Manu so Leute es wird doch nichts mehr mit dem Stream heute ist das wirklich so so Leute das Wasser mit dem Stream ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oh man ey ich will nicht lachen ist mir nämlich auch schon x-mal passiert Alter Manu wo ist denn der scheiß See da warum lieb's ja ne ich lieb's nicht Leute wegen der dummen Baggerschau für den zweiten Verkackt mann ich hasse Championate Alter ich hasse Championate oh man oh hallo ja Andersson soll ich mir jetzt ne Suppe gönnen oh ich will auch ne Suppe ich hole schon auch schnell an das Fährt bei Mainz ausgelabelt es macht das alles gut so ich kann mir jetzt lachen nicht verknallen ja du bist richtig frech alter Pari geh doch zu na ok ich sag nix äh Rinder Marie ha ha wie viele Pferde hast du denn so keine Ahnung 5 35 oder so ich weiß nicht ich bin in den Videos rückwärts in die Fahne reingeritten ahhh ich bin aber auch schon mal rückwärts irgendwo rein ich will auch ne Suppe mach das Lena ha I want a Suppe too I want a Soup now ich geh jetzt Lasagne essen wieso geht ihr jetzt alle essen ha ok ich sag nix stille warum geht ihr jetzt alle essen ich will auch essen ich bin alleine mir macht keiner essen gönnen wir gleich Burger King ich will auch I'm lonely I'm so lonely ich hab grad noch nicht mal Hunger aber hab's trotzdem auch gelangen haben die anderen was zu lachen sehr schön I have nobody for my own ich komme in einer Stunde on yay sehr schön komme auch nachher rein wenn meine Freundin gegangen ist sie wie gestern hast du Reis gegessen ja ah der war aber recht geil ich hab gestern Reis gegessen tatsächlich stimmt wo ich angefangen hab zu streamen hab ich gestern Reis gegessen wie alt bist du ich bin 18 vor allem S-Max und dann sind super perfekt ich höre ich es gerade im Moment so schlimm wirklich ich fühle mich auch gerade überhaupt nicht gesund oder fröhlich oder motivated für irgendwas also wirklich gar nicht wirklich null ganz merkwürdig auch Rinne hat sich neues Outfit angezogen Rinne ist hübsch sei wie Rinne hab Anfang des Streams Hot Dogs gegessen oh ich will auch warum weshalb warum ist die Banane krumm ich will auch Hot Dogs kann mir werden so ein Hot Dog von Ikea bringen richtig geil so die Ikea Hot Dogs Alter boah wisst ihr worauf ich mich richtig freue ne wenn ich ausziehe irgendwann im September ich werde so fett zu Ikea fahren und meine Wohnung einrichten ihr werdet es mir nicht glauben vor allem die Wohnung ist halt komplett leer man muss sie einmal neu einrichten Sofa, Bett, alles ich freue mich da so drauf ihr wisst nicht wie sehr ich habe erstmal von den Eltern von meinem Freund zum Abschluss als Geschenk so eine 40 Euro Ikea Gutschein bekommen verschissen ich mache mir jetzt China nur den uff hätte jetzt auch voll aber kann mir sogar unten oh ja kann ich vielleicht machen früher gehe nach Ikea um Möbel zu bekommen gehe jetzt nach Ikea um zu essen machen ganz viele tatsächlich die gehen nur zu Ikea um zu essen richtig geil ne aber ich bin was Ikea angeht ich könnte an den ganzen Tag bleiben man wirklich den ganzen Tag boah ich glaube ich frage mein Freund mal irgendwann ob wir zusammen zu Ikea können einfach nur so für einen Flex ich liebe es zu Ikea zu gehen ich liebe das so krass hart so mega krass hart alter ihr könnt es mir nicht glauben meine Schwester zieht im September auch aus ja alle ziehen aus so alle warten mal wieder nur auf mich weil ich reingeschissen hab ach nee was mach ich denn hier so ähm hallo Linda ey ich schwöre wir sind so gleich Emily so außer Männergeschmack echt ja Männergeschmack du guck dir mal meinen Freund an du oder ne wirst du aber sehen du na Spaß aber ja kann gut möglich sein du Lonnie I'm so lonely naja hallo sieste das kann Lila eigentlich aussprechen dieses ist doch französisch oder Lonnie ein paar Haustiere ja ein Hund der hat man auch vorhin im Stream gehört ich bist so zu YouTube gekommen äh keine Ahnung ich hab was heißt ich hab ich wollte immer YouTube machen weil ich da irgendwie Bock drauf hatte äh ich wollte halt immer irgendwas haben so so ein Hobby was ich gerne mache was man so natürlich von zu Hause machen kann und dann hab ich SSO gespielt und dann hab ich irgendwann SSO nicht mehr gespielt weil ich keine Motivation mehr hatte weil es mir auch keinen Spaß mehr gemacht hat und ich weiß auch nicht ob ich SSO so intensiv spielen würde würde ich kein YouTube machen und dann irgendwann dachte ich mir so joa mach ich YouTube nja wie heißt dein Hund Buschel bei Dunkelbrauch bei Großbeil etwas dünner und so weiter ich bin nicht dünn also ich bin nicht jetzt richtig mega dünn ich bin durchschnittlich würde ich sagen ich bin nicht dünn ich bin nicht dick ich bin die Mitte sie hat RPS angefangen was ist das das ist RPS das habe ich nie gehört in meinem Leben alle wissen jetzt wieder was das ist außer ich man ich hab mir meine Haare vorhin gefärbt die ganze Farbe ist auf meine Hände meine ganze Hand ist braun man sieht aus als hätte ich mal fett in Kot reingekrapscht ups hallo Lottischnitte Gottchen Lottischnitte hallo meine Welt hallo 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 Alma Alter boh ich röte doch Roleplays achso ne ach doch nein Roleplay war nicht mein erstes Video mein allererstes Video ist auch noch online nur das Roleplay Video habe ich wieder offline genommen mein erstes Video war tatsächlich auch das was mein erstes Video hier ist no lonely drin ist so lonely she has nobody for her own oh warum singe ich eigentlich immer ich singe immer früher in einer Klasse bei mir haben sich mal alle bei den Lehrern beschwert dass ich immer so wenn alles ruhig ist so immer so vor mich her summe ganz komisch äh muss wer kommen vielleicht später wieder bye bye ciao ciao schön dass du da wärst und joa nimmst du da Bescheid danke bitte immer wieder gerne dieses Flaggenrennen dahin will ich nicht machen das juckt mich nicht das bringt mir nichts brauche ich nicht weg damit so gehen wir jetzt hin ach Observatorium können wir noch da habe ich erst eine Renn freigeschaltet da habe ich mir keinen Bock drauf wo muss ich denn jetzt hin ja ja laheim also Sunfield Sonnenfeld Familie Sunfield 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 ähm ich versuche seit einer halben Stunde die Einzelnen nach zwei Minuten erzählen boah als ob wann liegt das I don't know muss auf bye bye ciao ciao so Leute wir reiten wir reiten zum Rennen uh was gibt es denn hier eigentlich für Pferde ach ja hier gibt es die den wollte ich mir maybe kaufen und den vielleicht noch mal sehen oder den finde ich auch geil ne den finde ich nicht geil den finde ich geil ha boah ich habe zwar schon einen aber der ist auch schön ich habe den schwarzen tatsächlich den schwarzen finde ich auch am schönsten wo der Rest I don't know ich kann mir gleich ziehen noch ein lila outfit da macht das ähm ich habe jetzt schon alle Quests gemacht was soll ich machen das ist schlecht I don't know boah das ist mir hier auch ein Rätsel boah ich bin dann so müde alter boah ne der ist hässlich weißt du was Rinne leck mich doch Spaß wir sind mir doch Wurst sie sagt zu mir wir sind gleich man sieht's hm ich habe den schwarzen ja den habe ich auch schnell 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 meinte ich kriege den morgen ausgelevelt morgen oder übermorgen save aber morgen meinte ich krieg morgen mein mini ausgelevelt meint er oder meint er es nett was ist eigentlich mit Bianca die ganze Zeit Bianca lockt sich die ganze Zeit ein und aus hm warum gucken mir gerade 100 Leute zu und gefühlt 5 Leute schreiben die ganze Zeit was rein wo seid ihr alle schreibt mal bitte alle ein Herz rein wenn ihr alle anwesend seid da würde ich mich jetzt mega drüber freuen nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö supi da kommen sie rein die herzen ja ja in damianus zimmer da wäre es jetzt gerne schäfer du willst irgendwann wirklich in seinem zimmer liegen das wäre voll krass und sich mal geben ich habe gerade erst von meinem momen bekommen geil da schreiben sie alle herzen rein look at this hi emily hi claudia welches fährt sich level in emily ist denn das stefanie wieder inspizieren startpony denn morgen wenn morgen kannst du gerne der will ich wette mit dir du bist ganz ein richtiger fanny so ein fan von ihm richtig krass haben würdest du den in echt sehen zu würden echt berühren oder mit dem kommunizieren du willst sie so vor lauter schiss in die hose klacken das werde ich mit dir ich werde das richtig respekt vor dem alter ich werde es mit dir so hart ich will auch essen ja ich will auch ich habe keinen hunger ich werde mit dir du willst sie richtig hart in deine books pissen sie sind hier quasi was mein club ist das great barons kennig mein pc macht ein update und ich kann nicht und das ist schlecht ihr hast recht ja siehst du ich habe recht ich habe immer recht mein spaß aber ich mir vorstellen ich kann es mir sehr gut vorstellen wie alle so meinen namen deutscher sprechen ich so alle pließen englisch sophie straw und sophie straw hunter so naja sophie sowie ist jetzt irgendwie sowie dankeschön kein problem wer ist das nochmals stefanie no problem siehst du mich halte wie hier aber wie laut fällt auch musik wo leid ich lang auch scheiße weiß denn lang gucke ich gleich die denken sie jetzt alle so bereitet die alle wieder lange und verkackt wenn ich youtube an echt sehen würde ich werde mich genauso verhalten wie sonst etwas angespannt aber ihr seid auch nur menschen wo leute die wird mich weil sie nicht wie sehe ich in echt aus braune lang haare brauchen augenbrauen sehr groß durchschnittlicher körperbau ihr aber ich schwöre es euch ich bin in echt so ein schüchterner mensch ich bin nur hier so offen ich ich weiß nicht wie das heißt aber ich kriege richtig panik wenn ich unter panik wenn ich unter ganz vielen menschen bin ich fühle mich da unwohl ich fühle mich nicht wohl ich hasse es mit meinem hund gassi zu gehen weil ich dann weiß so okay ich könnte ich weiß wie das heißt oder was das ist aber ich weiß dann so okay ich könnte irgendwelche menschen treffen muss mich dann mit denen unterhalten so das stellt mich richtig unter druck ich kann das gar nicht ab ich weiß nicht was das ist aber ich kriege richtig so panik so wenn ich nicht panik aber ich fühle mich unwohl wenn ich unter vielen menschen bin wenn jemand da ist mit mir kein problem aber zum beispiel wenn ich irgendwelche fremden menschen zum beispiel in irgendwelchen läden was fragen muss kann ich auch ausrasten kann ich gar nicht ab kann ich null ab ist gar nicht mein ding kann ich nicht ich hatte bis vor ein paar wochen auch noch richtig probleme wo anzurufen das habe ich immer noch zwar aber jetzt nicht mehr so hart ich kann sowas nicht irgendwie sowas ist aber naja ich konnte auch früher nicht alleine bus fahren weil ich das nicht ab kann ganz schlimm ich bin genauso ja ganz komisch doreen ja ich sehe dich sehr schönes outfit doreen ich würde so gerne ein bisschen was mir ich würde gerne so mal joggen gehen aber ich trau mich das nicht weil ich das nicht abkann wenn mich andere leute die ganze zeit angucken also ich weiß nicht was mir denke dass mich andere leute ganze zeit angucken aber ich kann ich will so gern einmal wirklich joggen gehen aber ich kann es nicht weil ich mir selber so sagen nee ich habe keinen bock dass irgendwelche leute da die ganze zeit sind ich kann das nicht ab ich weiß nicht was das ist ganz schlimm reizt und echt nee welchem bundesland wohnst wenn ich fragen darf in niedersachsen bin back sehr schön ich rufe jeden an junge habe letzt in der pizzerien rufen weil etwas nicht sehr höflicher und du bist glaube ich auch so ein richtig direkter mensch so wie ich jetzt von dir alles mitbekommen habe so ich so ja ich hoffe jetzt in der pizzeria naja ich bestelle mir eine pizza salami so kann ich mir vorstellen alter so richtig laut kennt ihr diese leute in der klasse die so richtig laut sind also richtig laut so kann ich vorstellen mein tag bitte ich fühle mit dir geht mir genauso ich bin einfach menschenscheu na und das wird für mich ich glaube ich lerne das ab da so ein bisschen für mich wird das ganz schlimm glaube ich so die ersten drei monate so wenn ich jetzt halt ausziehe und in der stadt bin in der ich mich nicht auskenne und eine ausbildung anfangen wo leute sind die ich nicht kenne oder ja wo ich noch keinen kenne das wird für mich ganz schlimm die erste zeit das weiß ich jetzt schon ich wohne auch in niedersachsen panisch moment ist wenn du mit der mutter so im einkaufszentrum bürsten lehren einfach so da sind mir schon mal persönlich wollen einfach eltern spricht alter ist mir auch schon so oft passiert das ist so peinlich ne trigger waren es könnte eventuell eine persönlichkeitsstörung also ja so wie du das jetzt beschreibst aber persönlichkeitsstörung was ist das es ist doch so wenn man eine störung mit seiner persönlichkeit hat aber das ist doch sowas rindeform an dieses social blablabla anxiety wie heißt das so irgendwie wenn man wenn man halt so panik kriegt wenn man unter vielen leuten dass ich wäre jetzt auch eigentlich morgen voll gerne mal in die stadt gefahren aber erstens habe ich kein geld aber ich kann es nicht ab wenn ich unter vielen leuten bin alleine panik wirklich kann man es nicht ich weiß nicht wieso es ist mir total unangenehm so schön eng city jetzt wie man es ausspricht ja was sie gleich irgendwo anzurufen die menschen nicht zu 100 prozent kennen ich finde das ganz schlimm ich musste jetzt letztens rum anrufen wegen nebenjob wo übrigens keiner gesagt hat dass man nicht haben will und das war auch sehr schön auf jeden fall ich sagte ich habe ich habe ich habe richtig angst also ich will da nicht anrufen das sage ich immer richtig komisch ich habe das auch ja soziale phobie ich weiß nicht ob das das ist ich war auch das ist jetzt voll so private so mega ich war auch mal beim therapeuten wo ich bisschen jünger war aber er hat er mich nicht ich mache jetzt ein kanal zu abonnieren dankeschön hat er mir nicht so geholfen ich weiß auch nicht wieso der wollte mir so richtig strange sachen machen so zusammen bus fahren und alles und so dass ich alleine in den kaffee gehe das war so nee danke das hilft mir absolut nicht weiter ganz merkwürdig und also weiß nicht wie das weg geht ich kann keinen aufzug fahren auf ne junge echt nicht und ein aufzug ist auch ein bisschen menschen sind natürlich creepy ja vor allen dingen menschen sind creepy wenn sie sich die ganze zeit angucken so lassen mich doch einfach in frieden ich sitze irgendwo esse was und junge erst jetzt am wochenende ich sitze mit meinen eltern es war's und er guckt ganz halt so der war safe fast 50 guckt mich die ganze zeit an alter wirklich die ganze zeit und ich denke mir so lass mich doch in frieden meine pizza essen so richtig lass mich und immer dieses oder wenn man an der straße angeht oder also geht zu ganz normalen dann wird man so angehubt ich könnte im strahl kotzen ich kann ich kann sowas nicht wenn man fehlen so circa auf zwei quadratmeter oder wieder sind oft mehr kochisch ist ja nie also so wenn man so eng mit leuten so aufeinander steht juckt mich nicht krone vibes aber wenn man ich mag das halt nicht irgendwie angesprochen zu werden oder in situationen so reingebracht zu werden wo ich nicht weiß was ich machen soll das ist so und das mag ich nicht ich habe es wenn ich nicht weiß was auf mich zukommt ich hasse 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 das ist was von mir ist ganz schlimm ich könnte jetzt schon kotzen wenn ich an meinen ersten ausbildungstag denke weil ich mir so denke ich weiß nicht was auf mich zukommt und einfach alles so ne sitze im bus und alle menschen so ja aber wenn ich im bus bin wie soll ich sagen da gucke ich auch einfach in die gegend weil jetzt wo soll ich hingucken soll ich mir okay ich gucke auf mein handy so aber wo soll man da groß hingucken im bus so wissen es ist noch nicht mal 20 uhr alter das habe ich mir hierbei gedacht bis halb zwölf junge emily was soll ich für ein pferd leveln sympathisch ja keine ahnung ich weiß nicht was du für pferde hast erster tag nach den ferien einfach angst nee das juckt mich nicht hatte mal so meine drei mädels zusammen heiteln gegangen reingegangen oder kennt ihr das wenn die so rausgeworfen worden ich wurde meinem leben stimmt 50 mal rausgeworfen ich wurde immer rausgeworfen wo ich noch nicht mal groß was gemacht hat deswegen ist das in den letzten zwei meinen richtigen schuljahren saß mit dem rücken zu den lehrern und da wurde ich immer rausgeworfen weil die dachten also ich mache was obwohl ich gar nichts gemacht habe und dann wurde ich rausgeschmissen und dann dieses wieder reinkommen jeder guckt dich an ich würde ich könnte jedes mal wirklich nee aber absolut peinlich ganz schlimm ich werde immer anguckt oder jungs schreien so schön ich denke mir ich habe eine freundin lass mich in friedmann ich könnte heulen naja voll komisch junge ich bin noch durchgeritten mach nicht so ganz komisch die wollen halt einfach nur deine aufmerksamkeit richtig merkwürdig erster tag nach den ferien stehe an der bus mit main skin polio und darunter alle so geile hose dazu und seine geile geile hose dazu lol ja du schickst mir mal wieder von dein polis 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 ich habe keinen bock new hillcrest zu machen mal jetzt auch nicht machen nur südhof redwood mainheim ich mache nie irgendwie nur hier christ weiß aber nicht wieso ich feiere die rennen ist nicht ach wo reite ich denn schon wieder hier nicht du die ups ich bin vor den fetten umweg geritten es tut mir leid es tut mir leid ich bin einen sehr fetten umweg geritten ein wirklich sehr fetten alter ich bin jetzt schon fast ein wie soll ich das bis halb elf durchhalten er bis halb zwölf wie lange geht schon der stream der stream geht seit halb sie halb sechs wo seid ihr in jahle heim in jahle heim wie mein freund sagt jemand so einen fetten umweg geritten alter es gibt keinen fetteren umweg als den den ich gerade weiter hallo scheierhorst wie läuft denn das alter wir reiten nach südhof haben südhof 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 wieso fragt euch alle welches pferde ihr euch als dieses kommen sollt kauft euch finden pferde und goldland ponys ich bleibe bis zum ende dabei ich verspreche danke ich bin so ein dummer mensch so ich muss mal gleich mein handy wiederholen hallo 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 ich weiß dass emily so ein netter mensch ist oder das ist ja süß danke englisch vollblut in dunkelbraun da hat sowas für blut alter weil du vollblut auseinander geschrieben hast ich mal das outfit von mir in renne an es matcht sich so voll von den farben merkel merke merke nice warum reitest du so lange weiß was habe ich getan was machst du nach dem level meine haupt quest möchte ich kurz machen und dann keine ahnung gar kein plan ach ins dinotal wollte ich auch noch da mache ich heute meinen ruf nämlich voll dann gehe ich kurz genau danach gehe ich kurz dinotal mache den ruf voll und ja emily was kannst du eigentlich wenig ganz wenig kann ich ich bin ein mensch der nicht viel kann ich hasse dinotal ja ich auch aber ich bin jetzt eigentlich nachher fertig Junge macht doch jetzt nicht diesen da reitet sie die marie marie mundiur marie mundiur alter hast du schon archäologie ich glaube schon ja oder ich glaube schon keine ahnung ich weiß das immer alles nicht ich bin dazu lust mach nicht den mann ich will doch einmal nur hier in frieden meine renn reiten du bist krass ja ich bin richtig krass ein krasser als krass in der inbegriff von krassen und schwarz wenigstens kann es irgendwas ich kann nichts so schon die quark leute wir gehen nach ein sieg lieh ein sieg lieh wissen das bitte das ein sieg ist sehr schön ich liebe dass sie nur teil also sie quest da bekommt man also viel ruf xp und ja es ist wirklich so bei der dino teil ruf ding und kommt man so viel bei der dino teil quest quest bekommt man sehr viel ruf ja so mein ich war b ist live das freut uns doch alle für b das freut uns alle für b sei wie b ach das wird mich relativ wenig ich gucke mir gerade sehr geile outfits an wartet mal bitte ganz kurz das muss mir jetzt kurz angucken ich geld auf meinem konto mein bruder nicht wie b bliesmann ich bin so pleite ich bin der mutter von pleite egal sei julia sei pleite nein ich folge so jemanden hauslieferung will ich doch haben du ort kopf warte ich mal ganz kurz bitte moment ich kaufe gerade ein oberteil von einer instagramerin die gerade was auf vintage hochgeladen hat die ich sehr feier und das oberteil gefällt mir sehr und deswegen werde ich es jetzt feiern äh kaufen ups deutsch läuft bei mir sabi behalte den stream einfach aus ach leute habt ihr stress mit b nee aber ich will nicht über das thema reden alter i don't want please not hört auf über b zu ich rede hier gar nicht über sie alter ich bin hier gerade am shoppen nebenbei leute was soll ich machen ich bin nicht so jemand der sowas so raus kitzelt oder raus hinaus zögert was weiß ich was auch immer ich gerade eben wieder laber alter hallo warum muss ich jetzt gerade hängen warum hallo mann ich will mir doch nur das oberteil kaufen oh ne leute ich muss kurz warten das geht mir jetzt hier auf meine so 20 euro möchte ich überweisen prüfen fertig ten jetzt gehe ich auf die app ja bruder dann öffne die app doch da so ha 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 ob bitte 0 7 5 1 6 60 5 1 6 6 0 7 5 1 6 6 0 7 5 1 6 6 so tolles richtig sein ich habe mich versprochen und sorry andere pleite ich würde mir noch mal ganz kurz angucken hässlich nein mag ich nicht mag ich nicht mag ich nicht mag ich nicht mag ich das mag ich das möchte ich haben ja oder es ist meine größe 38 doch das ist meine größe das ist sowas von oberstein sich jetzt kaufen doch ich kaufe mir das kaufen leute ich möchte hauslieferung genau hauslieferung eines der werktage versandadresse julia ich bin gleich wieder da leute ich muss kurz ich muss kurz was habe ich denn jetzt gemacht ach so ich dachte gerade paypal ja leute durch paypal ach so hey hey warum 30 euro 94 sind die bescheuert nee das mache ich nicht für 30 euro oder soll ich für 30 euro machen 6 euro versandt ne 4 euro versandt jungen wie alle zu ihr gehen ich kann kotzen fünf leute sind zu ihr gegangen das verdruckt mich wurde das juking me paypal ja hauslieferung ja hauslieferung möchte ich dpd klasse juckt ein dpd nene dpd ist doch zuverlässig oder mein vollwaren 220 ach wisst ihr was es juckt mich sowas von gar nicht was juckt mich es juckt mich so null hallo paypal lad doch bitte ich bin gleich da ich muss kurz was bezahlen ich darf hier wirklich 30 euro ausgeben ja ich tue es einfach ich habe gerade so ein ohrbaum alter hallo monty to every girl i love before wie lange geht das stream noch bis um halb elf halb zwölf hallo jungen am bägen bägen juhu und kommt drinne ah ja weiter wir haben ihn ein sicherheitscode geschickt 5 3 8 0 1 7 irgendein nachbar von mir ist irgendwie opernsänger der trillert hier vor sich hin ich kann kotzen echt scheiße ich würde mich umbringen ich habe doch meine identität bestätigt ja okay dann halt nicht schließen dann halt nicht dann ist es deins dann bleibt es auch deins brauche ich nicht so leute es geht weiter ich will kurz eine sache abchecken alter ich könnte schon wieder ich könnte schon wieder alles voll kotzen na ja ich ja moment hey dieses sagt mir noch einmal der ist nicht hot oder was doch der ist nicht hot wir machen die rennen zu ende wie max rennt zu ende und dann mache ich kurz mein daily im dino teil da mache ich meine haupt quest dann können wir keine augen gucken ob wir geile pferde finden aber shoppen wollen irgendwie sowas irgendwie sowas machen wir dann freunde schreibt immer geile pferde rein aber nicht wirklich diese standard dinge nicht ach aber nicht irgendwie so pferde wirklich die keiner hat aber die irgendwie geil sind sowas junge ich gehe gleich raus wie gleich wenn ihr so weitermacht tja drinne was soll ich tun 5 zu 5 ok ok naja muss ich mal gucken was wir gleich tun ich habe bock star coins zu verschwenden aber ich will nicht hier habe ich white horse die das sind doch die wild pferde neos polni ups das grau hier finde ich tatsächlich ganz nice den dunkelbraun hatte ich meinen finde ich auch sehr sehr nice den schwarzen geht auch aber jetzt nicht so die pferde wo ich sagen würde ja das ist es ich gehe jetzt aufs klo macht das viel spaß beim ja was auch immer ach ja am bägen 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 juhu was ist hier fahr so um madison ist auch ein schöner name ich gerade gesehen warum man da gerade madison hieß und englisches vollblut unterm po hatte ach das singt sie aber ein lied von denen mein freund feiert dieses lied sehr wenn wir das anmachen im autoricht hat er mal so am bägen wirklich der feiert das sehr junge hallo silke ich liebe es wenn du shoppen aber dann muss ich auch mal shoppen und wer da das ist schlecht ich könnte heute wo sie warum nina kug auf insta junge ich könnte heulen junge sache wo steht doreen selbst meine mutter hat heute aus ich mache so in meinen nacken verdrängt verdrängt wahrscheinlich verdreht strg 0 164 ok 0 164 aber nicht die zahlen oben sondern die zahlen ganz rechts an der tastatur genau ich weiß noch wo hier retro draus kam alter weil dieses jahr ging die lucia alt 15 ja oder so ich komme gleich wieder mäuse alles gut ach man alter rinne marie ich könnte ja schon wieder gerade offline gehen ich habe wieder älter nähe jetzt ließ die nachricht was für eine nachricht denn ich oder wer höre die eigentlich ton im game also den game ton oder weil ich hätte gern hier ein bisschen ton an so ich habe auf deine insta dinge geantwortet muss essen aber pizza ist ja schlimm ich komme auch gleich alles gut ist eine pizza und geht alle zu b ach i'm sorry i'm so fricken sorry for that nur die tastatur ok 174 likes krass ja ach genau erstmal fett gegen baumstamm ich die einzige die level mag nein jetzt ich würde doch noch was schreiben nee ich streame da habe ich keine zeit für dich spaß späßchen hieschen hier ist eine schlange there is a snake in the wood look at the snake sei wie die schlange guck mal wie die geht oder wie die schlängelt wild ich höre keinen ton naja ok eben wie wir in der ersten generation oder blablabla nee aber mir gibt es im moment keine pferde so die ich feier also wenn ich will nach New Hillcrest die Lipizzana in den schwarzen wollte ich mir vielleicht noch holen naja radadada warum haben die denn damit nicht den Eurovision Song Contest gewonnen das ist doch das Megalied achso weil es nicht von denen ist so original ne weil das Original von wem anders ist hey und jetzt gehe ich vielleicht geh doch verschwinde doch können wir den Trail Rit machen stimmt könnte ich eigentlich nochmal machen aber irgendwie nee hab ich gar nicht gemacht wäre mir nicht so Bock drauf jawolle erstmal dagegen reiten so oh lol Rowan neues Rennen saß da äh machst du gleich Champ nee ich mach jetzt hier ein neues Rennen miau was hältst du von den NSK also das nordschwedische Kaltblüter was ist das irgendwelche Kaltblüter sind die das oh hier ist ein fetter Hase guck jetzt Insta Mädchen ich reite gerade ein Rennen wie soll ich auf Insta gucken hab ich irgendwie bin ich irgendwie multitasking fähig oder irgendwie sonst irgendwas denn da hier ist ein Bär äh Bär cutes Pony dankeschön oje der Bär hat sich auf die beiden Hintervoten gestellt alter Schwede am Becken am Becken ich darf nicht anfangen zu singen dann kommt zu singen dann kommt Rinne wieder mit ihren Insta-Bildern alter ich hab gar keinen Bock drauf hallo Tinker nee hab ich schon noch Mädchen reite doch bitte oh weiße ich reite das Rennen gerade zum ersten Mal denkt ihr irgendwie ich weiß wo es hier lang geht nein oh wisst das wäre jetzt eigentlich das unbeliebte Pferd in SSO gar keinen Plan vielleicht die Ponys Generation 1 keine Ahnung I don't know I don't know I don't know I don't I don't Leute ich will mal ganz kurz was beobachten auf meinem Handy ach du scheiße ach du scheiße ey Junge ich muss kurz was ey Leute so Rennen beendet Mavarini ich weiß nicht welche Pferde ich mir hätte kaufen können oder sonst was I don't know wirklich gar keinen Plan sie kann nicht alles machen nee kann ich auch nicht ich bin nicht so multitaskingfähig Leute I don't know aber wir gehen danach machen wir kurz die Quest und dann gucken wir mal dass wir irgendwie in Shoppen gehen oder Scheiße bauen oder sonst irgendetwas in dieser Art und Weise wir werden sehen wir werden sehen was ist jetzt hell no oh scheiße muss essen kommen wir nachher wieder alles gut wie lang streamt die schon die streamt schon seit halb sechs bis um halb zwölf geht der stream jawollo aua but why öffne doch ein McDonalds bei Steve wie geht das was ist das was macht man da wollten wir nicht eigentlich noch heiraten hat das nicht irgendwer gesagt lila wenn ihr euch nicht irgendwie noch verloben oder vermehlen irgendwas war da nicht irgendwas I don't know I don't know I don't I don't I don't know hier rennhörscher oder rehe oder was auch immer das sein soll bambis och man ich will doch ich hasse es ich hasse es ich hasse es lila ist ja weg sie sagt ja sie hat keine Zeit ach sie hat keine Zeit für eure Hochzeit na das ist ja mal mega wild das ist ja mal richtig nice egal ich heirate zur Not Marie aber am liebsten einfach Damiano nur dass sie niemals kriegen Edis wie süß Junge Alter boah ich könnte schon wieder ausrasten Rinne ey es geht mir nur noch auf die Eier Alter wie geht's dem ja mir geht's super mir geht's bombastisch so wie geht's noch nach Mänheim und dann Mänheim genau Mänheimer ich seh den vielleicht bei hä was war das denn ein Bild von deiner Freundin von deiner von seiner oder wat von seiner als ob er eine Freundin hat ähm Mänheim hä wo ist denn Mänheim bin ich blind Mänheim Mänheim so ich mal ganz kurz gucken was mein Hund macht Moment ich bin ich bin see ja guck insta ja moment alter schwöre leute ich habe gerade wieder absolut gar keinen bock näherin spreche ich nicht das ansprechen wir bin ich die behinderte und ich hätte keinen bock drauf und es nervt mich nur noch einfach und keine ahnung ich kann auch schon wieder echt aufhören weil ich einfach wieder null bock hat also wirklich so null ich will keine outfits gerade bewerten alter ich will gerade einfach nur hier machen wo ist denn dieses scheiß rennen jetzt da ich bin ein bisschen was ist denn los da kann sich ansprechen weil ich sonst wieder die bin die als ich nicht keinen plan habe ich kein bock drauf erst recht nicht wenn der stream online bleibt ja wohl so an die nicht heißt koren moment lalalalalala einmal hier rüber und einmal da unten hin und einmal darüber hin ich dachte das ist ein echtes pferd also von jemanden und wir gehen dahin und wir haben alle pizze gefangen so leute warum schreibt gerade absolut gar keiner was rein kannst du anpinne ich bin nur so sachen an die wichtig sind wie viele abonnenten haben ja eigentlich weiß ich gar nicht mehr how much abonnenten du her warum wohl lol i love you danke oh geil noch zehn abonnenten haben wir 3500 krasser scheiß es gibt viel weniger zuschauer ja man frage sich wieso weil gerade sorry es geht mir mal so auf den sack weil gerade eine person mal wieder stream weil es will ja so klar war wenn ich streame dass sie auch streamt eine person mit der ich mich fett gezofft habe was heißt fett gezofft aber es gab meinungsverschiedenheiten und joa aber es weiß natürlich keiner bei good vibes only hoch aber nichts mehr dazu kein bock mir hat mein herz du bist die beste dankeschön so wir sind fertig wir gehen jetzt ins dinotal wo ist denn hier der transporter wenn ich fragen darf wo ist denn hier der transporter warum macht die karte eigentlich immer das was sie möchte wartet mal per transport habe ich doch an warum wird mir das nicht angezeigt so ist immer wieder gar nicht vielleicht noch mal verstecken spielen nee dann bin ich wie b und habe ich keinen bock wo ist der transporter ist aber sie hat gar keinen bock ich lasse mir jetzt abholen ich fahr jetzt glaube ich doch einfach ins ne ich mache jetzt die nutan und haben ins shopping center und guck mal irgendwie paramas finden ins tor aus aus zum tor aus aus zum tor aus 1 so moment so ist weg wie du mal so reine zu singen beginnt beste leben ja mache ich immer tatsächlich weil so nicht wie so egal ich mache das so wie ich das handhaben möchte machen jetzt hier auf mir was heißt auch wir machen jetzt den ruf ready und denn kann gehen wir in shopping center muss gerade was anhören sorry ich werde auch nicht mehr rinder marie wenn ihr darüber irgendwas schreiben wollte ich kann sich die ganze zeit am handy sein das ist scheiße da die ist nicht schön hola amigos hallo lena freunde und freundes freunde so wir machen jetzt den ruf voll klar post ich glaube mit post haben wir sogar schon ja alles gut gut junge wenn jetzt aber auch so lang live bleibt na alter ich kann bock mal nicht gehen einfach aufladen mir komplett egal so wasser dort wo es war okay wir bohren jetzt habe ich doch jemand ruf verbessert oder nicht oder was war das bewundernd die kann ich mir neutral bin ich das bin ich denn jetzt vom ruf her den können wir uns mal kaufen den finde ich sehr geil die will ja auch voll cute aber noch nicht den wenig sehr gut vor sich auf die neuen paint hauses ja schon eigentlich hallo ich bin da wieder ich wechsle ab und zu mal mega lena das schwarze set ja das ist geil aber das kann ich noch nicht leisten ach da oben ist das auch scheiße wir bohren löcher mega ich habe ein ohr von diesem kacklied warum also nichts gegen dein damiano aber jetzt habe ich ein ohrbomb geht's dir denn so mir geht's bombe mir geht's fantastisch mir geht's mega mir könnte es gar nicht besser gehen stand da gerade ikea ich verwende das paket von ikea an dem platz wo du das wasser rufen alter so so bei muss weg ciao ciao kakao laletti 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 brunn gebaut ah lol als ob ich jetzt im brunnen baue ist ja nice ui guckt ihn euch an wie unfassbar merkwürdig aussieht bin wir da die pizza war lecker das freut mich doch sehr schön für sich den platz und ich will nicht platzieren bücher oder filme filme schließen die bücher bin kein bücher fan keine bücher maus bitte lass mich nicht absteigen bitte lass mich absteigen auch danke was kommt jetzt hierhin ach noch so ein häuschen oder was süß kriegen noch ein shop oder was kommt hierhin leute warum schreibt keiner von euch was wo wir selber worüber soll ich mich quatschen montieren die bretter an der stelle kommt da jetzt ein shop hin oder was ist ja mega geil ich hasse es so wenn man absteigen muss ja sehr schlimm hallo wozu nutzt die feld kaufstand im dinotal wozu nutzt ein pferde kaufstand im dinotal so keine ahnung ist das ein pferde kaufstall hä was muss ich denn machen hä was soll ich in silverglade was ist das für eine verarsche ich muss noch mehr machen ach ich muss noch hammern wurde ich bin so besessen von denen ich habe extra oft hinter ein playlist von edits den ich nachts rein noch wenn er ja alter du bist auch einfach krank jetzt mal for real kannst du die shops mal zeigen ich bin noch nicht so weit ja gleich kann ich mache einen moment kein problem hier ist ein leerer pferde kaufstall schade hat mich schon gefreut und wozu bitte wenn ich fragen darf hä und wozu war gerade ein wegpunkt in silverglade kann es erklären süß wie einfach jeder mit seinem grundländer umreitet alter dann montieren das dach blablabla geil main skin ist echt nice moni skin ja geschmackssache geschmackssache sag ich mal ein geschmackssäckchen säckchen 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 mein gedanke dass es für mich macht er nie hat ich gerne kurz rein kannst es dir angucken also ich habe ein paar sachen wie gesagt schon ab und kauft die mützen werde ich mir alle noch kaufen aber bewunderndheit na wundern bewundern hier so das oberteil werde ich mir auch noch kaufen die mütze nee das beides auch noch die jacke ist eigentlich auch voll geil aber ja guten abend hallo hunter auch ein mensch jetzt werden es ja mal wieder mehrere hat sich drüben auf der anderen seite der welt spaß gemacht war es schön ja schön lieblingsfilm oder serie m das schicksal ist ein mieser verräter ist glaube ich mein lieblingsfilm ne ich dumm twilight twilight harry potter schicksal ist ein mieser verräter und serie ich glaube game of thrones das war schon sehr geil das war schon sehr geil aisha bracke ja schön so müssen jetzt hier so viele quests machen alter ist ja krass hallo lucy reite richtung well day ich hockworts haus bist du safe griffindor als ob ich bis nach da muss ich glaube es sagt nie leute ich nicht ich habe hier gar kein buch drauf hallo oh ja 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 schmerzen beim teil wenn bei das bestes grüß kam mit meinem freund ist tatsächlich beste als wir hatten kurz eine pause von zwei monaten weil wir keine motivation irgendwie hatten aber dann irgendwann ging es wieder fit da gibt es ein typ der pferde frisst ja bei game of thrones ja da gibt es so einiges mein hund die kommt rein hallo mein neues hier aber meinst du nicht wollen warum sagt den leuten der hat so eine störung alter sagt den leuten was hat er hört ihr wie er geht sie legt das mikrofon ab ich glaube es nicht scheiße du sollst das mikrofon nicht abwecken 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 höchst du auch ich bin sie gut auch so zu jammern alter immer spinnst du spinnst du ich liebe diesen hund der so süß jane mein baby will you marry me ist ja geil wer ist denn das duschka i'm sorry but i have a boyfriend no i'm not schreibe ich jetzt ruhig alles kalt no ei 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 jo muss jetzt essen aber kommt dann wieder alles guti oh nein ich habe ihr herz gebrochen schnell weg hier das ist mir zu unangenehm ach ja steige von deinem pferd ab stimmt sitze mit meiner freundin sie hört den hund und fragt sich woher das kommt oh nein this is my dog lelelele leute meint ihr oh jetzt kommt er wieder meint ihr wir schaffen heute noch die wuschie 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 hör auf och wuschie alter alter warte ich mache kurz ein spielzeug hier läuft und ich habe mein mikrofon hier eine krankheit dieser hund kommen ja okay jetzt frisst das ist die pure verarsche was jedes mal mit mir macht wenn ich streame jedes mal jedes beknackte mal er kommt in mein zimmer mit meinen aufmerksamkeit und haut dann wieder ab wie süß ich sterbe mein hund ist so süß aber der ja mein hund ist der beste hab das video geschnitten wo du die starst werden gemacht hast und hochgeladen gott nicht dass es einmal sieht alter also so von denen da welches fährt soll ich leveln weiß ich nicht keine ahnung weiß jetzt gar nicht ich weiß nicht was ihr alle 11 sollt ihr sagte sie mag sie ganz gern mein gott nein wen mag ich ganz gern who like i very gern wer denn ich habe so dorst immer wenn ich so viel rede ist unfassbar wie heißt denn und mein hund als wuschel wir schaffen heute 35k echt weiß gar nicht wie viel haben wir ja leute noch vier leute alter kommen das schaffen war schreibt eure großmütter an eure väter ihre mütter vier leute ne es geht um bh achso noch vier leute noch vier leute wo muss ich denn jetzt wieder jetzt muss ich da wieder hoch abonniert alle ich weiß echt gerade nicht was meine mission ist und wo ich hin muss und was ich tun muss also wirklich gar nicht sag mal please ich weiß es jetzt nicht ich will doch gar nicht wissen ehrlich gesagt ich will nicht ewig leuten sagen welche pferde zu level müssen und wie sie wie ich sie outfit finde und oha hab abonniert als ob ihr meinen stream noch nicht mal abonniert habt ihr hinterhält den lüxer doch 3500 dankeschön leute für die 3500 abonnenten ich liebe euch dankeschön wo seid ihr im dinos sind wir so nah nein nicht den aufzug was oder ich bin die quest wohl nicht durchgelesen dankeschön für die 3500 abonnenten wo muss ich denn jetzt lang ach muss ich hier persönlich runter reiten reitlos und sprich mit ed fehlt erst mal mir gleich okay ich muss hier runter ich glaube ich weiß wo lang ah nein 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 da lang nicht ich weiß wo lang die zöpfchen finde ich auch süß hier die renne an hat wird er also renne renne wird wirst du renne ausgesprochen oder wird es im renne ausgesprochen oder sonst was weil für mich ist das renne renne was ist denn das hier ewig ich habe mir eigentlich kein aber du hast es verdient dankeschön das ist ja mal so der witz hier wieder maja was stand da ja werde mit renne hat da so reingespampt wenn die kommen renne hat reingespampt renne renne warum darf ich mit dem typen jetzt keinen aufzug fahren wo ist das problem renne 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 rein rein okay okay wir haben es geschafft alter wie viel xp kriegt man ja die ganze zeit wir müssen zum wohl vor in ich lasse mich abholen gar kein bock da gerade sonst irgendwie hat angst ach super mir wurscht der ist gerade zu süß wie er gerade sein mein hund hält seine knochen wie ein mensch in der hand der macht seine pfoten und macht dazwischen sein knochen rein und dann knabbert der das so richtig halt aber mal so viele quests ach ja weingarten stimmt okay wir gehen zum wolf hall in gibt es gibt es ein typ der pferde frisst was als ob nilma's hochladen oder kann ich schon ist hier wohl voll in ich habe bekommen manchmal so wenig xp dass ich irgendwie gar nicht und die quest machen ja es hat wirklich so aber naja macht euch gleich einfach eine party bei fort pinter ja können wir auch machen können auch danach nach fort pinter noch wie heißt es shoppen gehen mir egal shoppen oder party in fort pinter wie ihr wollt how you want sprich mit igor wer ist igor ist es der typ der pferde frisst hole eben essen alles gut ist es der typ der pferde frisst ist doch dieser der aussieht wie quasi mode oder gar nicht daran erinnern mein gott party 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 ja ist das komplett als ob ich da jetzt reingehen kann wie geil ist das denn und jetzt hattest du schon eine suhr rider quest ich glaube schon nee oder ich sag doch das ist der typ der sieht quasi mode bisschen kochen die stars bisschen käse schneiden hier waren für sie vor meiner nase beides party 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 beides beides ja wir machen beides die folge was wir zuerst machen das ist hier die question wir machen party und shoppen die frage seit nun was wir als erstes machen the question is what should we do what you are we do oh hi nenn mich rennen ok renni 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 das erinnert mich immer an renne also rennes me dieses von twilight ist ja nicht irgendwie renne party dann shoppen ja ok jetzt kommen hundi wieder rein ach mäuschen suchst du aufmerksamkeit komm jetzt mir ein mikrofon fällt runter sag den leuten was hast du gegessen du hast gott abendbrot gegessen mein schatz kommen was hast du hier unten hier ist irgendwas ist ok der hat gerade so seine fünf minuten dieser hund ich weiß gar nicht was ich mit dem anstellen soll er kommt rein frisst bringt seine schildkröte der hat so eine kleine glubschie schildkröte mit der immer spielt und so ein marienkäfer damit kommt er mal an und dann haut ab party ja ok machen wir nach party ich will heute party nein du jetzt heute party nein ich will heute party ein du jetzt heute party spricht immer mit igor ich dieses rein und raus hast du ohrringe ja ich habe drei piercings und zwei ohrringe also ohrringe halt normale ohrringe das sind piercings mini mini wisst ihr worauf ich gerade so richtig bock hätte wirklich so richtig bock auf nudeln mit käsesoße mit trüffeln und brokkoli wie alt ist mein hund wird im november 11 schon recht alt eigentlich alter sack ich wollte nicht raus warum geht dieses vier jetzt raus oder ich was weiß ich heute frage wie heißt es auf tt weil es ja nicht meinst du tik tok oder was oder ich weiß nicht was tt ist klar scheiße auch mich da rausgelaufen ich muss doch hier gar nichts doch da hinten kann es nur auf dein zweiter account spielen ja wenn wir hier nachher nichts mehr zu tun haben kann ich das machen wollte ich ja sowieso kannst du auch da so hast du wenn du hintergrundmusik ist so still ja leute ich wollte vorhin hintergrundmusik anmachen und dann meinten alles ist zu laut habe ich sie wieder ausgemacht die ließ das ding ja tik tok sorry ich habe kein tik tok als nur aus privaten nutzen und da war ich mein namen logischerweise nicht gelb oder rosa rosa so was muss ich denn jetzt hier tun du findest ein stift benutze den stift okay ich benutze den stift so wie ich gerade tun muss ich habe vor zwei wochen eine therapie und bekommt man erste und depression elf zu gut alles freut mich wie schön ich rennen ja auch willst du es noch schreiben hallo ich bin auf dich aufsteigen helfen dass sie zu den bank aufsteigen so genau hallo so wir gehen ach hier liegt was das ist das ein haufen streusal 2 mehr leute schreibt mir entweder oder fragen rein euch ja richtig bock die zu beantworten fragt emily es kommt ja wieder mein hund kommt wieder rein oder wie doch nicht das hat richtig so angehört soll ich mir noch irgendwas zu essen können ich weiß nicht was bräuchte gerade so bock auf nur den käse soße ich kann mich gerade reinlegen was das ja nicht für schuld oder eigentlich sieht es auch ganz geil aus und oder fährt und wie weit ist bei fahrrad nicht mal angefangen nicht mal ansatzweise ich check die nicht wasser ist oder milchreis wasser als nur in der pizza wo ist denn dieses ein ach hier schwarz oder weiß schwarz definitiv auch geile frage wasser als oder milchreis und wasser als da jetzt richtig bock drauf das hole ich mir nachher goldland oder find fährt oh das ist eine frage bitte schau welches fertig leveln soll man rené warum fragst du mich das die ganze zeit dein pechierung hongkong long schlong sollst du leveln shoppe doch im monsicheldorf gibt's da geile sachen im monsicheldorf oder was hat hat kein es oder kein youtube mehr kein naja wenn ich keine so hätte könnte auch kein youtube machen also kein youtube wenn es irgendwie sinn ergibt wo sind eigentlich gerade meine motz hin wenn ich fragen darf also marie ist glaube ich noch dabei wo ist rinne bitte drin ist einfach bei b ich werde es mit euch ich will immer noch dass die starstelle charaktere pferde pferde wahrscheinlich oh ja genau geil dass die eigene häuser haben wenn das sogar club oder keine youtube-community club los auf jeden fall führer oder welcher mp welcher mp rinne holt essen ach ja high and back ach so eyla oder ambra keine ahnung wer wer ist das pinke ich weiß nicht wer ist davon was es geht sogar aber möchte schauen was du kaufen möchtest kaufen würdest ja wie guck mal hier müssen wir mal geile orte reinschreiben wo man shoppen kann so basic sachen damit die geil sind das war eigentlich kann man im globy am besten shoppen ein eigenes pferd dass du von sso gereinigt bekommen hast gereinigt und das niemand hat oder ja hier hunderttausend sagt man selbstverständlich und ende geben die mir sohn oder gereinigt her was sind gereinigt alter gegeben oder was meinst du ab in den ofen hat mich so ein ab in den urlaub er hat ist so er ist das hell und andere ist das dunkel ja dann eyla kennst du mich noch von gestern ja kärchen antonia klar er muss man fährt jetzt da hinten mein hundi kommt rein mausi das ding ist meine eltern sind nicht da und ich bin jetzt seine bezugsperson und der ist gerade so richtig ach maus was ist denn los anhänglich komm bestellen das ist ja ich frage es von den mikro komm mein schatz mit zu leckern jetzt möchte was haben ja mein mausbär komm komm her leg dich hin ok er hat sich auf den bauch gelegt ihr steht jetzt genau vor ihm was ist los wo ist sie her geht los ich glaube ich lasse mal mit mir der wir sein frieden haben dieser hund jedes pferd haben oder 20k star coins 20k star coins was soll ich mit ein pferden da sind manchmal so hässliche pferde drin überbringen die gute gab es bei der überschwemmung emilie tatsächlich nicht gott sei dank winter oder sommer definitiv winter der bentley winter hallo denn doch es ist ein bolognese wie schreibt man bolognese wie schreibt man bolognese wie schreibt man bolognese so der igor da ich vorstellen die igor ich bin so sauer bolognese genau bolognese nicht nah sondern bolo bolognese 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 ich weiß gar nicht ich weiß nicht wie man die rasse schreibt ja irgendwie wenn man mit youtube aufhören oder alle pferde verkaufen boah das ding ist hinter den pferden steckt geld das ist echtes geld die pferde das ist halt wirklich so ich finde euch mit youtube aufhören also oder ich weiß es nicht ist eine schwierige frage egal bolognese ich abgeleitet von bolognese jetzt ok schließe die tür zu advies vorrat auf du advies vorrat ist ein guter vorrat wo ist denn sein vorrat hier und der hier oder was der typ benutze schweren schlüssel ich benutze warum habe ich eine hühnchenkeule hühnerbein ach war ja klar dass ich absteigen muss etwa so klar es war mir hallo also da kennt ihr das wenn sso so hart rum wagt alter man kann noch privat was machen deswegen er youtube ja deswegen glaube ich auch alle goldland ponys oder alle finn pferde ich glaube alle goldland ponys ich finde die goldlands von den farm doch etwas schöner wer ist er jetzt wer ist denn frank alter was zur hölle gibt ihm das hühnerbein was ist denn das für eine quest und zwar der ganze keller voller wasser alter als ob ok bringe frank zu ad feed mit iiiiiii frank folgt die song du in deinem nebis bitte hingehen wenn du willst ja du voll horse keine fragezeichen laufen auf welchem server auf server 5 alle den stream bitte liken ist so wir haben gleich drei leute müssen noch liken dann haben wir 200 likes ist doch geil also nie wieder transporter fahren oder jede frage mit stark mal ins blitz war nie wieder transporter fahren definitiv manche menschen nerven echt joa hä wo ist der typ hin hä was steht ihr denn noch da oben wie kann man so dumm sein hey was ist denn das jetzt mal voll real der ist so dumm 200 likes danke danke geh weiter mach keine fragezeichen geh einfach mausi was ist denn mit dir da guck mich die ganze zeit an offen machen soll ich mir 20k holen emily du kannst mir 20k holen alter wieso habt ihr alle geld für 20k das sind einfach wenn ihr mit doppelt starcoins wochenende macht 100 euro junger nee doch doch das sind 100 euro naja hab einfach keine freundin finde keine so bin ich zu so gekommen naja why not besser als gar nicht so ich wirklich ja woher hast du 100 euro aber mach das bitte wenn du doppelst tag eins wochenende mach das nicht wenn kein doppelst tag eins wochenende ist entweder ein tag das alte zu spielen oder 50k kaufen 50k definitiv sprich mit frank sprich mit frank sprich mit edfield mama und papa ihre alter die gegen die 100 euro und vielleicht so wir haben die sanduhr jetzt reiten wir nach weingarten wein genau die recht fest macht das das bedeutet nochmal 50k 50 star coins 50.000 star coins aber 50k 50.000 star coins ja dass du hier vorhin 50.000 halt hast ähm silbe glät ne gut finde ich keine freunde mehr weil ist so ja leider ich hätte echt gerne mal ich hätte echt gerne mal wieder so ein internet bis freunde wenn ihr wisst was ich meine nur the chillest way shyest way och hm wollte ich früher auch mal voll gern haben wo ich jünger war also ja klar wenn man jetzt mitgemacht kennt man ein paar leute aber jetzt nicht so wen wo ich sage ich zock jetzt jeden tag mit die kenne ich jetzt nicht du hast auch deine mods ja ich sag ja nicht mein hundi schnarch zu laut und die wo schreit zu moorland stellen ich kotze bisschen euro wegschirken ausgeben sagt er und die wurf wau wau online marie ist gerade angekommen sind wir direkt wieder gehen die arme wie star coins hast du gerade mit 12.000 sonst was ähm wie alt ist dein bruder mein bruder wird im september war anfang september 17 ach ja justin warum stehen hier alle wer ist hier was ist hier und die wurf wau 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 warte solange ist gar nicht mehr zu denen äh was heißt zu denen zu level 19 Mega. Kleine Info, wenn ihr nicht wisst, wofür eure Yorkshire ausgehen könnt. Einfach 1 Million hinterher rein. Ja, sehr schön. Hätte gern wenigstens 10.000 Starcoins. Naja. Wäre schon geil. Also, ja, habe ich ja, aber... Ich glaube, manchmal so viel Scheiße, aber wirklich richtig viel Scheiße. Das ist schon krass. Warum antwortest du mir nicht? Weil ich zufällig nicht alles gleichzeitig lesen kann. Warum soll ich dir vertrauen? Weil Bobcans zusammenhalten. Müssen natürlich sagen, Ausgang. Hä? Schon verkackt? Ups. Okay, Moment. Nochmal von vorne. Du bist verrückt. Okay, das war auch falsch. Ähm. Wo gibt es deine Katze in Fortpinter? Oh, vollsetzt. Du meinst also, wir helfen aber einfach als Freundschaft. Das ist wichtiger als dein Charme. Jetzt, wir sind aber nur Freunde. Also sind wir keine Walinnen. Ah, okay. Mega. Begib dich zu fort. Wer ist fort? Hä? Begib dich zu fort. Da fehlt einfach Pinter, yo. Da fehlt einfach das Wort Pinter. Ich hatte noch nie über vier Kasten. Aber träume, mich nicht so viel zu kaufen. Traume, mich nicht so viel zu kaufen? Warum? Oh, hallo. Warum traust du dich nicht so viel zu kaufen? So geil. Ich fühle die gleichen Leute in den Chat schreiben. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Wenn ich vielen Jobs machen darf, darf ich bestimmt öfters welche kaufen. Ja, ich würde auch gerne viele Jobs machen, aber ich habe überall angefragt und keiner will nehmen. Da war ich auch so. Lass mich doch einmal in Frieden. Na ja. Ich kaufe mir auch irgendwo meine eine Paysafe Cup. Meine Eltern müssen es ja nicht wissen. Ja. War ja auch früher mal so gemacht. Ich finde, es soll das Limit von Jorvik Schilling wegmachen, weil ich fast jeden Tag drei auf Limit bekomme, weil ich jeden Tag alle Rennen mache, wenn ich was zum Leveln habe. Ja, ist halt wirklich so. Finde ich auch. Finde ich auch. Wie kann man einen Club verlassen? Auf Club. Alter, es war der Highscores. Wow. Auf Club. Auf Club. Äh. Joa. Eine sehr gute Frage. Hä? Wie kann man denn den Club verlassen? Einstellung. Ah, hier. Club Einstellung. Verlass den Club. Oder lösche den Club. So. Hast du gesehen? Was liegt hier? Ein Tier? Nee, was war das? Wasserrutsche oder Sprungbett? Wasserrutsche. Waterrutsche. Okay, auf deine Freundesliste. Nee. Da kommen keine Leute drauf. Muss jetzt wieder hin. Als ob ich nach Südhof muss. Was ist denn das? Hier kommt ja noch nicht mal eine Fähre. Welcher Strand ist denn der hier? Welcher Strand ist denn der hier? Südhof einfach, ne? Ja, okay. Südhof Strand. Guck mal, rinne reitet schon weg. Dir hat schon keinen Bock mehr. Die weiß schon, wo es lang geht. Der ist Julia. Genau. Danke dir, bitte. Ach, ich hab die Fähre noch gar nicht entdeckt. Oh, die will ich mal kurz aufmachen. Hi. Aber die juckt mich nicht vor. Ist man immer mit der Fähre einfach nach Yala heimgefahren. Das war so geil, so viel Champions. Das war so geil. Hä, war ein bisschen kein Boot mehr. Ich bin hier mal mit dem Boot nach da gefahren. Ist das für eine Verarsche, Alter? Wo ist denn jetzt die Fähre? Hallo, kommt hier noch die Fähre irgendwann mal? Wo kommt die Fähre für Dingens? Oder hab ich die auf der anderen Seite noch nicht entdeckt? Ja, okay, wir müssen mit dem Transporter hin. Das ist so ein Bug. Es tut mir so leid, das ist gar keine Zeit hin und her. Leute, es tut mir so leid. Oder ist das da hinten die Fähre? Ne, da ist sogar keine Fähre. Ne, da ist sogar keine Fähre, Leute. Warum schreibt jetzt jeder rein, sie heißt Julia? Hat das immer gefragt? Da kommt eine Fähre. Oh, Leute, es tut mir so leid. Warte, jetzt die ganze Zeit hin und her. Es tut mir so leid, 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 es tut mir leid. Der letzte Steg, ja. I'm so sorry. Oh, wir fahren mal wieder Fähre. Das finde ich ja geil. Moin. Ne pinke Fähre. Eine Million im echten Leben. Oder drei Millionen Abos auf YouTube. Drei Millionen Abos, weil dadurch verdienst du immer was. Also, auch wenn du eine Million hast. Oder drei Millionen. Ne, eine Million, genau. Dadurch bleibst du halt immer dabei, was zu verdienen. Das ist ganz geil. warum folgen wir wollen die ganze zeit so komische perverse seiten auf instagram an folgen was ist denn das will ich nicht freue ich nicht ich würde aber bei doppelts wochenende kaufen ja ich bin absolut pleite ich weiß nicht von welchem geld ich mir habe ich starke uns noch kaufen soll reitest du ein echt nee hört ihr das hört man das mir ist auch so 24 7 ich habe nur 20.031 ich habe nur 20.000 star coins alter sei du froh er wartet mich denn da wie ist denn das jetzt ist gut die ariel hallo mehr oder berge mehr glaube ich ich würde zu gehen mit meinem freund dafür oder nach wie er ist das andere hat irgendwann mehr sonst irgendwo wo man mehr st peter oder sowas ist alles ausgebucht und zu teuer was machst du eigentlich noch die letzten drei stunden gucken war okay was wir tun 3 zu 1 sie der hütte einer westkuss ich will nicht zu meinen siedler wo es gibt es hier eigentlich in den shops es ist ja alles hier nicht mein fall nie was gibt es hier würde so ein echt reiten also bei sagen müssen ja jaccelina und schräg du in die kem bau für einen zum einen siedler gegen das sardinien richtig geil ja fliegt mal in corona zeiten es wollen meine eltern absolut nicht leider ich werde geflogen sei es dafür unverantwortlich oder verantwortungsvoll weiß nicht wie es gerade heißt aber keine ahnung wir sitzen seit zwei jahren zu hause ich war seit zwei jahren ich mache ich im urlaub in corona oder generell ich glaube ich war noch das jahr vor corona nicht richtig im urlaub wie alt bist du ich bin 18 warum ist thomas moorland hier fliegt nach griechenland ja will ich auch gern meine eltern wollen aber nicht dass ich fliege cloudy rock ja cloudy rock ok 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 ich war jetzt schon müde leute warum steht justin jetzt hier ich habe gar keinen plan was für eine quest das ist naja in corona zeiten zu fliegen ist nicht gut man kann auch in der heimat viel machen ja es hat wirklich so meine eltern wollen wie gesagt auch nicht dass ich fliege also naja ist ja auch nicht schlimm schön dass wieder back bis bella hilfe mein gott mein server heißt cloudy rock ist so geil ich kann nicht online kommen warum heimat ist langweilig musste ich sein heimat kann eigentlich auch ganz neu sein wenn man am richtigen ort ist ich glaube das ist die story quest ja möglich sein ich weiß gar nichts was hat wer geschrieben können wir nachher ein wettrennen machen können wir auch mal machen fahren danach erstmal in die disco und dann shoppen wir mal oder gucken dass wir shoppen ich weiß zwar nicht wo reite mit justin zum ort auf der karte da reitet was da bewegt sich was auf der karte oh man meine freundin fährt morgen um vier uhr morgens nach italien alter als ob krass war ja klar dass man nicht springen kann hey warum konnte die springen ich gehe jetzt ja nach griechenland weil heimat und so aber ich habe fliegen immer gehasst jetzt jetzt zwei jahre ich lieb so gut doch mega mit justin über südhof ach wie fand ihr meine story heute wenn wir gerade in südhof sind wie fand ich meine story auf insta das hat mich so krass an südhof erinnert also wirklich hallo wir haben berge wir haben das meer wir haben wunderschöne tilderstädte vergnügungsparks eierwohnungspiele und so weiter ja ist ja wirklich so eigentlich ist deutschland voll geil trotz deutschland kann trotzdem so schön sein ja finde ich auch kränk mega cool was jetzt ironie lina und marie ich die mit meiner oma mit 114 p schauen muss man mit 114 p schauen muss was ist das ups denn poni süß dankeschön hallo mira ach so okay ja okay das hat sich gerade wie ironie angehört naja 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 ach wir müssen wieder runter zu dem typ da bin da oh mein gott java sieht aus wie dully er so war es in sora heiße princess hier ist keine princess hier ist keine princess jemals sehe ich gerade keine princess dann gibt's party gleich wenn ich jemals fertig wäre oder bin für den wasserkrug hey nein scheiße ja wieder die falsche quest angenommen reite im fernstück von bilder war das neues wird das in 12 ok super nach fort pinta ach nee ich reite jetzt aber direkt so nach fort pinta ich habe jetzt gar keinen bock irgendwie groß chakalaka zu machen auf so ein spaghettias hätte ich auch gerade bock kommt er mit mir ein spaghettias essen so richtig geil alter mit dieser tomaten ja wahrscheinlich tomatensoße mit dieser erdbeersoße drauf die auflösung so wer ist so raja sieht aus wie du wärst so raja wer ist so raja boah lecker ja ich kann so bock ich habe letztens mit meinen eltern wo wir in so einer stadt waren ein ding ins gegessen ich bin so komisch ja ich bin so komisch ich liebe das alles ja ich auch aber ohne sahne wer ist denn bitte so viel sahne als ob ich jetzt nach welte muss was soll ich denn da das ist so tut mir so leid wenn alle gerade erst ankommen gefühlt wenn ich gerade also ich drehe mich komme ich gleich um wenn ich gerade also wenn die alle erst ankommen wo ich gerade bin und muss direkt weiter älter mein gott das ist 25 geht selber live kommen später wieder alles gut so vorzunehmen nicht vorzupinter sondern werde ich gucke gleich wer so raja ist ich weiß gerade nicht ich bin die so raja die aussieht wie du hast stört ich nicht wenn doch dann ziehe ich mich sofort um ich habe mich noch nicht mal gesehen also gucke ich gleich boah ja ein aspect hat das eine richtig geile ist die land gibt so gute spaghettia ist und ich will auch hier ist keine sora ja die sind ja freshers wani moonberg hi ich komme zu euch wenn es denn hier warum steht der nie mit dem du hast mich verpasst ich komme gleich wo princess ist ich gucke gleich wo so raja ist ich gucke gleich wo tschakalaka ist ich gucke gleich lass mich mal kurz hier sprich mit justin in welte ja ist in deinem stimm ich weiß isabel alles guti da geht es ist das nicht die quest wo sie sogar stirbt oder stirbt nicht irgendwann hier princess hi du hast diese süße frisur wo so dieses würstchen darunter hängt aus dem helm da kommt safe so rein das ist safe so rein wollen wir wetten so raja ist nicht schlimm gibt schlimmere dinge auf der erde wo wir kriegen und so viel xp ist so krass bringe justin zum heimstein kreis da könnte jetzt safe nicht mitkommen warum steht ihr jetzt hier mit einem weg isabel okay ich habe jetzt mal schokolade gegönnt alter ich will auch so viel ich weiß gar nicht was wir haben wo wir jetzt wieder nebenbei was essen würde wieder jeder kommt person voll mund wir haben sogar schweineöhrchen ich glaube die hole ich mir ich hätte diese schweineohren diese dies beim bäcker gibt dieses so süß sind halt wie so ein herz geformt sind kennt ihr die haben wir unten so ganz klein ich glaube die hole ich mir gleich durch richtig bock gerade da wirst du was ich hole mir jetzt habe gerade hunger zehn sekunden so lila ist back in the game lila tachchen wirklich ein schweineohren für hunde ja du hast mehr zuschauer als ja es juckt mich generell richtig wenig diese person gerade ja schweineohren kennen sind für geil krieg erste jetzt wenn sie ihn stört dann tut es mir leid ist der kommt meiner mama und ich heiße hier verliehen herr marie was hat sie geschrieben ich weiß gar nichts mehr das wäre sogar wenn man mit seiner katze oder sein haustieren so ein bisschen interagieren könnte ist ja richtig geil so wenn man diese essen kaufen könnte den das so gehen könnte oder so so müssen wir jetzt diese andere retten oder irgendwann mal ja so und jetzt ist hier noch irgendwas nach dem müssen wir noch werde ok kommen ich kann heute leider nicht lang lila sommer das wäre schön oder einfach nur gucken ja eine linie winke winke machen winken ausdruck glücklich ja süß ich habe richtig snack pause er bin ich denn ach so ist es alles lila ist das ein bug ist es jetzt immer so ist ja geil das ist ein bug kann mir keiner erzählen das ist jetzt immer so bleibt selbst ist auch gerade läuft ja selbst ein tag gemacht also selbst selbst ist selbst also mein wirklich sehr viel abonnenten bei selbst gucken noch ganz viele zu deswegen ist ja eigentlich geil so müssen wir hin kehren mit portland zu fripp zurück ok und wieder zurück doch ich bin mit meinen großeltern gegeben hat irgendwie auf den sack sprechen die französisch mit dir habe ich jeden tag ja und ja wirklich so farb ist jeden tag um die gleichwohlzeit also nicht schlimm ich war ja fabi mega wirklich fabi hatte mal so eine zeit auf youtube wo der ganz ganz viel freitag der 13. gezockt hat und das habe ich sowas von gefeiert ich habe das so liebt ich hab da immer zugeguckt wirklich das habe ich zu gefeiert naja süß oder salzig boah da fragst du mich was ich bin ich mache überall salz drauf überall überall immer noch live ja sechs stunden stream sommer hört man das dolle wie ich graue ich glaube das stört nicht passieren pasche eine säule voll genau nein nein ich muss mein anfangs pferd holen auch leute ja aber stört mich ups naja elf torter sepp und bellamy sind live na mensch ich gehe kurz mein anfangs pferd holen bleibt gerne hier weil gebraucht mit sich hinterher eiern wenn ich mein anfangs pferd wechsel das ist nämlich unnötig kurz hier hier mit ea wir haben kurz hier lang verbrennt dafür nicht eure starke bei mir bleibt die quest als ursagt ich gehe nach erschweren was denn das alter ist es jetzt noch mal das ganze zeit zu lila bleibt ist ja voll krass leute also marie und rinne ihr braucht jetzt nicht alles löschen was jetzt mit ihr zu tun hat wirklich nicht das ist ein bisschen too much also wirklich erstens ich komme mit klar zweitens braucht ihr nicht drittens braucht ihr nicht alles gut ist ein bug ok weiß ich bescheid mein anfangs pferd noch doch nein sondern nein so sieht man an wie auch aus man anfies einfach weiß so weiß wie schnee so rot wie blut und so schwarz wie das eben holz rapunzel nie nicht rapunzel auch bin ich doof schneewittchen schneewittchen jahre schneewittchen ups die ist mit rausgerutscht du ich bin seit golden academy halb sechs live geht er noch ein bisschen jetzt bin ich an dem punkt angelangt ruhig schweine ohren essen die sind voll egal so ein coming schweine und ich hab dir einen langen brief geschrieben dass sich alle kinder leben und du warst du liebst du mensch warst man sie ist wie sie da alle warten und die emi rennt und sie rennt alter gönnt euch diese kurve die ich hier gerade slide wo ich gerade slide sagen kennt ihr alle slider von barbie das diamantenschloss ist mein absoluter lieblings barbie film kennt ihr das leider wer kennt slider alter der ehrenbruder slider hat ein anfies voll nah ist ja mega ne warum bräuchte dafür das anfie alter mir ist langweilig schreibt renner alter marie und renne ihr seid so scheiß mods ganz ehrlich das ist die größte beleidigung die man einem streamer geben kann halt jetzt mal im ernst wenn man in einem stream rein treibt mir ist langweilig du kannst ein streamer läuft nicht mehr beleidigen als wenn du das schreibst aber wirklich warum sechs stunden ließ den titel oh hier geht's ab leute guckt euch an oh mein gott wir müssen durch ein portal das müssen wir festhalten für die ewigkeit wo kommen wir da jetzt rein hä ach du scheiße zeit und raum verhalten sich kommen jetzt in so eine lila welt oder so das sehr tolle mazer aber du bist nicht hier ja jetzt wieder alles gut machen na klar pandoria da war ich noch nie oh mein gott alter was ist denn das ich war hier noch nie direkt erst mal bild machen alter ich war hier noch nie ja oh mein gott ein putter ja ich war hier wirklich noch nie ich wusste gar nicht dass es sowas gibt wirklich ich habe noch nie ich habe noch nie gehört dass es sowas gibt ja soll er muss ja direkt mal die bilder session ausnutzen heavy geist habe ich noch nie gesehen dass es sowas gibt kannst du nachher wieder rein ja ich will trotzdem bilder machen dass mich doch dass ich doch einfach alle meine bilder machen helder ist er folge ich war noch nie logischerweise pandorie ja hier ist immer schreckliches passiert ich sei es was ist das denn jetzt Ha, 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 ha. Hu, ha, hi, ha. Geysire, die machen mich... Ja, ja, ja. Oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich da runter reite, aus Versehen. Oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Alter. Ist ja voll krass. Ha. Krasser Scheiß. Willkommen ins Star Stable. Hä, lol. Lass mich mal kurz meine Bilder machen. Ich weiß, ihr hasst das alle, aber ich will. Und wenn ich will, dann mache ich das auch. Uff. Bilder-Session mit Emily McQuay. So, Renne, ja, jetzt kippt ihr. Jetzt, ne, jetzt rettet ihr euch alle wieder selber, ne? Mir ist aber auch langweilig so, bla bla bla, genau, ohne Stream, genau. Emily gerade so, ja. Guckt euch das mal an. Ich hab das noch nie gesehen. Ich hab das aber ziemlich lange echt. Wo bin ich denn jetzt auf einmal? Warum bin ich jetzt im Dinotal? Okay, Bruder. Das wäre voll geil. Wo bin ich denn jetzt, wenn ich fragen darf? Hm. Ich muss leider um 21.10 Uhr ausschalten. Alles gut. Wo muss ich denn hin? Ich kenne die Quest nicht. Und alle, die es damit auskennen, ist ja schön und gut, aber ich kenne mich hier gar nicht aus. Brudiger, haha. Harlina Marie, das mal bitte auf Insta schreiben. Ja, lästert mal alle über mich, alter. Ich kann euch ganz easy peasy entmoden. Dann müsst ihr gucken, wo er bleibt, meine Freunde. Ui, where I am, alter. Hm. Ob das jetzt so lang dauert. Konzentriere, meine Magie, den Eingang zur Kamera zu öffnen. Alter. Wo gehe ich rein? Was tut sie? Alter. Avada Kedabra. Nur eine Illusion. Betritt die Kammer. Was ist da jetzt drin? Die Kammer des Schreckens einfach. Jesus, Hilfe. Jo. Hm. Ist ja krass. Wie lindern die nun damit. Oha. Lasst mich doch einfach. Ich will. Am Ende seid ihr die, die meine Insta-Bilder immer abfeiern. Ja, ihr. Kein anderer. Das Ding ist, ich mache das gern einfach so für Thumbnails oder so. Wisst ihr? Da muss ich nicht einfach wieder wegen jedem Bums online kommen und Thumbnails extra machen. Das ist immer ganz praktisch. Hey, wieso geht die Quest so lang? Warum geht die so lang? Das ist mit der Quest. Aber es ist ganz gut, wenn die... Magnus Steiner. Was ist das für ein Name, Alter? Wenn ich weiß, es ein bisschen länger geht, dann kriege ich XP. Ich komme mit, Alter. Okay, jetzt geht's los. Jetzt muss ich's auf Portal. Ich finde die Steinkachel. Hä? Wo soll die bitte sein? Wo kommt's eine schöne Überraschung? Oh, bitte richtig viele XP. Die ist voll kurz. Ich hab die 20 Minuten gemacht. Echt? Hier ist ja wie in einem Labyrinth, Alter. Das ist ja mal... Ach nee, das ist wie dieses Halloween-Labyrinth im Keller, im Silverglades-Schloss. Ja. Brauche ich eins oder wie viel brauche ich? Wie viel brauche ich denn? Lauf nicht in die Wand, Mädchen, mach. Hier befindet sich kein Teil. Ja, super. Ja, super. Einmal im Kreis laufen. Ja, super. 3. 3 oder 4. Okay. Kann ich hier durch? Nein. Gut, dass ich meine Katze hab. Ohne meine Katze, hätte ich jetzt auch. Hm. Können wir schon mal eins draufsetzen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Handy, bin ich doch eben runter, oder nicht? Ohne. I. Ah. I, Alter. Bin wieder da. Sehr schön. Das ist eine richtig geile Quest. Wie heißt die, also die Quest ist sehr geil, wirklich. Okay, haben wir jetzt alle? 3. Fehlt noch eins? Du musst die am guten Platz lassen. Du wirst dich freuen. Am guten Platz lassen? Wieso? Was ist das hier für eine Quest? Warum ist die so toll? Was ist damit? Bei irgendwie geile Klamotten bitte. Oder Felix P. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oder einfach Starcoins. Hätte ich auch Bock. So, Magnus Steiner. Ich tritt die Kamer und nehme die Pointe an dich. Okay. Ich glaube, nee, ich nehme keine Farce an auf dem Account nicht. Also nur Leute, die ich kenne. Emily Rind schickt wieder irgendwelche Bilder in die Gruppe. Der Typ schaut aus wie Schei... Ja, okay. Oh mein Gott! Da kommt ein neues Selfie durch. Ich sehe es doch schon. Ja, die mit ihrem Typen. Der Typ juckt mich auch nicht. Was soll ich machen? Alter, gebt euch das bitte. Alter, wie schön ist das? Oh mein Gott! Wie schön, Alter! Bilder, Bilder! Ich will Bilder, es ist mir egal. Was ihr dazu sagt. Ich will Bilder. Okay. Wie gesagt, so für Thumbnails oder so ist ganz nice. So, ich random stehe ich da. Ach ja. Irgendwie so schön. So, was ist das jetzt? Steinmetzes. Was wollen wir damit eigentlich? Alter, ich sollte mir mal anfangen, diese Dinge alle durchzulesen. So. Wieder zurück, oder was? Kann man sich hier hinsetzen? Nee. Was ist mit meiner Katze gerade? Ich will das Weihnachten. Und ich habe Bock für nichts, XP-Müterdorf zu bekommen. Es ist wirklich so geil. Ich komme hier auch schon wieder so auf Weihnachten. Verlass die Kammer. Okay. Hallöchen Susan. Ich verlasse die Kammer. Das war wirklich sehr geil. Die Quest feiere ich ja wirklich sehr. Ich glaube, du wirst dich freuen. Ja, was bekommt man denn da? Ein Pferd? Oder dieses Seenreiten oder was auch immer? Wenn ich die Seenreiten kann, frage ich mich nicht. So. Vollgelindert zurück zum Portal. Ja, Tim, ich muss erst mal. Lina, ich trenne mich von dir. Lila. Hups. Ja. Ich suche auch eine SSO-Beziehung. Julia 18 sucht eine SSO-Beziehung. Super. So. Wir reiten zurück. Das war es doch schon. Oder nicht? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wo reite ich lang? Oh Gott. Das war gerade ganz schwer anzusehen. Jesus. Man kann einfach durchreiten. Da ist das Portal. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich stehe jetzt zur Verfügung. Lila ist wieder Single. Super. Lila, ich trenne mich von dir. Warte noch nicht mehr verheiratet. Du wirst dich freuen. Ja. Mal sehen, worüber ich mich freuen werde. So. Rückkehr zu Fripp. Okay. Das ist so geil. Durchzureiten. Ich feiere das richtig, wo man hier durchreiten muss. Ist ja mega. Ich gehe jetzt erst mal aus dem Stream. Ist das jetzt Ironie oder das ist real gemeint? Wenn ja, dann bist du ein schlechter Mod. Dann will ich dich nicht mehr als Mod. Dann kannst du gehen. Spaß. So. Ich will jetzt keine Schweineohren mehr. Oh, es ist so geil. Es sieht so geil aus. Es sieht einfach, hat wer von euch da geguckt? Dieses Portal am Ende, wo sie das alles zerstört haben. Das Universum. Das war sehr geil. Mein Zahn tut weh. Na, mein er hat's auch. So. Ich finde es so entspannt, einfach so SSO-Lives anzugucken. Ja, ich auch. Meine Katze ist aus Fort Pinter, genau. So. Ich will viele XP haben. Bellamy sagt, du wärst ihre BFF. Wann hat sie das gesagt? Wann hat die das gesagt? Ach, ich muss zu Fuß sein. Ah, Luba. Hat sie das gerade im Live gesagt? Hat sie es gerade im Live gesagt, oder was? Weil ich glaube nicht, dass sie das sagt. Es ist gerade ein Schokoladenbrot nebenbei. Sehr schön. Weil ich... Hallo, Lisa. Hallo. Warum muss ich da immer für absteigen? Wozu? Wozu? Weshalb? Warum? Ist sie ihre Nötung? Hm. Wer hat was im Live gesagt? Weiß ich nicht. Also, gerade meinte jeder... Also, meinte nicht jeder, aber gerade meinte irgendwer, dass Bellamy irgendwie im Stream gesagt hätte, dass ich ihre BFF wäre. Keine Ahnung, wieso? Hat gerade... SSO-Fangirl reingeschrieben. Ich glaube nur, die will das Stress machen. Ich glaube nicht, dass sie das gesagt hat, weil warum sollt ihr ihr das sagen? Ich glaube, ihr das gleiche über mich, wie ich über sie. Wenn ich frage, bleib dumm. Ich habe definitiv zu wenig gefragt. Ich auch. Wieso hat sie es gelöscht? Weil es wahrscheinlich stimmt. Joanna. Joanna! Wo muss ich denn erzählen? Als ob ich hier will. Das ist ja krass. Nach Pandoria. Reiters Portal nach Pandoria schon wieder. Warum? Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt ist es Portal lila. Hm, 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 hm. Hm. Oh mein Gott. Das finde ich doch mal richtig wild, Alter. Was zur Hölle. Das ist so geil. Ich feiere das sowas von. Wow. Alter. Alter. Wie geil ist das? Wo komme ich denn jetzt hier lang? Ach, da oben. Magst du Pandoria? Magst du Pandoria? Ja. Richtig schön. Ach, hier sind so fiese Monster. Ich will die nicht bei mir. Minimum. Ich bin reingekommen. Und zweites. Oh, doch nicht. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ich will ein Bild mit dem Pilz machen. I want to make a picture of the Pilz. Aber nicht mit diesem Anfangspferd. Was will ich mit dem Anfangspferd machen? Oh, my God. Oh, my Lord. Oh, my Lord have mercy. Wie geil, Alter. Wir müssen den Counter einfügen wie auf du. Mein Gott sagst. Ja, hallo. Wie schön ist denn das? das ist so geil für funnails und ernsthaft ok nächstes partische portal war sitzt gerade draußen und erfriere warum die rein was passiert wenn man runter fällt dann ist man tot mache eben was für dich wie geil ist denn das hier sind rochen alter ich habe sowas noch nie gesehen also ich habe das noch nie gesehen dass es das gibt denn es ist so ich dachte man so wäre langweilig wie geil ist das denn nicht für bilder machen aber ich wäre auch nicht ich dachte dass wir ein vieh heavy nice ist denn das bitte muss ich denn hin hier muss ich bestimmt rüber oder oh mein gott wie geil wo muss ich denn hin außer schön alter alter sterbe ich wenn ich da drunter gehen ich sterbe es war so klar ich muss jetzt bilder maß mir alles futze egal was ihr dazu sagt alter es ist so schön das wird der neues also jetzt das wird ein neues funnet das gerade eben für den stream mit sie eben wie geil ist das bitte muss gehen emily bei bei viel spaß noch bis dann dankeschön dass du da warst wir haben was für dich emily etwas für mich emily wenn es soll fertig hast kannst du dir im fährt nach ford peter er nach pandora gut die damals bescheid und jetzt muss bestimmt hier durch ist ja voll schön heute bin verliebt in diese welt hier bin ich verliebt in keine andere in diese wie schönheit das ist so schön hier wird es ja blau mal schnell bitte wir warten was soll ich denn alter es ist so schön ich bin sprachlos es ist so schön mein gott ich bin verliebt alter schön ist das bitte wir haben was für dich du wirst dich freuen ja wie kann ich mich denn freuen wozu wofür wofür kann ich mich freuen wozu kann ich mich freuen es ist so schön alter um ein witz er muss jetzt hier weg oder was muss ich denn raus da hinten kann ich hier raus nee das ist die falsche richtung so ich denn raus hey wo soll ich denn raus hier durch oder nicht muss hier raus wirst du dich mal zeigen vielleicht irgendwann aber im moment nicht annie sind ja diese viecher wieder auch money wie soll mal weg gehen sie stören mich ihr stört mich sie haben auch wenn du raus kommst echt hier sind einfach rochen das ist so schwer wir müssen diese andere befreien oder was sagt mir das doch als ob die da oben drin sind die arme herz ob die da oben drin sitzt wie das diese arme jane das ist eine herz ob die da oben drin sitzt die süße oh gott wie sieht die denn aus mohaha und jetzt ist der typ hier was soll ich mit dem weg mit was willst du von mir alter so sich flüchten durch ein rennen werde ich mit euch auf 1000 prozent es wäre doch die idee für 10k ja mal sehen was zur hölle alter schnell warten schon zwölf minuten ja ich sag doch ich muss durch ein rennen flüchten diese tentakel junge meine katze ich will meine katze bei mir haben das ist mir jetzt hier zu creepy die soll mit mir flüchten an der sieht aus wie ein embryo ist wirklich so diese viecher soll mich einfach lassen das wollen oder sollen wir mit denen die alter was soll ich hier mit ja wahrscheinlich lass mich doch junger macht deine ekligen tentakeln weg was dein problem ist mir die nachricht von sso dings ich guck gleich moment ich bin gerade hier gerade ganz am halalala am strugglen ach man ich will doch nur hier durch er junge lasst mich doch im 65 alter junge lasst mich doch einfach ich darf doch nicht wahr sein also schön mit pikanz die katze rein raus machen echt wusste ich gar wie ich immer alles im nachhinein erst erfahre mit herzen macht man so katze machst du so und so rein und raus wusste ich alles gar nicht alter warum ist dieser schleim bin giftig von den pilzen her es macht dann die ekligen tentakeln da weg junger machst du weg will ich nicht brauche ich nicht ja und ich nicht 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 tatschen ich war ja es lasst mich lasst mich ja die sollen mich auch lassen alter was das okay fertig okay was sollte ich lesen diesmal die nachricht von sso dings wo ist sso dings da ist kein sso dings hey ist nicht mehr sso dings es ist hier ist hier ist kein sso dings meinst du lila marie hat's gelöscht super marie wieder top mods am start spaß was war war wert ist gerade gesagt habe ich das gerade gesagt hallo warum kann ich das nicht helfen kann ich das nicht anklicken hallo wir sind gerettet muss jetzt wieder meine so fangirl ja warte ich guck gleich ich muss mich kurz hier auch lasst mich doch bitte einfach junge wieso eklige junge lasst mich doch ich höre gleich alter ein und aus ein und aus ein und aus atmen aua junge ich bin auch drüber gesprungen und jetzt ach muss ich hier zurück okay oh man weiß das nächste nix kannst die maguet ned longtime tentakülus die blöde kommt aua ja okay es ist offen gelieber meinst du wussten dass er mag jetzt kann ich nicht mehr sehen was du meintest lila ich übernehmen recht aggro geworden ja ich auch jemand gerade gesehen hat die fährt die kostet die katze 350 gekostet ja schon gut teuer die mietz was machst du mit mir bruder alter wir haben heute von hier xp bekommen ich war oder hier ungefähr war ich an xp heute das ist mega ja den stein jetzt ja du musst zu fuß unterwegs in den juckt stellen insta hier mit eurem insta streame leute kann sein immer auf insta gucken moment spinne gönnt sich auch mal seine mini spinne ist eben hier ja noch da nämlich in der story erwähnt hat wartet nicht glauben was sie schreibt sei fake das würde ich glaube ich niemals schreiben dafür hat die glaubt zu der irgendwie schiss vor mir oder respekt oder keine ahnung jetzt auch an wechsel zu öfter den server auf dem account hier nicht auf einem zweiten grund ist denn jetzt phase auch mehr junge typi bleibt doch einfach mal weg wird man die eigentlich motto keine ahnung also ich habe es gemacht die ich so ein bisschen kannte deswegen die immer dabei sind und sowieso schon geholfen haben was zur hölle online der süße auf rip und du bist so niedlich ich liebe dich guck mal wie er zaubert den stein einfach zerstört oder oder ist jetzt verschwunden ja du kleiner blöd man geht zu hause nee geh nach hause weg ist er fripp wird krank nein oder fripp oh fripp du süßes mäuschen was haben sie mit dir gemacht zu riders das portal ist geschlossen evergrey sucht evergrey auf evergrey kripp ist stärker und nein die süße maus er kann zwei tage nicht aus pandoria auch gottchen ich habe wegen dir gewechselt so ist das besser ja auch gut süß ist das niedlich junge frippe frippe die frippe frippe ach ja der typ heißt ja daco jetzt zu ende ja zu ende werde ich komme ankommen to you oha wie cute ist das niedlich und rinne so nee dann habe ich gar kein bock drauf herzchen wie süß mega q danke 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 mega gut wirklich danke voll süß so wie reitern ist aber long ein bag sowie naja wieder ein bisschen selbst umbringen genau ja genau ich habe nach den sommerferien sofort ein klassenlager was denn das alter nie gehört bei dir der stand du musst ihnen zu arbeiten vorhin durch das portal bei der quest ja ich muss hier hin herrn 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 ist das ob das richtige titel lied können aber wer ist ein evergrey alter wer ist ein evergrey fertig geil jetzt gehen wir in die disse warum wird das nicht freigegeben mir egal ihr wisst was ich meine ab in die disse man wollte schreiben ab in die disse party ich will heute party nein du willst heute kann ich mache heute party nein du machst heute party oder wie geht das er war er weiß aber sonst bruder oder ich muss mit einem finger der himmel bleibt die da wenn du dich nicht aus lox ja alles gut passt nicht schlimm du brauchst aber noch ein geiles party outfit ne alles guti die denken sie jetzt so alle so warum kommen die jetzt party hart oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja mega geil hallo ich mache heute party nein du und sollte party nein ich mache heute party nein du machst heute party okay okay leute habt ihr irgendwelche ideen was wir machen sollen wenn ja schreibt sie richtig rein bin grad so richtig am rein futtern neben dem stream ja ich auch ich glaube ich mache mir gleich unten noch chinesische nudeln ich dachte gerade die kackt hier hin die katze ich kotz ab wo ist sie ich dachte gerade die macht jetzt hier ihr geschäft hin guck mal wie das aussieht oh ah mach mal musik an ja ja weil ich das nicht zu laut ist kann ich das gerne machen ach ja ich habe keinen ton an na egal ich habe generell keinen ton gerade an kann man auch fahre gerade mit transporter ok leute es ist einfach schon gleich 22 uhr ich will heute party nein du willst heute party nein mach lauter man hat was gehört ja aber leute so moment ist es zu laut ist es zu laut ist es zu laut leute ich will shoppen gehen aber ich weiß nicht wo ist es zu laut ja lauter passt so nö voll nice ok gut ich will heute party nein du willst heute party nein ich will heute party mal kurz mal die tür zu machen mein armer hund der schläft schon mal die türklicke ist es auch ein sehr gut ich will heute party mal ein paar Leute die türklicke ihr könnt es eure seien Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glücklich! 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 Ich bin alle ganz traurig. Ich bin alle ganz traurig. Ich höre das krank an. Ich bin alle ganz traurig. Ich bin traurig. Jetzt weinen alle. Wir weinen. Wir lachen nicht, wir weinen. Die anderen Rollen werden nicht knacken. Ich geh zu glücklich. Ich bin alle ganz traurig. Ganz laut, die möchte ich nicht gut. Ich lass mir mal ein bisschen langer. Ist es besser? Alter ey. Und die sind alle glücklich Wer danzt denn hier die ganze Zeit vor mir? Gebt sie euch mal Alter Schwede Ich nur so, lass mich Winken, ach ne, wirklich Wie sich das anhört, ja, ne Megawild Oh ja Oh ja Alter ey, so krankhaft Gleich noch shoppen, ja Warum backt es gerade so Hallo, warum backt es gerade so rum Weil hier so viele Leute sind, glaube ich Kann man sich hier irgendwo geil hinsetzen Kann man sich hier irgendwo geil hinsetzen Oh komm Ich bestelle mir jetzt hier einen Cocktail La 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 Ich gehe jetzt in den Global Shop Kann ich das hier? Ne, wenn ich sitze, nicht Oh wow Dann stelle ich mich jetzt hier wie so in einer, der nicht Der Angst hat vor Menschen hier hinten Und gucke jetzt, was es im Global Shop gibt Kleidung, tops Im Global Shop gibt es auch immer eigentlich die geilsten Sachen Gibt es zu Kenne ich zwar erst seit Stunden oder so Seit zwei Stunden oder so Hab dich abonniert Das ist meine Lieblings-Wutuberin Dankeschöni Das finde ich nice Das finde ich sehr nice Das daneben finde ich ebenfalls sehr nice Was da war Das finde ich Ah, meine Ah, Starcoins Finde ich ebenfalls sehr nice Ne, 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 ne Das finde ich tatsächlich auch sehr nice Rippen, meine Starcoins Meine Freunde Ne, das ist mir ein bisschen zu schlicht Das sieht aus wie ein Nachthemd Ne, das weiß Bräu nicht Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Das ist irgendwie auch sweet Auch wenn es ganz basic ist Aber irgendwie, ne Das finde ich auch nice Da habe ich mir das immer noch nicht gekauft Wow Oder habe ich das schon? Oh gut Im Besitz anzeigen, bitte Genau Das habe ich alles Boah, Junge Man hat so viele Klamotten Einfach Das ist so krank Oh, das ist irgendwie auch süß Aber einfach nicht Ähm Mehr Jungfrauen Klischwort Bei mir ist das süß Ich weiß nicht, wieso Das kaufe ich mir Das finde ich mega süß Göttchen Ich komme morgen aus dem Urlaub Ui Sehr schön Oder sehr schlecht Je nachdem wie du es definieren willst Wow Deutsche Sprache Schwere Sprache Ich habe schon so viele Sachen, Alter Wer macht da ganz seit dem Hintergrund die? Iha Ich werde denjenigen suchen und auf ihn nennen Habe ich das jetzt nicht schon? Ne, das habe ich mir nicht Dann werde ich mir das aufs Date vermochen Wird man jedes Mal nach oben gekickt Das ist nervig Das braucht es nicht Ähm Ich habe schon mal wehnt, dass ich... Alter, was ist denn das? Das muss ich mir natürlich noch Weihnachten in SSO freue Einfach geil Einfach nun geil Oh, das sind auch süße Oberteile Und die alle hier Ich bin sehr süß Ich bin sehr süß Ich bin sehr süß Ja, die sind doch alle gut teuer Genauso wie das Mögen Oh, mein Gott, halte ich mir auch mal wieder da Hi! Iha! Iha! Die sind ja alle wirklich sehr, sehr schnuckelig Äh, nicht am Bauernhof Junge! Wie laut seid ihr bitte im Hintergrund? Die beiden finde ich auch gut Oh, meine Hamster, warum mache ich es wieder? Und das finde ich auch gut, das ist auch noch nicht so gut Ich habe Stiche überall Nicht gut Was ist so ein Kleid, Alter? Nee, 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 nee Dazu will ich mir den Fischerhut nochmal holen Habe ich den nicht sogar schon? Wo gibt's den Fischerhut zu dem hier? Kann mir jetzt kurz mehr reinschreiben Das macht das wieder leise, man hört dich nicht gut Nee Kann man mich jetzt besser? Ach, geil Hier läuft's auch wieder richtig hart, ey Kann man mich jetzt wieder besser? Nee, Fischerhut dazu gibt's doch hier sogar im Shop, bin ich dumm Ja Ähm So Basic-Oberteil finde ich auch ganz süß Oh Gott, nein Nee Nee Uh, die finde ich eigentlich auch ganz geil Oh ja Lobby Ja, okay Habe ich mir schon gedacht Ähm, wo kann man noch shoppen gehen, Leute? Erzählt, wo man noch shoppen gehen kann Dann reiten wir da mal hin Dann reiten wir da mal hin Sehr gerne Na 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 Bin mal kurz afka, okay Mach ein Fuß mit dir und du shopst Why not? Ach, safe Ach, safe Ja, geil Den Fischhut habe ich sogar schon Ach Super Du Die Cap finde ich eigentlich auch cool, aber irgendwie Ich weiß noch nicht, zu was man das alles anziehen soll Das ist immer ein bisschen tricky So freaking tricky So freaking tricky Ähm, nee Nee, alter Pinke Bommelmütze Früher hat jeder Bommelmützen getragen Ist so Können wir irgendwas machen? Lila hat mich verletzt Was denn? Was hat sie getan? Seit wann gibt es so Stirnbänder, Alter Und so Ohrringer, Junge Uh, die Brille finde ich ja Die finde ich sehr wild, die Brille Hab ich Rip my Starcoins Oh ja, doch, doch Die Hose finde ich eigentlich auch cute Die Jacke, oh Gott, die kostet 150 Nee, weinein hatte ich drauf geklickt Pferdesachen, guck, nur Dekoration Weil den Rest, keine Ahnung Juckt mich gerade relativ wenig Na 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 na, mach das Äh, verlasse jetzt meinen Club Da sind nur komische Leute drin Bin zwar schon seit zwei Jahren im Club Aber man braucht was Neues Mach das Do it Just do it Just do it Do it Do it Do it Do it now Lick it good Alter, ich hab so viele Schleifen Lack Okay Leute, wo gibt's noch Sachen Oh, Alter Mal wieder fett eingekauft Oh, ich glaub, mein Schwein pfeift Uh, ja Wo kann man noch hin? Shoppen Sie nennt meinen zukünftigen Mann einfach 24-7 hässlich Like, Junge My heart Das ist natürlich kritisch Da würde ich schon aufpassen Mit wem du dich in deiner Freizeit abgibst Nein, Spaß Erläutern alle die Fragen Wo ist mein Pferd? Da Ähm, ich gib mir gleich mein Pferd Oh, ich lass mein Pferd jetzt einfach Juckt mich nicht Hier gibt's die Katze Die ich mir gekauft hab Beziehungsweise Die ich mir genommen habe Ähm, Pferde Hätte ich mal Bock mir anzusehen Ich weiß aber nicht, wo geile Pferde stehen Mh, na Ich glaub, ich will erstmal mein Pferd umändern Ich hab da grad gar keinen Bock drauf Wartet mal kurz hier Oder ich komm mit zu Steve Kommt einfach mit zu Steve Ah Ich geh ins Shoppingcenter Die mittlere E-Tage zum Pferdeshop So geile gemaschen sind da Ha Ja, verkackt Hätte ich gerade gehen können Stimmt, wir wollten ja noch ins Shoppingcenter Egal, ich will mir erstmal kurz ein anderes Pferd holen Legit gehört Und meine Sachen kurz einsortieren So Die Maya macht schon ihre Aufgaben So wie es sich gehört Oh, es ist so unaufgeräumt Ey, aua Ach Ich muss es schon eine zweite Seite anlegen Einfach für die ganzen Sachen hier Ich glaub ich mach irgendwann mal ein Video, wo ich meinen Kleiderschrank ausmiste Ich weiß nicht wieso, aber das Oberteil finde ich echt cute Das mit der Meerjungfrau Meerjunglau Eine Meerjunglau Die Ecke hätte man grad bekommen können Von einem Code Welche Jacke Welche Welche Jacke Wom hab ich hier nen Eimer Hä, warum hab ich hier nen Eimer Hä, warum hab ich hier nen Eimer Achso, weil die Quest Weil ich erstmal in die Quest angedrückt hab Ja ok Ähm Mumm 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 So Die Mütze hab ich mir auch letztes erst gekauft Mö Die Ohren finde ich auch sehr wild Ach Ok, ich hol mir kurz mein Gotland Mein Goody hole ich mir kurz wieder weg. Jetzt können wir auch wieder ein bisschen Ton anmachen, oder? Guck mal so. Ey, stopp. Ich wollte mir so wie viele Frisuren ich habe. Also ich glaube, auf meinem zweiten Account habe ich noch mehr Frisuren so. Ja, okay, nee, auf meinem zweiten Account habe ich fast drei Reihen Frisuren, weil ich da nie wusste, was für eine Frisur ich mir mache soll. Hey, Emily, ja. Sad, ja. Lonely. I am so lonely. I have nobody for my own one. Oh, so ungewohnt, wenn ich ein anderes Gesicht so habe, so richtig komisch. Mein S.O. lädt schon seit einer Stunde, das ist erst bei 7%. Dann würde ich mal gucken, ob mit deinem Rechner alles okay ist, so. Das ist eigentlich nicht normal. This is not normal. Zeig mal alle deine Pferde. Ach ja, wir können mal gucken. Oh, shit. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Ah, ich habe mich verzählt. Ah, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 35, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Meine Fresse. Ich weiß es gerade nicht. Oh, Manu. Die Jacke, die dir 100 irgendwas gekostet hat. Echt? Ups. Und ja, dann gibt es so Sonnenblumen. Als Schleifle jetzt hier jetzt in deiner Nähe. Und sind Schweine toll verziehen. Ich weiß, nee, die will ich nicht. Sonnenblumen. Braunisch. Weg damit. Marimundi. Nee, ich will nicht in deinem Stall. Gar kein Bock. Okay, Leute, wir gehen jetzt ins Shoppingcenter. Shoppingcenter nach Fort Pinter. Nach Fort Pinter. Fort Spinter. Ich habe über 60 Pferde, bin halt süchtig. Ja, krass. Will ich auch. Dim, dim. So. Muss auf, sorry. Alles guti. Das ist ja alles lila die ganze Zeit. Meine Jot. Das ist alles lila, Herr Plotwist. Wegen lila. Haha, ihr wisst schon. So. Ja, okay. Ähm. Shoppingcenter. Warum bist du nicht mal auf Server 10? Das ist mein Fest, das Server. Ich wechsle halt nicht. Weil da Leute drauf sind, mit denen ich nicht im Server sein will. Wo können wir denn mal hin? Oben in dieses Einhorn-Ding will ich. Ja, Mann. Ja, Mann. So, da rennt sie, die Emily McAvoy. There she running. There she is. Purple Pony. jalla 65 leute 75 leute und kein mensch schreibt dass ich dachte syntax ist irgendwie über eine davor war vorhin auch in wälder was ist mit dem obsa ist mit dem einhörner ich will aber irgendwie kein einholen soll ich damit nicht schön aus hallo emma habe 52 fälle auf meinen mutter aufgeschrieben mit datum rasse und name uh die eigentlich voll schlau mit datum jetzt ein bisschen zu spät was ist denn das hier lassen wir zu einer mehrjungfrau um klein alter ich bin mehrjungfrau wenn halloween ist hole ich mir so eine augenklappe safe mega lusitano oder andalusia war es das oder gibt es hier noch was näher gibt es nichts mehr raus hier hinaus wir gehen runter und gehen noch meinen klamotten shop blog oder heft blog ein totaler blog mensch und dann tue ich vor allem auch alle meine losen blätter in den blog hinein richtig random ganz merkwürdig pony oder fährt fährt auch wenn ich kranken pony reiter ein sorry mein armer hund alter ich bin so laut mein mäuschen schläft da hinten einfach konfirmationskleid sage ich jedes mal wenn ich hier drin bin der sehr geil hundert neunster kreuz aua ouch da vorne gebet was macht mein hund nichts ging oder jang ging oder jang und y geschrieben und weil sie nicht weiß nicht was ist was was zu sagen hat keine ahnung ich weiß es nicht leute ich weiß es nicht hässlich so pro der hat mich eigentlich auch voll nice nee oh ist ja auch nice ne guck mal so ne jacke wo so ein hawaihemd rausguckt aber mir ist das geil rin und ich sind zwillinge was habt ihr gemacht das finde ich auch sehr geil gekauft ich feiere so eine blaue töne ich weiß auch nicht wieso jawohl kann die sich mal wieder irgendwie anders hinstellen ich sehe die ja gar nicht so ist nice dazu gibt es einen passenden sattel den ich habe eine passende sattel decke die haben auch ganz viele die werde ich mir auch mal mitnehmen guck draußen ja guck ich gleich guckst du die harry potter filme draco fan forever ich habe harry potter schon ganz ganz oft geguckt ja kann ich mal wieder machen habe ich voll bock drauf wo habe ich ja richtig bock drauf aber mit meinem freund will ich die dann gucken wer gerade zuhört groß an dich sie aber aus wie so ein lumpensack was soll es sein gestrickter reiterpullover so eine farm feier ich mega aber nicht das oberteil nee 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 alter wie teuer ist denn das 11490 konnte definitiv nicht da die 11000 ist immer noch live ja sechs stunden stream ich will so gemeint aber du hast übrigens meinen namen falsch ausgesprochen er hat sich nur noch nicht ändern kannst was von der stunde oder so ich ja ich weiß auch nicht meiner namen sprich jenna jenna also keine ahnung basic shit muss man jetzt aber nicht die farben solche blautöne finde ich an ihr mega der rest ist nicht so meine world glaube das werde ich mir auch schnablieren und pink noch alter wie geil sieht das bitte aus mega wisst ihr worauf ich gerade bock habe wartet mal im moment mal ich will mal kurz in den pferde shop ich habe gerade auf eine sache richtig bock ich will mich pink machen auch wie schön ey das sieht so süß aus so moment lieblings harry potter charaktere ron feiere ich sehr hermine habe ich so ein clip letzten von ihr gesehen wie sich strange gelacht hat ich war so jung aber die ist mit ihr bald ansonsten wartet mal ich will mich mal oder nicht will mich doch nicht doch ich will ich gehe jetzt hier wieder raus weil er wo seid ihr denn jetzt eigentlich lila drin ja doch pink ist so niedlich wo laufe ich gerade lang ich will mich pink machen ja ich will mich jetzt auch pink machen man kann zu den gold lands sich so also jetzt zu dem jedenfalls so richtig schöne outfits machen wie lange streamst du schon seit halb sechs es geht tatsächlich gerade am anfang und was heißt am anfang aber zwischendurch war ich ganz kurz bisschen müde wie schön sieht das bitte aus gerade also warte mal dekoration zum knall ping gibt sich hier so ein knalliges oh ja hier gibt es das knallige pink was ich möchte oh ja mama sita satteldecke pink wo ja mama sita wie geil sieht das bitte aus oder die die oder die andere leute ich glaube die andere warte ich will noch kurz die operation pink ja war ja klar dass wir keine passenden oder ich mache es einfach weg die komma so ist das geil aber sich das geil aus das erst richtig soll ich das so machen oder ist das zu match wie finde ich das mega ich glaube ich mache das so ist mir egal was er sagt ich werde das so oder mache ich das auch so im moment das sieht ja mal so geil aus ich finde das sieht mega sweet aus mache ich jetzt so in vorschau anzeigen rips da coins rips da coins rips da coins kauft ihr diese schabracke habe ich doch oder das ist die richtige abster coins habe ich alles das sieht doch mega sweet aus oder guckt mal mein bonnie ich bin pink sei was anderes süß oder gut gut wo seid ihr alter wie süß deshalb euch jetzt zum zwilling gemacht hat alter ich fühle mich ausgeschlossen machst du es vor pinta champ oh lol ist es jetzt dann können wir es schon mehr machen vor pinta ja los jala machen wir das ist so ein süßes outfit ich liebe das gerade wow hilfe wer schießen alter wie viele sind hier bitte gerade jungen marie und lila mich dumm marie und lila marie und drin ich kann jetzt null mehr auseinanderhalten i'm freaking sorry lang streamst du schon hat sich antwortet mit halb sechs sieht so süß aus das outfit wie süß elbe lebt super beste beleidigung vor einem streamer so leute von heute welchen schiff von harry potter marx am liebsten drake oder hermina ron und hermina ron und hermina natürlich oha ich sehe gerade geht mal auf bellas account also xx tasty xx und guckt euch mal die story an da sind so mögliche bilder von na ihr wisst bescheid aber wie heißen die von den pferden die vielleicht auch also jetzt rauskommen im september ich weiß gerade den namen nicht mehr ist mega aus wirklich aber ich finde die sehen aus vom modell her wie die man merken vater was warum bin ich jetzt einfach auf instagram rausgeworfen wurden wo auch american painters genau lila rinne geht mal auf insta marie von mir aus auch am lilas gar nicht mehr da oder so people's und pipeline ist aber ich muss aus dem stream warum 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 das jetzt alle zu fuß machen nee ich werde vernünftig reiten ich will auch mein champion gewinnen ein champion in meinem leben will ich gewinnen ich finde mich ich finde das outfit gerade so niedlich in der letzten sekunden habe ich einfach mein pferd gewechselt super aber du kannst noch mitmachen server 5 ist gerade richtig voll also jetzt abgesehen davon dass jetzt leute hier von mir halt dabei sind sicher nur die hinten hier guckt mal der rest ist mega voll guckt euch das mal an viel krass warst du für italien oder england in der finale natürlich italien alter ist ja klar wettbewerbsgruppe 2 wird immer wettbewerbsgruppe 2 spiel zu roblox nenne i don't play roblox wirklich nicht also habe ich auch noch nie gespielt nur manchmal zu sehen war ja nicht ganz witzig so ich mache den chat aus ich wünsche euch ein ganz viel glück mal sehen wie es diesmal wird wenn man nicht mal mein pferd wert hat ich weiß auch nicht wo meine hufeisen hin sind kein plan i don't know so wir fangen an in 8 7 6 5 4 3 2 1 wie alt mein freund ist der ist auch 18 der ist knapp ein halbes jahr älter als ich also der wird jetzt im oktober 19 aber wieder heiß sage ich nicht das ist nicht im sinne zum zweck oder was weiß ich jetzt auch reite das wird wieder kompletter bullshit was ich sehe ist doch schon ach ja genau so das war es dann auch mal wieder komplett absteigen und zu fuß ich mache es auch mal ein kleines baby mein hund ohne witz leute mein hund ist mein baby wenn es den immer nicht mehr gibt ich habe ihn seitdem ich in der dritten klasse bin dann macht man eben keinen sinn mehr dann geht in der welt unter mein kleiner schatzi emily mcway platz 8 ok wir leute müssen ja gleich noch mal zweimal springen das habe ich mir gemerkt jetzt hat es geklappt hat sei die sonst irgendwie immer nicht weiß auch nicht wieso so er ist geklappt geil ja mal schauen wer besser ist ein freund oder du ich glaube ich oder hat er nicht kurz vorm ziel bei einmal hier abgekackt ja kurz vorm ziel hat er hier reingeschissen weil er gefällt dass hier vorne hat er ganz dolle gefällt hier weiß ich noch und dann war dann auch schon wieder ende im geländer maria c speed c speed i don't know i'm coming i'm coming i'm coming i'm coming und sie überholt sie spaß weil die hatten araber den araber pinto ich weiß nicht was es ist ich kann das alles nicht aus auseinander halten auch mensch platz 6 gibt schlimmeres ist durchschnittlich ist online hat sie mich gerade ins ziel gelassen wer war das gerade es wäre oldstein hat hast du mich gerade ins ziel gelassen ich weiß jetzt gar nicht welcher platz wir geworden sind schickt er einfach ich schicke die anfrage als sheriff so glückwunsch dankeschön also gibt es ja nicht zu glückwünschen so aber was hast du für einen hund ein bolognese eine bolognese eine bolognese habe ich als hund tatsächlich so leute wird wo wir machen kommen wir geben wir eine runde jumpen wie gestern habt ihr da bock drauf gibt es nicht wo ich gerade gucken wartet mal du musst absteigen von deinem fährt nein muss von deinem pferd absteigen hey ich kann nicht aufsteigen was super so muss doch kurz anziehen die haja geil weil ich und noch eine runde ach hier kommt man ja so langsam raus auch korinchen kurs jan cute ist gerade vierte geworden stimmt kurz vor ziel war ja klar einfach vierte geworden haja geil ich will kurz mein pferd abstellen wir können uns morgen treffen kunst oder musik kunst jetzt laufe ich persönlich da hoch meine freunde ach nee dann ist da wieder dieser bug da habe ich keinen bock drauf geht es hier über die planke man weiß es nicht man munkelt den moonwalker aber ganz anders benotene ananas ganz tiefer mehr ja 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 kopfổ mein gott high high oh ja oh ja das fühle ich doch mal andersweit bin ich oh ja er war drei ich war 3h so corin emily ich rede mit lara müller ach so ob man schenkt euch entdecken kommt ja nicht zu spät rückwärts laufe ich jetzt hier ich glaube jetzt hier einfach das ganze game rückwärts das ist doch richtig mein ding hier mein gott liebe dein humor ach dankeschön liebe deine videos dankeschön pretty ja mega die laufen jetzt ernsthaft alle rückwärts guckt euch an wie das aussieht guckt euch an wie das aussieht am steg ich kacke ab meine katze scheiße einfach wieder hin dass wer ist denn jetzt hier weg super verkackt und schenkt nicht entdeckt dann kommt ja nicht zu spät keine so kann man es doch lassen wo er lasst man's kaffee wir gehen jetzt ins kaffee deine stimme ist cute und bis gleiches level dankeschön hallöchen kann ich hier hinter auch schade das wäre ich zu geil gewesen ich will hier hinter es ist mir egal hallo ich will doch nur hier hinter manu ich setze mich jetzt hierhin komm rinne schnell und da sind sie alle mega wir können erkennen auf welchem server man ist er lockt sich auf deiner google stars der beseite mit dem account ein ich habe einstellungen und dann kannst du da sehen server und das server wechseln genau so leute deep talks fangt ein thema an deep talk jetzt oh man oh man ihr wisst was ich meine das ist einfach die königin emily ach lass doch please in die disco gehen können wir auch gleich nochmal machen emily ich mag dich danke leute noch knapp eineinhalb stunden main skin nee irgendwann ist doch mal gut mit dem typen alter ich schwöre ähm emily ich mag dich was dein lieblingspferd goatland und finnie bin in ungarn auf einem server weil irgendwas schief gelaufen ist und komme nicht weg mach dir doch einen neuen account wenn er nicht starrider ist oder geht das ja also wenn du nicht starrider ist kannst du selbst einen neuen account machen oder können wir verstecken spielen ich weiß nicht habt ihr bock auf verstecken habt ihr bock verstecken zu spielen habt ihr da bock drauf schreibt mal bitte irgendwo irgendwo egal in welchem chat irgendwas rein schreibt ja ja jo ok ich muss kurz gucken wie und welches gebiet moment mal ich muss kurz gucken lass einfach oben fort pinta nehmen ganz easy peasy wir nehmen einfach oben die fort pinta burg also die burg halt ja ok moment wir nehmen auf jeden fall hier oben fort pinta weil da kann man sich definitiv besser verstecken als weiß ich nicht hier irgendwo random am strand key peoples aber leute nur oder wollen wir wollen wir auch hier unten machen leute wollen wir den steg mit zählen lassen oder nur oben die burg müsst ihr mir sagen also leute nur die burg nicht außerhalb nicht die brücke runter nicht darunter nicht der strand nur die burg die burg nur hier oben oder nur der steg noch dazu steg und burg oder nur die burg ok dann nehmen wir nur die burg ok leute ich zähle hier versteckt euch wir haben 12 nach 16 nach machen wir ok 16 nach mache ich jalla und alle zu fuß leute nicht vergessen zu fuß zu fuß was machen die alle direkt alle mit pferden ich kack ab zu fuß leute zu fuß nur die burg wer sich woanders versteckt er kriegt welche mit dem löffel späßchen hieschen ich bin ganz lieb kriegt eine mit der feder ich habe mich versteckt schon ok können wir auch mehrere runden ja klar können wir machen 16 nach leute noch drei minuten ich will mich nicht umdrehen ich denke ich denke die laufen irgendwelche rum aber das sind möwen ja du wirst mich nie finden das werden wir sehen du bin versteckt ja leute drei minuten habt ihr noch three minutes do you have in drei minuten rennt die emily mcway los und sucht euch ich esse dann noch so ein schweine ohr schweine ohr komm er ist im ab ich finde sowas so komisch wieso bist du eigentlich auf server 5 gewechselt habe weil auf server zehn leute drauf waren mit denen ich jetzt nicht so wirklich bock hatte auf einem server zu sein boah ok leute ich gebe für den nachlos ok fällt der nach weil ganz viele grad schon schreiben dass sie fertig sind in einer minute in einer minute lauf ich los harita versteckt dich ich harry one minute do you have guys one minute versteck dich doch zu fuß hier sind welche bei mir die verraten mich voll okay leute ich war doch noch bis 16 nach weil die einen die gerade stand versteckt sie jetzt auch sehr viel welche groß reiten würde deswegen und renner versteckt irgendwo anders sonst keine ahnung muss jetzt schlagen jetzt weil ich das machen kann man schreiben wie mein video ist ja bin wir amelie krino ok alles klar weiß bescheid mache ich wenn ich mir merken kann leute es ist hier ach so doch gerade eine minute noch eine minute eine minute one minute guys kann ich noch mal verstecken muss mich abholen lassen weil ich den boden gebockt wäre ja okay warte mach nächste runde mit okay weil ich jetzt losfahre da hat irgendeinen schatten war da gerade ein kommen wir haben die pferde weil stehen leute it is going los die sind safe alle oben in der burg drin oder im stall werde ich mit euch oder im busch so wen haben wir hier ist safe wer drin oder ich hätte schwören können dass sie irgendwie drin ist okay dann nicht ich bin auch alleine werden wir doch mal sehen hier ist wer wer ist das kimmy kimmy night cloud kimmy night cloud ist raus hier ist auch safe hinter da sind zwei leute hoch so raya und linda ich dachte man darf nur in der burg oben mann nein dass sie ist alles die burg das hier alles port pinta hier einfach her ist doch alles eine burg glaube ich jetzt dumm mädchen springen doch einfach mein frau so wen haben wir denn noch hier ist keiner man darf sich auch nicht bewegen wenn sich immer von euch bewegt dann gibt es aber welche mit im hinterkopf im tierladen ist safe wer da will ich jetzt auch mal schnell rein sliden bruder sagt das doch habe ich doch gesagt die ganze das ganze fort pinta habe ich ganz halt gesagt hello hier ist aber gar keine hier okay moment 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 am brunnen die namen verscheißen es immer voll deborah long bird ist raus die disco gucke ich gleich habe keinen bock abzusteigen okay jetzt werden noch ganz viele gefunden nein du hast nur die ganze zeit burg gesagt ja mit burg meinte ich die fort pinterburg ekaterina ist auch raus okay hier ist keiner hier ist keiner hier ist keiner hier ist keiner wenn die nächste runde interface aus weil dann sieht man die namen nicht stimmt voll schlau kann ich machen ja wer läuft denn hier rum harita verkackt er ist ja richtig random ich bin hier und sie läuft er so einfach lang wer ist gar nicht wie viel ich überhaupt suchen muss so hier haben wir auch selbst noch wen jasmin es ist nur jasmin ich sehe nur jasmin genau jasmin 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 jungle camp süß wie sie hier steht dann aus ach jamila älter die hätte ich gerade fast übersehen hoch ich glaube ich wechsle server kommen mit zweit agon mach das mach das mach das mhm helmarie ach so ich dachte grad die macht ja die runde nicht mit machst nächste runde mit naja okay ähm wo meine herren bitte nicht okay ich wollte da eh nicht rüber leute wenn da wer drüben ist ne ich will kurz nach da oben ist da wer drüben dann komme ich nicht rüber mann wo komme ich nie rüber das habe ich schon tausendmal probiert wen haben wir noch nehmach hier ist wer hinter der kanone die corinne sandsee guckt euch an da sitzt im rad ich lach über sie oh nein älter junge ich komme hier aber nicht rüber ach nee da hinten komme ich darüber honey du oh nee du verkackt ja okay wenn da wer drüben ist ich komme noch nicht rüber keine ich kriege ich hier habe ich noch nie bekommen du hast mich fast gesehen dass wir noch nicht gefunden ähm ja ich gucke jetzt auch wo ist denn der rest wie viele leute fehlen dann noch ach ja in die disco auch hier wer ist denn hier harita harita hatte ich auch schon glaube ich ich steige nach ich hasse es so da rastet es aus wenn man sich findet ist hier wer quinn raven stream ich wusste dass wenn er das ist hier ist glaube ich sonst keiner mehr hier ist glaube ich sonst keiner mehr wie viele leute fehlen denn noch ja ich habe jemanden gefunden mega easy echt wo denn ich bin blind bei sowas nur ich sag's euch wo denn hier ist keiner mehr hier saß vorhin schon einer hier saß vorhin schon einer hier im busch ist auch keiner denke ich jetzt mal ne da ist auch keiner ich bin noch versteckt emily durch den tipp geben ja mach aber wenn er nicht dass er zu leicht ist hier ist wer wer ist das toby diamond book rauskommen aus deinem versteck bidee geil es wird langsam ich zeigen hä warte mal kurz viel kurz nachgucken sehr scheiß wenn sie da gleich zeigt korinth steht da hä hier ist doch gar keiner wo denn hier ist doch keiner oder bin ich dumm chemie hatte ich auch schon ganz lange chemie hatte ich schon wie ich der meinung chemie und chemie hatte ich auf jeden fall schon was macht ihr mich verstecken eine chemie hatte ich auf jeden fall schon ich weiß nicht welche chemie ob sie gleich chemie war und es hört sich an wie kim ob sie gleiche kim aber ich bin so unlustig da junge wollte mich alle verarschen duschka wer ist hier noch wann wer ist das dann auch ich kann den namen nicht es ist ja ein witz gloria ihr drei pappnasen älter ich kack ab jetzt habe ich alle habe ich jetzt alle oder fehlt noch wer wer verfehlt denn noch wird noch irgendwer noch irgendwer muss gehen total fehlt noch irgendwer fehlt noch irgendwer ja i don't know oh manu ich wollte doch nur noch da oben kommen wir da oben auf die mauer bis harita da hochgekommen au 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 verpackt oh nein ich glaub ich häng fest oder nee hänge ich nicht gut kommt zu mir wo bist du denn Da bist du. Corinne Sandsee. Ja, wo denn? Alter, du mit deinem Junge immer heizen. Alter. Oh, ich bin voll fies, wenn du die jetzt verrätst. Oh nein. Pia, Firespeed. Oh Gott. Lilly, warst du Pia? Wenn ja, dann bist du ja raus. Hier geht gerade so ein Wirrwarr ab mit Fortpender. Das ist unfassbar. Ach, scheiße. Und jetzt? Och, kacke. Hier komme ich doch never wieder raus. Hallo? Oh ja. Oh ja. Geil. Das fühle ich doch mal anders. Ich bin so böse. Hallo? Geht nicht. Ich kann nicht springen. Es geht nicht. Ich versuche gerade ganz hell zu springen. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, Bruder. Oh, 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 oh. Das war der Ehrenmove. Habt ihr das gerade gesehen? Junge, wie krass war das bitte gerade? Junge. Wie geil. Wie geil. Hallo, wie geil. Synchron, Motherfucker. Ja. 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 Geil. Geil. Guck mal, ein Stall hinter den Verkaufsferden. Oh. Ich dachte, ich habe alle. Oder nicht? Ich wurde auch nicht alle gehabt. I'm sorry. I should be over the butterfly. Nee, dann fehlt mir tatsächlich noch. Oder? Fehlt mir noch irgendwer? Bin um auf der Mauer. Welcher denn? Ich bin jetzt auch um auf der Mauer. Emily, ja. Bin um auf der Mauer, ja. Was machen die hier, alter Junge? Ich habe das Pferd, was du willst. Schön Pferd. Ich will kein Pferd. Bisschen spazieren gehen, dies das. Auf der Mauer. Bisschen rückwärts gehen, dies das. Geil. Schau mal oben auf die Mauer, wo du einen Spur nicht geschafft hast. Da steht sie. Süß. Ah, da komme ich nicht hoch. Habe ich nur nie hinbekommen. Geil. Ach, süß. Hier kann man sogar durchgucken durchs Fenster. Ist ja süß. Ha. Wie lang noch? Bis um halb zwölf. Knapp eine Stunde. Noch eine Stunde. Dann höre ich aber auch auf. Ich höre punkthalb auf, weil ich auch ein bisschen kaputt bin. Und weil ich mir noch ins Bett schweigen will. Noch China-Nudeln essen will. Und mir vielleicht noch Klamotten bestellen will. Obwohl ich komplett pleite bin. Und so eine Pizze. Ich war bei den Verkaufsferden. Ui. Dann habe ich dich nicht gefunden. Da hast du dich sehr gut versteckt. Nächste Runde. Weiß nicht, ich habe da Bock. Soll ich noch eine Runde machen? Isst mir Mords. Isst mir Mords. Wie ihr Bock habt. Ja. 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 Okay, warte. Dann suche ich mir aber diesmal einen passenderen Ort, wo ich mich hinstelle. Ich stelle mich auf die Brücke. Ihr versteckt euch. Zu Fuß, Leute. Zu Fuß. Zu Fuß. So. Los. Wir haben 28. Um. Äh. 32, Leute. Na okay, wir machen 34. Um 34 laufe ich los. Oder? Ne, ist schon wieder zu lang. Wir machen 33. Um 33 werde ich loslaufen und euch suchen. Aber Interface auch. Kein anderer soll jemanden verraten. Ja, okay. Ähm. Interface verbergen. Oh. Ja, sehr wild. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann wieder anmache. Huch. Ich weiß gar nicht, wie ich das dann wieder anmache. Wartemusik. Da, 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 die. Da, li, la, 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 la. Auf F1. Okay. Weil es ist so neblig bei dir, Emily. Ich habe vorhin eine Hauptquest gemacht, wo ich nach Pandora musste und da ist ein Bug und das geht immer noch nicht weg. Also es ist so komisch lila alles die ganze Zeit. Nacht ist immer so, ne, so ist es nicht tatsächlich, dass es so lila überall ist. Das ist ein Bug. Weil ich, wie gesagt, die Quest vorhin gemacht habe. dann habe ich gesagt 34 33 33 minuten noch kommen 32 schafft auch 32 laut los zwischen 31 los latschen komm ich latsche 31 los so schwer kann es ja wohl nicht sein lieblings vampire diaries charakter caroline damen gibt es noch stephen dies morgen wieder live muss ich mal gucken wenn meine eltern morgen abend aus dem urlaub kommen ich latsch los übrigens kugel spontan kündige ich noch an emily mcway is on the way hier ist jemand doch ich wusste es doch direkt wer auch immer das ist kann ich nicht sehen du bist raus jetzt kann ich nicht sehen wer das ist super du bist raus ich fange aber jetzt mal hier ganz links an hier ihr kleinen pissers ihr seid wecken hier mal okay wo jetzt sieht hat sich gar keiner ich komme kommt auch nicht um muss mir kümmern dass sich das erstmal öffnet macht das kein problem hier ist wer wer immer das ist und hier im busch sitzt jura raus ich laufe so richtig dort über euch drüber ok damit ihr seht dass ihr raus seid leute ich guck mal in den tiershop ja ich kann jetzt nicht absteigen ach doch gar nicht ehre konnte mich nicht verstecken warum ich habe jetzt zu viel spaß ja glaube ich auch das erste versteckt wo ich mich verstecken würde hier im tiergeschäft irgendwo ist doch voll easy ok hier ist auf jeden fall noch wer das sehe ich wo ist dies du bist du hallöchen 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 hua jou jou raus ähm disse 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 disco disco da steht wer da sich füße wer auch immer das da ist da da an diesem ei in der disco links sich füße wifi verstecken habe erst eingeschaltet warum nicht warum hat das sei es mit den füßen ich kann den namen nicht sehen du bist raus genau super ist hier wer im busch ist hier wer im busch ist hier wer im busch das ist voll schwer wenn man die namen nicht sieht weil ich mich gerade ganz daran gewöhnt habe dass man den namen sieht so hier ist glaube ich doch hier ist wer wer ist das hier das ist ja ein witz hier ist wer du raus wer auch immer du bist du bist raus aus dem haus wer hier in der ecke im busch sitzt vor dem turm lalalala lala lalala was machst du random people suchen warum hier ist keiner muss auch bei viel spaß beim streamen wenn die dankeschön mach auch nicht mehr lange bisschen weniger wo wir sind der wang hat schatten über mir sind ja auch nicht mehr an die sind knapp noch eine stunde also weniger als eine stunde live ich komme nicht hoch laufen so die mac way kommt da habe ich wen die mac ways da da ist noch wer das ist jamila glaube ich oder jamila jamila eins von beiden moin mal mitmachen klärchen wenn du online kommst mein gott es regnet es laut bei uns viel auch dass es bei uns regnet von als richter bei uns geregnet ach ich reihe schon wieder zurück nee das will ich nicht mein gott ich hatte so gut es versteckt wird es mich nie gefunden bitte nicht eine runde rausgebackt ja können wir gleich machen können auch noch eine runde machen hey war ich hier nicht schon nie war ich noch nicht geht das keiner ups wollte nicht groß schreiben alles gut alles gut alles gut alles gut leute hier komme ich wieder safe nicht rüber aber egal wenn ich jetzt runter stürze oh mein gott ich bin rüber gekommen hier ist aber keiner hier ist okay hier ist keiner okay leute ich werde leute nee da geht nicht mehr wer auch immer da ist das geht nicht mehr hier wer auch immer das hier ist das geht nicht weil das ist schon außer wir haben gesagt in laberkack leute das ist übel unfair guck mal hier sind drei leute das ist doch safe rinne rinne oder marie wer auch mal das ist das übel unfair wir haben gesagt in der burg dass man einen auch sehen kann wie soll ich denn da sehen das ist außerhalb der bock ich stehe außerhalb der burg 123 wer auch immer das ist weg da ja ich bin rausgebackt habe ich doch gesagt na super verkackt würde ich sagen so also ich glaube es fehlen noch voll viele wo sind die denn alle sorry bro alles gut zero problem aha zwei leute ich drehe euch kaputt bums 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 wer auch immer das ist zwei leute habe ich komme hier nicht mehr weg ja verkackt meckes oder burger king meckes definitiv ist hier irgendwer nein nein ah wo ist das keine ahnung wer du bist aber ich hab dich hinterm baum nein das haben wir im busch nein hier irgendwer nein 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 jetzt wird es hier aber schwierig die zeit wieder erzählen wer ist auf einmal das würde nicht gelten ok nie 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 keiner da keiner anwesen sie wären pot nee das hätte ich jetzt sehr lustig gefunden auf der hochzeit von meiner mutter und meinem vater ob gott alles gut herzlichen glückwunsch an deine eltern lasst noch eine runde please dann habe ich ein bestes versteck nee wir suchen jetzt er noch die anderen es geht nicht mal alles nach deiner nase war ich finde irgendwie oder wie viele habe ich denn wer fehlt denn noch alles kann jetzt bitte kurz haben wir in den chat reinschreiben junge 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 doch ich bin alpha nach selbst mein percheron heißt einfach ich fehle noch auch mal wie fehlt noch moment ich bin kurz am handy wer fehlt noch marie fehlt noch du scheiße sollen wir helfen nein ich kann ich bin schon groß junge wo sind die denn alle es darf doch nicht wahr sein oder ich finde noch wo sind die alle wo ist dad ist das rinne ne erinnere meine ich das marie nein wer das ist raus hinter der kanone behind the kanone oh hier sitzt wer im pferd drin und leckt demjenigen sein allerwertesten geil okay zwei leute haben wir wieder tippen wo drin ist leicht ja wo drin wie in einem haus drin in einem steil in der busch drin hier ist noch wer spielt überhaupt mit spielst du mit ja ich glaube sie spielt mit und da war auch wer ist das wie viele runden machst du noch keine ahnung wie ihr bock habt ist das jetzt wer ist das ist das jetzt rinne das ist rinne oder das ist rinne oder das ist marie super gebäude ja hier ist ein gebäude ich habe ja eigentlich schon alles durchgesucht jetzt hier wer wäre dann würde ich mir echt selber einen kopfschuss geben eins da habe ich auch eben geguckt da war keiner zwei ich habe einen joghurt jetzt geil ah hey wer ist das denn jetzt immer gerade umgestellt hier war vorher noch keiner ja auch immer das gerade war also beim tierarzt wird hier zu schnell ich beim tierhandel bist du nicht weil da war ich vorhin drin vielleicht bist du in der disco diese sammeln zu die tokens nicht ein weil ich die komisch finde also weil die mich auch nerven nicht was soll ich damit die marie zufällig hier aber wann war ich immer rausgeschmissen gebäude hier ist die marie auch nicht kann die marie dann sein komisch komisch denn wird ja höchstwahrscheinlich irgendwo im turm stecken und ich habe es übersehen war wenn die jetzt drinne sitzen das wäre so fies ich könnte sie halt nicht sehen ich habe schon zwei gesehen hast super alle sehen irgendwelche leute außer ich wenn den kartons irgendwer drin ist leute ich kann euch nicht sehen wie soll ich euch da sehen müssen wir schon das chance geben euch zu sehen gebäude ich bin im urlauber alles guti no problem auch keiner bei den kartons war jemand oh mein guter weit fricken ja drin ja wie soll ich jemanden finden der in den kartons drin ist ich kann ja gar nicht sehen es ist ja geht ja gar nicht hier irgendwer noch wo ist sie denn alter darf doch nicht wahr sein marie junge ja dann kann sie ja nur noch da hinten am ende sein kann ja nur noch hier irgendwo sein das ding ist rinne und marie sehen eins und eins gleich aus wie soll ich euch auseinander halten nicht in der burg okay ja das hättest du mir auch ein bisschen früher sagen können super hey aber ich war schon ein gebäude in folgt hinter wenn du im tiershop ist dann ist es scheiße weil ich war nur da warst du nicht also kann es auch nicht sein in dem gebäude in dem gebäude in dem gebäude eventuell im friseursalon jetzt geht nicht weil bist du ja in bis ja als einzelner da immer drin hey wo kann marie denn sein habe ich doch aber du hast drin ist gelesen ach so oh sorry hey hier auch noch jemand wer auch immer das ist neben dem transporter hatte ich nicht auch schon ich weiß nicht in dem gebäude da war ich auch schon drin wo ist dieses mädchen da ist keiner hey bei den kartons bei namen ändern typen ha vielleicht edi sitzt bei dem hier kann man ja gar nicht hinterher ich bin noch in jedem gebäude gewesen leute aber bitte sagt nichts okay weil es will mir ich hart auf meine eiers gehen in dem gebäude sagt sie ich war in jedem einzelnen gebäude ich sehe sein npc ich sehe ein npc hier sind überall npcs du otto ich sehe ein npc ja super ja bei diesen namensänderungs heini hä wie soll die denn da reinkommen ist da nicht drin da kann man doch gar nicht reinkommen wie sie ist hier nicht ist keiner kartons agel ja in den kartons darf sich aber keiner verstecken wie soll ich den jenigen da finden und als er meinte viel ver ist hier wer drin wer auch immer das ist ist einfach übel wie soll ich dich finden suchen und marie meinte sie ist nicht in dem ding in der burg drin hä ich war erst da wo rinder war deswegen habe ich mich neu versteckt hey junge wo bist du denn nicht in der burg ich war doch in jedem habe ich irgendwas übersehen nee oder aua tut mir gerade mein ohr so wie hier ist keiner in dem scheiß stall war ich auch schon ist auch kein mensch komischer trauriger weise wo ist sie alter ich werde wahnsinnig also du warst neben mir also fast neben mir du warst davor du sagst du mir in dem gebäude wenn du hier in der mauer drin bist weil ich kann ich nicht nehmen wohl irgendwie hier so drinnen reingebackt bist ich bin noch jetzt blind habe sie vielleicht in die disco sie hier oder was wie gerade wer hinkam hey junge ich werde wahnsinnig im heimie hh ja herrn heimie war ich doch auch schon mich hat noch niemand junge wo hast du dich versteckt das gibt es doch nicht bist du hier im stroh oder was sie im stroh ist sie nicht hier ist doch fricken kein mensch wo ist dieses kind hin ich werde wahnsinnig habe sie gefunden sagt aber nicht das kann doch nicht so leicht sein das muss doch schwer sein wo die ist ich sehe absolut kann sie sagt in dem gebäude drin in dem gebäude in einem gebäude aber nicht die burg die wir schon abgesucht haben da muss sie doch hier sein oder mich jetzt komplett hey junge ich bin in einem zu im gebäude in einem zu 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 was fängt damit zu an dann bin ich jetzt dumm kein plan hey alter hier bist du aber nicht dran ne ne junge tiershop ne tiershop war ich auch schon das darf so nicht sein wo sie das kind hin das gebäude ist zu ja das da das ist das einzige was zu ist aber wie kannst du denn da reinkommen geht doch gar nicht hier stehen sie alle vor wie soll die hier reinkommen hier ist keiner da läuft was ach ne das ist meine katze hier kommt man nicht rein wo ist die sie hier drin ist sie hier drin die noch mal tier shop junge wenn du jetzt im tiershop ist ne dann schlage ich dich soll ich dir sagen wieso weil ich von zwei mal im tiershop war zwei die hockt im tiershop ich glaub's nicht die hockt im scheiß tiershop ich war von zwei mal im tiershop hier war kein mensch kein mensch war im tiershop kein mensch war im tiershop sie sitzt hier ich sehe ein npc junger nee das ist nicht fair nein das ist einfach nicht fair ich muss hier weg ich kriege aggression ein und aus julia ein und aus so dritte runde weil renne ja ihr versteck so gern haben will ich raste hier aus ob die im tiershop hinterm treden mädchen nein spaß versteckt war ich gut aber du hättest mir vielleicht mal sagen müssen dass ich da schon war mein jott die hat mich hops genommen ich war da schon wo du zum zweiten mal drin war es echt laber nicht scheiße ich bin so dumm verkackt naja darf ich auch mal suchen ist ein bisschen schlecht weil wenn ich mich verstecke jetzt mich innerhalb von einer sekunde wenn man hier sehen kann dass ich mich verstecke deswegen naja leute wir haben 50 um 52 lobby los rum ist 52 glaube ich los und so ich junge dieser joghurt ist ein johr ist ein johr hat mich zu strecken habe ich das schon mal erwähnt ich kriege einen rückenbruch ich habe mich gerade steu gestreckt herzlichen glückwunsch zu den 3500 abos dankeschön kiara hallo jessi 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 hey jessi ich weiß gar nicht wie es weiter geht wo auch leute noch knapp 40 minuten dann hören wir auf der kick zu hart jung und die joghurt kick zu holen oder die kaputt 3 und die was habe ich gesagt 32 33 32 32 gesagt oder oder was habe ich gesagt ich bin los kaka ich bin immer noch im stream da oft glaubt schon seit zwei stunden oder noch mehr so geil hallo fanny 52 auch geiles ist 52 daran speck wenn ich versteckt ist der kriegt herpes dem dinonaget gefällt so freund und freundes freunde so freunde und freundes freunde hier im busch ist schon mal keiner wie es hält immer irgendwer und auch nicht hey hey hallo delia da und zwei niedersen katzen sind alles katzen wow ein zweiter ich dachte wenn alles leute hallöchen bist an mir vorbei super bei mir steht aktiver live stream seit fünf stunden ja der geht auch noch 40 knapp 40 minuten weil ich um halb sechs angefangen habe und wie sechs stunden stream du wirst mich finden ich bin seit anfang an dabei ja sage ich war sogar renne du bist so von grund aus manchmal negativ so richtig check ich gar nicht war ich bin da ich bin der anfang an da mein mund gehen mag keiner ja das ist aber leider so damit muss man klarkommen it is how it is mein gott wieder ja ich kann nicht alle gleichzeitig sehen finden wird weiß ich so weiß hier hinter der kann überhaupt hinter nein das wäre hinterm blumen ding hello hinterm blumentopfer wer ach nee das ist gar nicht mein pferd ups da ist wer glaube ich nicht oder doch hier hier sind burns wie fies hier ist ne burns in der mauer ist ne burns wir halten wieder wer hier in den kartons ist ne ich sehe das hier ist hier wenn den kartons kommt das personenzeichen nein denn jetzt muss es sein wie ich es will und wenn es nicht so ist dann gibt es negativ negativ die von mir punkt ja okay dann kannst du dich verpieseln ich will keine bad vibes in meinem stream ich will und die good vibes you know okay ich bin wie du warum bist du wie ich drück mal dreimal f1 ne will ich nicht dann passiert irgendwas ich bin wie du du bist wie ich und daran zweifeln wir oder zweifel ich auch nicht kann und daran zweifeln wir auch nicht wir sind wie wir du bist wie wir und deswegen sind wir wir ich suche nur mein stream wo jemand taugt und so und dann das nur front dann jedoch kevin was will man von dem kevin erwarten alles auf einer basis der ironie wer das nicht versteht der muss gehen dies wie es ist nein spaß leute wir sind alle glücklich und zufrieden mit unserem leben gerade in corona zeiten lauf mal live geht es weiter i love you to regenrinnen ganz ehrlich ich habe ihr den namen gegeben auf einmal hat ihn jeder da zwei grünes wer auch mal dass da oben war der kann weg den verwandte verwandte na geht's deutsch schwache schwere sprache aber selber im raum scheißen ups okay wartet hier ist keiner ist wieder eine katze ich denke der seite hockt irgendwer ich habe vor drei wochen geburtstag gehabt alles gute nachträglich beide haben gerade heißung auf chicken nuggets bin aber wedgie noch scheiße das ist nicht gut hier ist keiner die habe ich doch schon gefunden müssen das hier ich habe ich der herrin oder herrin oder marie einer von euch bein ist da rein geritten müssen das irgendwie kriegt jetzt bei nicht geschissen kann das sein der eine backt sich raus die andere muss ihr versteckt wechseln also irgendwie ist es sehr schwer für euch beide kann es sein kurz den token einsammeln heute in berlin auf dem fernseit tor mega aussicht geil ich bin die nun da wird man soll die rinne welche panieren alter ist hier irgendwer nein 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 zu erzählen sie 16 die versucht alle fragen zu beantworten gut weibs only ha wirklich so so hier ist hinter diese nüchtern zeit welche hinter moment leute ihr müsst übrigens auch aus euren verstecken rauskommen welche ich euch habe die einreiter immer noch hinten auf der mauer wir sitzen hier neben dem müllsack ja ich bin wieder durch mein versteck gebackt auch ich kann so rein scheißen ich weiß zwar dass jetzt in der burg bist so aber kann man dauerhaft so rein scheißen alter ich bin wie du du bist wie ich will kein pferd trainieren was wir sehen jetzt abbruch stelle ich mal vor ich hätte aus versehen auf kaufen gedrückt wie die einzige die hier wird wie ist ja also ich bin nicht wenn sie es nicht gern fleisch ist auf jeden fall wer aber ja ich bin wie du du bist wie ich und da zweifel ich auch nicht hier ist keiner mehr marie hatte ich dich schon wer ist denn das hier von euch ach ich habe das interface wieder an das ist marie herr marie was wir sehen das hinterher ich sehe die namen trotzdem nicht sehr geil ich habe das interface aber ich sehe die namen nicht muss ich da f1 drücken damit das wieder kommt erstmal jetzt nicht ganz praktisch du hast so nah mir bin dann weiter nach vorne gelaufen bin durch die treppe gebacken mit jemanden anders ich mache eben das story kann es dann gucken alles gut da ist wer oha wie gut hi wer hockt denn da oben wie kann man das interface ausblenden hier telefon kreativ interface verbergen ganz unten hä mir fehlen noch voll viele ach wir waren mal nicht im stall wie können wir zum stall gehen we are going to the stall leute noch eine halbe stunde dann wird es fertig geht also dann ist zu ende wow ich bin wie du oh diese zwärm stroh guckt euch an auch gott hi tobi tobi lino kann es okay dann zweifeln wir auch nicht okay leute wer fehlt hier noch alles ich habe das gefühl es fehlen noch voll viele warum steht marie hier mittendrin eigentlich so mein gott ich habe es raus geschafft die welt klatscht es ist ein wahnsinn ist einfach 23 uhr ich habe die ganze zeit gestreamt ich glaube es nicht so wo sind die denn alle wo sind sie alle wo sind die leute alle wo sind sie wo sind sie wo sind sie wo ist die regen renner da ist werde ich habe ich doch schon vorhin gesehen hallo susan mystery thunder ich habe dich vorhin schon gesehen geil komm raus können wir dann auch noch in jala heim ich glaube danach reicht mal ein bisschen mit verstecken irgendwann ist auch mal gut irgendwann rechts mir nämlich irgendwie ist sie glaube ich afk kann das sein weil irgendwie susan hallo er dann susan wo ist renner wo ist renner wo ist renner wo ist die renner regen renner hier ist wer wer ist das denn quinn hi quinn bumm also renner war von hier irgendwie so da würde ich sagen die ist unter uns irgendwo aber der weiß man ja nie da guckt man auch mal gern außen an der mauer stehe am transi hä warum ich dachte ich soll dich jetzt suchen weil du so mega versteck hast bist ja immer noch live ja ich mache sechs stunden stream und stehst du denn am transi hä hä dumm ich weiß gar nicht immer meine nachricht gerade gesehen hat weil mein interface aus war wow wer fehlt denn jetzt noch alles leute von heute wie lange bist du noch live noch eine halbe stunde bis um halb zwölf ich finde kein mehr es wird dunkel die nacht bricht herein super nacht bricht bei mir schon die ganze zeit herein falls man es nicht sieht alter guckt doch chat dann hallo nee hp dich helbe neu hä soll ich da gucken soll ich gucken in welchen chat soll ich denn gucken erinnert ich in seiner ihrer story ach die hat sich in deinem versteck gebackt oder was ich bin vierte geworden wer ist denn 20 jungles vor jungle irgendwas bin vierte geworden aber auch kein glückwunsch fehler auch jamila stimmt die habe ich auch noch nicht habe ich alle vermisst kapi du bist so safe wirklichen nor kevin wer ist nor kevin er ist nur also kevin ja wer ist nur da nee hallo meine freunde hallo ich gern habe ich alle vermisst kapi war mal dies gefällt mir gar nicht wo ist denn bitteschön diesen den her es fehlen auch noch vor viel blöd eine runde da noch bitte die leute ich habe jetzt gleich auch keinen bock mehr ich will nicht mehr verstecken spielen ihr seid nur cool wenn ihr noch nur an love kennt ja wo sind die beiden eigentlich medien war vorhin da medien war vorhin kurz da und ja ich heiße nicht hans peter kevin 1.9 ich wette mit dir du gehst du in die achte klasse oder so das werde ich mit dir das ist für mich so richtige achte klasse niveau oh mein gott hallo ist jähler disco da du hast es doch bald geschafft ja noch bis um halb noch 25 minuten dann ist der sechs stunden stream vollbracht ach mensch mädchen ja mädchen war vorhin kurz da war mädchen ist jetzt nicht mehr da ich bin vom zirkus zurück sowie wie finde ich keinen mehr komisch ich finde keine leute mehr was soll ich machen wo habe ich irgendwas übersehen die sind eh alle im busch nämlich jetzt rinne auf youtube oh mein gott macht das mal das wäre so geil wenn ich bitte wirklich rinne es wäre für mich so einfach ich habe dir einfach wirklich deinen namen gegeben nini ab 4,0 schnitt reicht aber für burger king ich habe einen besseren schnitt mein abischnitt ist besser okay jetzt auch nicht die welt so aber könnt ja mal raten also die leute die mein abischnitt wissen denn sie sagt das jetzt nicht so man könnte ja mal raten was mein abischnitt ist gut durchschnittlich würde ich sagen hätte ich finde keinen mehr hallo ist alter wie geil ihre renne geil sieht richtig geil aus hier ist meine katze hallo ist rinne hier find keinen mehr keine ahnung wo ihr seid okay ich finde keinen mehr ich kann es auch jetzt nicht mehr ich kann nicht mehr 2,4 ne ne erzähle das kein aber ich sneaker mir immer ein bicking wenn niemand hinkommt junge du bist richtig strange alter brunnen hä wer ist denn brunnen hä wer läuft mir im brunnen rum lassen wir alle abstellen und den brunnen rumlaufen habe ich ja gott richtig bock drauf nein spaß du bist nicht strange du bist mega hä wie bist du da reingekommen hä wie kommt man hier rein leute wie kommt man hier rein wenn ich fragen darf die bange im brunnen in der mütte ja wie soll ich das sehen hallo wie kommt man hier rein grafik ganze zeit zu diese leiste so machen oder wie bin bei den verkaufsferden gewesen habe ich doch auch schon geguckt dann kannst du mal auf dein zweiter account auch ich bleibe jetzt nicht mehr also ich bleibe jetzt auf dem account wir können irgendwann mal jetzt am wochenende auf mein zweiter account aber jetzt erst mal nicht ehrlich gesagt ist mir aber verdammt langweilig und ich will einfach schlafen aber ich bin nicht müde und das ist schlecht hä wie kommt ihr denn da alle rein musst du dich mit deinem pferd ran stellen und absteigen ah ok moment wie kommt es dazu dass ein kevin der schon sein abitur hat einen star stable live stream sich um 23 uhr ansieht wie kommt das ok wartet leute ja super war ja klar ja her und jetzt kevin spielt auch ist so echt weiß ich ja nicht weiß ich doch nie ich habe noch nie einen jungen in sso gesehen ja so wie die emily mcgray das doch haben koste bisschen duschen das ist wie soll ich sagen was mich das erinnert diese dusche diese es gibt immer so ein pilz in schwimmbädern wo das wasser an den seiten so runterläuft genau das ist das aber eins zu eins eins zu eins kennt ihr diese pilze im schwimmbädern so draußen da drin geil star 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 stelle bestes spiel nah ne mega jetzt geht's wieder los star stable das beste online spiel finde was war was halt was hat ich gestern gesagt wo du viele neue leute kennenlernen kannst erstelle deinen eigenen charakter und gehe eine bindung mit weiß ich nicht deinen pferden ein das war gestern zu wild ich weiß gar nicht wer das alles aufgenommen hat guck mal vom brunnen weg warum ich will so bleiben millionen von freunden lerne millionen freunde kennt wechsel jeden tag den server viel server das ist ja nicht 20 über 20 neue server aua 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 das hat mir weh uff 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 leute noch 20 minuten mache ich mir erst mal schön china nur den alter 18 ok so muss ja sehr süß ich habe so ein ordner von diesem lied ich weiß gar nicht wieso fast emily fast kannst du morgen auch noch mal stream gucke spontan weil wie gesagt meine eltern morgen abend aus dem urlaub kommen ich bin jetzt einfach mal weg und joa hallo ich will nicht dass man meine bürner noch sieht was denn das ehre so ist doch schön er meint es hat also suspecter kann mir das nicht mal wer sagen ich kenne diese ganzen abkürzungen nicht ich kenne dieses aspekt und kackt die auch in fremde gärten was ist denn jetzt los ja immer tagtäglich wozu die toilette benutzen wenn man in fremde gärten kacken kann juff alter das ist meine leidenschaft das ist so mein lebensinhalt die sieht hat meine mom heute im auto von ihr playlist gespielt dieses von ed sheeran echt kevin geschlafen kevin spielt heute mal hund ist ja wirklich so also ja mache ich eigentlich regelmäßig tatsächlich unter tannen zwischen blumen auch gerne mal auf gemüse beete immer so mal abwechselnd so wie ich gerade bock hat so wie der tag gerade so verlief konversation wird ist strenge was i barely know heiler dünger ja besser dünger deswegen wachsen die blumen bei uns im garten auch so mega gut dafür sorge ich alter unterhaltungen um 11 uhr nachts junge ich liebe meinen namen jetzt mehr ich habe nur mal in den garten gepinkelt warum sagt ihm jetzt alle wohin gepinkelt habt und wo ihr hingeschraubt junge alle krank jungen dieser rochen ist auch gar nicht gruselig ne ich bin ein rochen ich bin gruselig ich habe kein leben ich fliege einfach in der welt umher ich habe komische riesen augen und einen kleinen mund ich bin gruselig sei ein rochen und einfach regenrinne wahrscheinlich weil es interessant ist na mega interessant er kommt zum stream fragt so kackt ihr auch in fremde gärten jawohl der rochen ist asiatisch hat wirklich so mit vor die schlitz augen der rochen ey lass meine rochen der ist irgendwie komisch sei ein rochen sei wie der rochen sei glücklich sei zufrieden lach immer ja sei ein rochen du sagst du solltest in den chat schreiben schwerst du dich dann alter das war voll ironie ich weiß nicht ob man es gerade raus gehört hat so aber hallo die erst marie drin und guck insta story alter ihr seid ja jetzt richtig bffs junge drin dann sagt noch einmal zu mir warum mache ich was mit black moon einmal man könnte einfach ein alt machen mit seinen rochen und seinen fischstäbchen sein pferd und die katze machen ja sei wie emily sein für stäbchen ja ich fordere auf alle meine frage mal ehrliche antwort ja ich sehe es du hast eine ehrliche antwort bekommen warum sollte ich auf toilette gehen die beste argument um ein rochen zu sein ja das war für das war ja auch von mir lustig gemeint ach so ich dachte man ist es jetzt min man gehst du auf in 15 minuten ist hier sehen sie gute nacht und euch bei bei jota guck insta marie guck insta marie guck insta rinne guck insta junge ab hier whatsapp wie tf ihr seid meine mods hello helena und ich finde es lustig dass ihr fremden gärten dünner was so wie alt bist du wenn ich fragen darf kevin wenn du dein abitur hast bist du doch 18 oder 19 oder 20 nein okay ich würde sagen 18 oder 19 oder bei den humor ist ja schon sehr krass also schon sehr krass sehr ungewöhnlich wie bist du den brunnen gekommen du musst dein pferd nehmen das genau neben stellen und absteigen dann kannst du eigentlich rein back bella hat aufgehört super 20 na mensch was macht ihr da im brunnen laufen mich duschen mich abduschen einfach alles welcher server server 5 tatsächlich ich bin mir dienstag wohnungen angucken alter help me hallo mods ja ich habe super professionelle mods aber richtig professionelle mods ich habe insgesamt 1 2 3 4 mods yo 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 bio yo yo moi kymoon läuft bei der aber ich mit 20 fremde jörder scheissen und danach youtube verbreiten usw that wirklich so ein mod so bin ich eigentlich noch nicht gebannt weiß ich ich wenn meine mods gerade ehrlich gesagt scheiß arbeit leisten aber wirklich die schreiben gerade auf insta und haben partner look erstellt die wollen auch heiraten die haben mit so eine tiefe bindung du das glaubst du gar nicht die sind jetzt wollen und die haben jetzt gut weibs untereinander band mich bei mich und keiner hat mir den server antwort von uns ja schlechte maz jetzt auf einmal die marie super super wie viele pferde hast du uns da kommt kann ich habe vorhin gezählt ich weiß es wieder nicht ich glaube 35 heran so viele star coins i have kann man machen alle die von bella kommen die können auch bei bella bleiben was machst du heute noch ich lege mich gleich ins bett es china nudeln weiter nach wohnungen meine serie ja aber mikrofon was noch keine ahnung gucke ich gleich mal was hatte ich gesagt irgendwie sowas einfach chillen wo ist denn ein vierter motto sind immer nur rinne lila und ich da lenis im urlaub leni ist netter leni ist net anwesend hat sie ganz ehrlich aber sie schreibt mir das auch immer sie schreibt mir immer wenn sie nicht kann wird noch heute auch erst wieder geschrieben also das ist schon okay bist du müde geht gerade eigentlich tatsächlich in zehn minuten immer sowieso auf weil ich kann jetzt auch mal irgendwann nicht mehr weil ich rede seit sechs stunden durchgehend mein vater nie ist in dauer schleifen und schlug schnupft seine nase und dann wieder ein sterben leide fand geil die das auch im urlaub digga ja aber manche leute können im urlaub ans handy manche leute nicht ich könnte im urlaub ans handy oder sonst was aber manche leute heute und ich ist auch okay hier haben ein bisschen klamotten wollte ich gleich auch noch mal ein bisschen bett gucken ich konnte auch nicht für zwei wochen an pc sie ist wie sie es ist aber nicht schlimm so leute ich bin grad kurz am handy ähm kleidung jeans neÚn Epic neunie neunie Neune neunie 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 ach ist der dich alle nehme ich geil Wo hat Bella live gemacht? Keine Ahnung, mir schnurrt's. Hat in diesem Hotel einfach einen Crush bekommen. Der war so cute. Ja, hat bei dem jeden Tag so Getränke bestellt. Der ist einfach anders Level of cute. Jo, der ist safe so. Ich weiß nicht, wenn du fast 15 bist, 20, 21. Sie so, hi. Kann ich bitte eine Spreit haben? Hi. Dann bist du mal wieder live. Weiß nicht, vielleicht morgen. Muss ich nochmal spontan gucken. Vielleicht auch nicht. Aber Sonntag, glaube ich, auf jeden Fall. Könnt ihr mal bitte alle aufhören zu schreiben, dass ihr gerade von Bella kommt? Ich raste gleich aus. Bitte lass es. Bitte, bitte, bitte. Bitte lass es. Bitte. Es ist nicht böse gemeint, aber bitte lass es. Es ist einfach genau ein Spreit. Eine Pfandtaste, die bestellt. Safe. In sich nach deinen Videos und Streams. Aye, danke. Kannst du vielleicht deinen Kleiderschrank zeigen? Würde mich sehr freuen. Naja, der ist zu unaufgeräumt. Ähm, ich muss jetzt schlafen, aber es war schön zu sehen. Ich wünsche dir und dein Hund eine schöne gute Nacht und alle anderen. Bye, bye. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Ha, ich schreibe es besser nicht. Ja, danke. Danke, 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 danke. Pari. Ich glaube, Kevin ist auf. Ja, Kevin ist auch auf. Eine Freundin von mir hat sich mal getraut, einen Jungen zu fragen oder so. Oder so. Bin verheiratet. Und der so bin verheiratet. Aua. Das tut weh. Nein, nur meistens Cola ein bisschen für meine Eltern. Oder ein bisschen für... Achso, okay. Du warst Mod bei ihr. Ich war nie Mod bei Bella. Nie, wenn du Bella meinst. Pari ist anständig. Ja, total. Ja. Ich will die McRae ja nicht böse machen. Du machst mich aber gerade böse. You make me so böse. Wie lange streamst du noch? Hab ich es nicht gehört. Äu. Noch sieben Minuten bis um halb. Wir duschen uns mal hier. Aber so lange ein bisschen noch, ne? Hab ich noch Quests? Grinne guckt Stream Highlight Bild. Seit wann gibt es Stream Highlights? Lol. Bist du nicht müde? Nö. Ich war gestern bis drei Uhr wach, weil ich irgendwie nicht pennen konnte. Leo, 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 Leo. Die Uhr tickt. Ja, die Uhr tickt. Sechs Minuten. Aber ich höre wirklich Punkt auf, weil ich kann nicht mehr. Also es ist wirklich selten, dass um die Uhrzeit noch so viele Leute dabei sind. Malerweise habe ich um die Uhrzeit hier so 50 Leute. Das ist wirklich sehr krass. Welche Pferde möchtest du dir denn noch unbedingt kaufen? Also die Pferde, die ich mir jetzt unbedingt gekaufen wollte, habe ich mir jetzt erst gekauft. In meinem Video, wo ich Pferde meiner Wunschliste kaufe jetzt vor... Ja genau, mein letztes Video dürfte das sein. Also mein letztes richtiges Video, ne, ich irgendwie Livestreams. Die alle so, ich weiß nicht. Ein schwarzes Lipizzaner wollte ich mir auf jeden Fall noch irgendwann kaufen. Keine Ahnung wieso, aber wollte ich. Ähm, ich weiß nicht, was es noch für Pferde gibt. Also im Moment gibt es gar nicht tatsächlich so viele Pferde, die ich mir gern kaufen wollen würde. Ganz komisch. Junge, ich liebe dich Marie, das feiere ich immer anders. Oh, ich schwöre, Alter, könnt ihr mal eure... Ey, seid so random, Mots, ne? Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Wow, McWays Beichtstuhl. Um Gottes Willen, dann heißt es wieder... Ih, du machst Leonie McWay, ne, McForce noch. Ich weiß schon gar nicht mehr alles, Alter. Jetzt können ja bald die Painthorses. Ja, ich habe vorhin, äh, vor einer Stunde oder so in deine Story geguckt. Mega, die sehen richtig geil aus, die da so... Die Bilder, die du auf jeden Fall reingestellt hast. Also ich weiß nicht, ob die eins zu eins reinkommen. Ich denke mal nicht, aber es sah voll geil aus. Ich freue mich auch auf die Painthorses. Dauert zwar noch einen Monat, aber naja. Am 8. September kommen die, da hat mein Bruder einfach Geburtstag. Wow, ich liebe dich auch, Emily. Ja, komm, leck mich, Rinne. Schöne, du bist so frech, Alter. Heiratet doch, Alter. Ich bin nicht mehr eure Trauzeugin. Ihr habt richtig bei mir verkackt. Rinne und Maria, das absolute Liebespaar. Ja, super. Mega. Die Welt feiert. Oha, ja. Bella, oh ja, man, schockverliebt. Die sehen so schön aus auf dem Bild. Ja. Ja, die sehen auch geil aus. Müsst ihr mal gucken, Bella. Noch vier Minuten, Leute. Dann haben wir sechs Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange seid ihr schon verlobt. Na, wer weiß. Ob die schon verlobt sind. Ja, es gibt sehr viele talentierte Leute. Ja, voll krass. Ich kann das nicht. Ey, ich kann das wirklich nicht. Ich bin dafür zu blöd. Mein Dad gerade so, Emilia, du musst jetzt schlafen gehen. Anstatt, dass ich okay gesagt habe, habe ich meinen Vater angeschrieben. Ich habe Respekt vor meinem Vater. Das konnte ich jetzt mal gar nicht lesen. Wow. Gleich hast du es geschafft. Oh, alles gut. So schlimm war es tatsächlich gar nicht. Hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich bleib' mich ehrlich. No. No. Ich schätze mir die schlimmer vorgestellt. Das ging fit. La, 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 la. Ähm, drei Minuten noch. Yay. Boah, ich will mir mal kurz gucken, ob da jetzt schon, wenn ich jetzt auf meinen YouTube-Kanal gehe. Ja, die Grafik ist ja voll gut auf dem Handy, auf dem Fern... Also auf dem Computer ist ja richtig schlecht, Alter. Findest du mal einen Hut auf dem Bild? Voll mega wild. War von Anfang an dabei. Yay. Wo steht denn hier, wie lange ich schon live bin? Irgendwie kann ich das nicht sehen auf meinem Handy. Wo sieht man das auf dem Handy? Wenn ich fragen darf. Where I can see this. La, 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 la. Zwei Minuten noch. Fünf Stunden 58 ist ja geil. Noch zwei Minuten. Ja. Leute, es hört sich so an, als würde gleich Mitternacht sein. Wir haben ein neues Jahr. Also so kommt es gerade. Krass, wer hier sechs Stunden live gucken durchgezogen hat. Ja, ne? Krass, gräs. Ja, ich habe auch keine Hobbys. Wie hältst du das aus? Ist nicht schlimm gewesen. Also live stream seit fünf Stunden. Ah, hier sieht man es. Ehre. Also ich fand es gar nicht so schlimm. Bin ich ehrlich. Also ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Am Anfang war ich so, uff. Wie? Aber jetzt mittlerweile geht es. Ich bin von Minute eins dabei. Oh, Rinder. Guckst du dir an. Ich weiß nicht, ob es Rinder oder Marie ist. Geil. Geil. Eine Minute nach. Lass mir dann alle so die Mut glücklich machen, okay? Lass da mal alle so happy sein. Dann erst. Hast du denn morgen Zeit, ein bisschen was zu machen? Muss ich gucken, spontan. Tatsächlich. Ich muss morgen ganz viel mit meinem, also mit meinem Hund raus. Ich muss morgen schneiden. Ich muss morgen noch einkaufen. Muss ich gucken. Ich bin vormittag selten online. Eine Minute nach. 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 Eine. Wie? Sechs Stunden online. Wuuu. Oh mein Gott. Look at this. Wir sind alle glücklich und happy und zufrieden. Und wir können es nicht glauben, dass wir sechs Stunden online waren. Oh mein Gott. Der Sechs-Stunden-Stream ist vollendet. Oh mein Gott. Nein. Aber es ging fit. Yay, Glückwunsch. Yay, danke. Leute, es war gar nicht so schlimm. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Wirklich. Ich bin jetzt nur kaputt. Weil wenn man sechs Stunden durchgehend redet, das ist schon ordentlich. Jo. Auf jeden Fall geil, dass ihr alle dabei wart. Sehr geil. Gute Nacht und schlaf gut. Gute Nacht. Die machen jetzt auch gleich aus, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. War ein mega geiler Stream. Also wirklich. Ich fand es wirklich geil. Auch die Quest, die wir heute gemacht haben in Pandora. Ich fand es sehr geil. Wirklich sehr geil. Wie gesagt, danke, dass ihr alle dabei wart. An alle, die die ganze Zeit dabei waren. Mein Respekt. Und keine Ahnung, wann wir live gehen morgen. Vielleicht muss ich mal gucken. Ich glaube eher Sonntag. Ich glaube Sonntag eher. Muss ich mal, wie gesagt, gucken. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, danke. Ach, Jesus Maria. Ach, nein. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und wir sehen uns, weiß ich nicht, sonst irgendwann. Warum hocke ich jetzt hier? Weiß nicht, Sonntag. Neues Video kommt am Sonntag. Ihr seht dann welches. Bis denn, Antenne. Ciao, ciao.